Manor Lords, da ist es nicht nur eines der meistgehyptesten Spiele in der Strategieszene, sondern eines der meistgewünschten Spiele auf Steam. 2 Millionen Wishlist hat dieses Spiel bekommen, gepublished von Hooded Horse und rausgebracht von einer einzigen Person mit einer Menge an Freelancern im Hintergrund. Manor Lords ist der Traum für jene, die es mögen, im Mittelalter unterwegs zu sein, Burgen zu bauen, Dörfer zu bauen, realistisch zu spielen, Kampf zu haben. Wir wissen es nicht, außer jetzt gleich. Wir werden jetzt anfangen, in das Spiel reinzugehen, werden uns komplett angucken, über die nächsten Tage hinweg, für euch auf YouTube, über die nächsten Videos, für euch auf Twitch, über die nächsten Tage hinweg, wie sich das Spiel aufbaut und was für Steine es hier drin geben wird. Ich persönlich will gar nicht allzu lange hier im Hauptmenü rumreden. Wir haben das ganze Spiel schon auf Deutsch. Nochmal im Vorfeld einmal kurze Disclaimer. Das hier ist die Preview-Version einer Early Access Version, die am 26. April rauskommt. Heute ist der 12. April, wir sind also zwei Wochen im Voraus. Also kann es hier natürlich zu den einen oder anderen Übersetzungsfehlern oder dem einen oder anderen Bug kommen. Lasst euch dadurch nicht irritieren. Das ist genau der Hintergrund. Ich werde jetzt einmal kurz hier raustappen. Da ist nichts los. Deswegen habe ich nochmal geguckt, ob ich was von Hooded Horse bekommen habe. Das Einzige, worauf wir jetzt gucken, werden wir uns bei Neues Spiel anschauen. Und ja, die erste Frage, die natürlich im Chat gekommen ist, wie ist der technische Zustand? Ich habe bislang keinerlei Performance-Probleme oder Ähnliches gehabt. Ich habe das Spiel hier schon 12, 13 Stunden gespielt. Mein Rechner ist kühl, sondersgleichen. Ich kann aufnehmen, ich kann streamen, ich kann mehrere Sachen gleichzeitig machen hier drin. Und ich habe auch mit Strategie-Ecke gesprochen, bei dem war ebenfalls nichts. Das bedeutet nicht, dass es hier drin keine Performance-Probleme geben könnte. Ich habe halt einen sehr, sehr guten Rechner. Genau. Wenn wir auf Neues Spiel gehen, dann seht ihr hier schon mal im Vorfeld, wo wir uns hier unseren Herrscher herstellen können. Unsere Herrscherin. Wir können hier drin sagen, wie unser Herrscher heißen soll, der bei uns natürlich Rangierius heißt. Und können uns dann aus neun verschiedenen Bildern aussuchen, wen wir davon haben möchten. Sei es jetzt ein Herr, sei es ein Ritter, sei es jetzt eine Dame oder Ähnliches. Ich habe mir überlegt, mit meiner Haarpracht und meinem wunderschönen Bart nehmen wir ja auf jeden Fall hier Los Glatzos del Grandos. Und wir können hier auch, das war mein Vorname, Rangierius. Und wir können hier natürlich auch ein Wappen für uns kreieren. Dieses Wappen können wir in unterschiedlichen Arten und Weisen kreieren. Wir können uns auch einfach in eins speichern und wieder neu laden. Hier oben seht ihr Archetypen, die wir für diese Wappen haben, die sich dann auch in unterschiedliche Bereiche aufteilen können, die unterschiedliche Bereiche abbilden können. Ich persönlich habe mich dazu entschieden, dass wir diesen schrägen bereichen. Jedes Feld davon wird dann hinterher mit einem eigenen Feld definiert, sodass ihr da drin auch die Primärfarbe ändern könnt, wenn ihr das dann hinterher wollt. Und ihr könnt dann da drin auch ändern, was für ein Tier da rein soll. Dort sind viele historische Abbildungen von Kreuzen, von Burgen, von religiösen Zeichen, ganze Mauern, weiß ich nicht was. Und ich habe mir überlegt, ich werde einmal diesen Adler hier nehmen. Und ich werde im Feld 3, werde ich bei der Primärfarbe, da nehmen wir ein, so eine Farbe, da werden wir dieses hier nehmen. Das erinnert mich an das Bundeswehrzeichen von damals. So, das werden wir dann in den Schwarz nehmen, mit einem leichten blauen Stich drumherum. Und dann werden wir bei Feld A, da werden wir den hier in Orange nehmen. Und dann außenrum mit dem leichten Golden, wobei, nee, wir nehmen Rot, dafür nehmen wir Rot. So, okay. Keine Waschbären, ne, Waschbären nehmen wir nicht, Pandas sind sowieso die besten Sachen. Hier in der Mitte können wir dann auch für Feld B zum Beispiel sagen, wie sich das hier in der Mitte aufteilen soll. Wie das dann genauer aussehen soll, wie das dann schöner aussehen soll, dass wir so ein Schachbrettmuster nehmen können, Catman Moin, oder weiß ich nicht was. Also hier kann man den ganzen Tag drin verbringen. Man kann die Kacheln größer machen, man kann die Kacheln kleiner machen, man kann den Winkel hier drin verändern. Ihr könnt hier drin wirklich euch austoben, wie ihr möchtet. Gibt es einen Stier, Bullen? Es gibt einen Hänge hier, oder? Weiß ich jetzt gerade nicht. Kann ich euch, hier, da gibt es einen Bullen. Ja, da ist einer drin. Aber könnt ihr euch dann selber austoben und das Ganze dann mal genauer anschauen. Ich würde jetzt gerne das hier nehmen und mit euch gemeinsam, wobei ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Ich mache mal die Größe ein kleines bisschen kleiner, so ungefähr. Anzahl der Exemplare machen wir mal so. Und ich glaube, wir gehen nochmal zu Feld A und werden dann hier die Primärfarbe auch nochmal auf Schwarz stellen. So. Dann nehmen wir die Sekundärfarbe, nehmen wir dann das Orange. Zack. So, okay. Das werden wir jetzt nehmen. Das wird unser Banner. Das ist unser Porträt. Das ist unser Name. Und das ist der Weiterknopf. Im Spielsetup habt ihr dann drei verschiedene Einstellungen, die ihr auswählen könnt. Dort könnt ihr unterscheiden zwischen einem friedlichen Szenario, einem mittleren Szenario und einem schwierigen Szenario. Das hier ist einfach nur die Einstellung hier unten, die Vordefinition des Ganzen, sodass ihr euch das einmal zurechtlegen könnt, wie ihr gerade haben möchtet. Wir werden hier die mittlere Einstellung nehmen. Also das heißt entspannt. Also was heißt das? Das ist einfach die Voreinstellung hiervon. Da müsst ihr euch gar nicht so sehr mit beschäftigen. Es kann sein, dass hinterher noch weitere Sachen dazukommen. Aber das ist dann alles im Laufe des Early Access irgendwann. Wir werden auf den Standardschwierigkeitsgrad spielen. Und um genauer zu zeigen, was das Ganze nochmal inne hat, gucken wir uns das hier mal an. Es gibt drei Siegesbedingungen. Es gibt nämlich einmal die Siegesbedingung Wachstum, die Siedlungsstufe großer Stadt zu erreichen. Es gibt den Bereich Herrschaft, vernichte alle anderen Lehnzeilen, indem du deren Territorien eroberst. Oder es gibt Eroberung, erobert alle Regionen, um das Spiel zu gewinnen. Wenn ihr diese Regionen oder diese Sachen hier durch habt, dann könnt ihr aber auch jederzeit weiterspielen, wie ihr möchtet. Da müsst ihr euch keine Gedanken drum machen. Schnarchgrad, was? Wir werden aber mit keinen spielen. KI-Gegner ist in Arbeit. Das heißt, die Karten werden hinterher KI-Gegner auf der Karte selber drauf haben. Das ist also schon mal der Vorteil gegenüber, zum Beispiel Pioneers of Pagonia, dass wir hier wirklich auch KI-Gegner haben werden. Aber momentan auch noch nicht. Soll ihr vielleicht auch in Partners of Pagonia mal kommen. Wir können einstellen, ob Feinde außerhalb der Karte da sein sollen. Nein oder ja. Wie die Aggressivität von denen sein soll, lassen wir auf ausgewogen. Wie häufig wir überfallen werden sollen. Wie lange immer die Jahre nach einem Überfall vergehen. Wie viele Banditenlager zu Beginn da sind. Wie viele Banditenlager maximal da sein können. Wann wir starten. Welche Startvorräte wir haben. Waffenlieferung. Ein wichtiger Hinweis. Waffenlieferung auf Nein. Das bedeutet, wenn ihr fünf Wohngebäude habt und Lagerhaus habt, dann bekommt ihr eine Waffenlieferung. Wenn ihr das auf Nein stellt, ist momentan der Stand, dann bricht das Spiel leider ab. Ausgewogen mittelmäßiger Nachteil. Könnt ihr bei Zufriedenheit einstellen. Brunnenplatzierung. Ob das vom Grundwasser abhängig ist oder zwanglos ist. Und Wetterereignisse auch in dem Fall. Terrorcouts und Rabien. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Das lassen wir jetzt alles mal so. Es gibt im Moment auch nur eine Karte. Das ist die Vorlage. Die Schwierigkeit, wie sie am Anfang eingestellt wird. Und wir gehen auf Starten und gucken uns an, was jetzt hier drin passieren wird. Die Artworks im Hintergrund. Auch einfach wunderschön, ne? Ah. Toll. Und da ist es, meine werten Damen und Herren. Da ist es! Männerlords! Unsere Leute, unsere Familien, unsere Bewohnerinnen und Bewohner hier in diesem kleinen Städtchen. Und jetzt schaut es euch an. Wie geil sieht die Grafik aus? Männerlords, ja. Männerlords, ja. Das ist die Grafik. So muss ein Spiel heutzutage aussehen. So muss Aufbau heutzutage aussehen. Wenn wir jetzt rausgehen. Das ist übrigens die Kamera. Wenn wir jetzt einmal rausgehen, sehen wir hier die Karte. Diese Karte ist immer gleich. Die sieht immer so aus. Ob es hinterher prozedural generierte Karten geben wird, das ist eine andere Frage. Aber diese Karte ist immer so aufgebaut. Auf dieser Karte kann dann hinterher irgendwann mal ein KI-Gegner kommen zum Beispiel. Der Bodestanker für deinen Sub im 11. Monat und Mettelswerg Dankeschön für deinen Sub im 2. Monat. Ihr habt in jeder Region bislang immer 5 feste Ressourcen. Regionen werden von euch hinterher wichtig werden. Denn in jeder Region fangt ihr quasi an, eine neue Siedlung aufzubauen, wie ihr möchtet. Müsst aber diese Siedlung, diese Territorien spezialisieren. Also beispielsweise baut ihr hinterher hier in die Mitte eine riesengroße Stadt auf. Und werdet dann drumherum in den anderen Bereichen irgendwann die Ressourcenproduktion dafür herstellen, um diese Stadt in der Mitte zu beliefern. Soviel zur Theorie. Da werden wir im Laufe der Streams nochmal genauer drauf eingehen. Ähm... Kolos, komm gibst mir Ranger. Okay. Ja, warum nicht, ne? Sind die Ressourcen auch so festgelegt, wie wir es jetzt sehen? Ja, die Ressourcen sind auch so festgelegt, wie ihr es jetzt hier drauf seht. Wobei... Äh, ich muss mal kurz gucken. In der Region, wo ich angefangen habe, das letzte Mal... War das hier? Äh, die unterscheiden sich leicht. Die unter... Ne, die Ressourcen sind leicht verteilt. Äh, die sind nicht so, wie das erste Mal, als ich gespielt habe. Ich habe nämlich hier in der Region eine große Stadt gebaut. Warnfrieden, wunderschönen guten Tag. So, gehen wir mal als erstes auf das ein, was ihr hier überhaupt auf der Karte seht. Das UI. Das, was uns hier komplett überfrachten könnte. Was nämlich wichtig ist, am Anfang zu wissen. Wir sehen hier oben die nicht zugewiesenen Familien. In Manorlords bauen wir nicht mit einzelnen Arbeitskräften, sondern mit Familien. Häufig ist im Mittelalter, jetzt komme ich mit meinem Leihenwissen, eine einzelne Familie immer wieder zu einem bestimmten Beruf zugewiesen worden. Da kommen zum Beispiel auch eure Nachnamen vielleicht her. Wenn ihr Schmied heißt mit Nachname, Ochsenknecht mit Nachname heißt, Bauer mit Nachname heißt, all diese Sachen kommen nämlich daher, weil eure Familie zum Beispiel in diesem Bereich getätigt gewesen ist. Und daher weisen wir Familien zu. Im Regelfall Mutter, Vater, Sohn. Das ist so die Standardfamilie in Manorlords. Kann aber auch mal Sohn und Vater sein. Oder auch mal Sohn und Mutter. Ich habe bislang noch keine Tochter gesehen, muss ich auch dazu sagen. Monchero, danke schön für deinen Sub im zweiten Monat. Vielen, vielen lieben Dank. Was sind das für blaue Punkte am Rand der Karte? Das sind Handelspunkte. Da kommen wir jetzt gleich auch nochmal zu zu sprechen. Wie hart sind die Winter? Es geht. Es geht. Wenn man einigermaßen Erfahrungen hat, wenn du nicht zu stark startest. Oh, da kommen wir auch gleich nochmal. Daneben seht ihr, wie viel Wohnraum ihr zur Verfügung habt. Wohnraum, eine Eins steht immer für eine Familie. Hier seht ihr aber auch nochmal die Gesamtbevölkerung aufgeteilt. Also bei fünf Familien haben wir zehn Personen. Ihr seht die Zufriedenheit, die wichtig sein wird dafür, wie der Zuwachs in eurer Familie ist. Beispiel, bei 50% Zustimmung kommt jeden Monat am Anfang des Monats eine Familie zu euch. Wenn ihr über 75% Zustimmung habt, kommt jeden Monat zwei Familien zu euch. Eine Mitte des Monats und eine Ende des Monats. Wenn ihr unter 25 Zustimmung habt, reißt jeden Monat eine Familie ab. Das ist der Bevölkerungswachstum, wie der im Moment stattfindet. Diese Sachen, die ich erzähle, die müsst ihr nicht auswendig im Kopf behalten. Hier unten gibt es ein Fragezeichen, das heißt Hilfe. Hier könnt ihr in einem Enzyklopädie alles nochmal genauer anschauen, was wie wo beschrieben ist. Das ist jetzt nicht allzu umfangreich. Bei manchen stehen auch solche Sachen oder bei manchen steht vielleicht noch gar nichts über Vorkommen. Aber auch das kann relativ gut um... Wie viele Tage hat ein Monat im Spiel? Das kann ich dir gar nicht genau sagen, weil ich Tag-Nacht-Zyklus ausgemacht habe. Estado, das liegt tatsächlich an Twitch. Ich weiß leider nicht, was Twitch da für ein Problem bei der Übertragung hat. Da einfach nochmal F5 drücken, dann geht das wieder. Dann haben wir öffentliche Ordnung. Die öffentliche Ordnung bedingt, wie schnell jemand von uns zum Baditen werden könnte oder wie viel Ordnung wir insgesamt bei uns haben. Dann haben wir das Regionsvermögen. Und jetzt kommen wir langsam zu einem Bereich, der sehr schwierig wird. Erweitern sich die Familien? Ja, die können sich auch erweitern. Regionsvermögen. Ihr seht jetzt hier Regionsvermögen. Aber ihr seht hier drüben auch Schatzkammer. Das Regionsvermögen ist was anderes als die Schatzkammer. Das Regionsvermögen ist das Geld, das alle Bewohner in diesem Territorium haben. Und dieses Regionsvermögen wird genutzt, um die Region stärker zu machen. Ihr wollt zum Beispiel Vieh kaufen, wird das darüber geholt. Ihr wollt handeln, Regionsvermögen. Ihr wollt Verbesserungen holen, Regionsvermögen. All das, was in der Schatzkammer ist, ist euer Privatbesitz, der für Diplomatie benutzt wird, für Garde oder ähnliches. Habt ihr auch gerade dieses Knacken gehört? Das war ja seltsam. Genau, also diese Sachen auf jeden Fall. Ja, okay, das war ja seltsam. Ich hab mich gerade mega erschrocken. Dann haben wir den Viehbestand. Der wird immer fürs Territorium angezeigt. Auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Das hier ist immer die Territoriumsansicht. Wenn wir ins nächste Territorium gehen, dann ändert sich diese Ansicht im Regelfall. Aber wir haben diese Territorium nicht, deswegen ist nochmal anders. Und das hier ist die Anzahl der Monate, die unser Vorrat noch ausreicht. Aufgeteilt in die Nahrung und aufgeteilt in den Brennstoff. Wenn ihr da drüber geht, seht ihr das nochmal genau im Detail. Hier drüben haben wir dann alle Ressourcen, die wir benötigen. Das können wir einstellen in kompletten Lagerbestand. Dann sehen wir alles. Oder in Überschuss. Bei Überschuss wird uns hier nur noch das angezeigt, was noch übrig ist, nachdem schon Materialien für den Bau und ähnliches abgezogen worden sind. Das war der Router. Jetzt machen wir nicht wild hier. Das machen wir nicht wild hier. Und da haben wir dann ganz verschiedene Ressourcen, auf die gehen wir hinterher einzeln ein. Das hier ist unser Banner. Da kommen wir auch nochmal später zu. Hier unten ist die Monatsanzeige. Es gibt die ganz normalen Monate. Auch hier drin Frühling. Da blüht dann auch alles. Da blühen die Beeren. Im Sommer wachsen die Feldfrüchte. Im Herbst müssen wir pflügen und ernten. Im Winter ist halt nichts. Da können wir nur jagen. Geschwindigkeit in drei Stufen. Und hier ist das Baumenü. Unter meiner Kamera hier ist nichts drunter. Also nicht wundern auf einmal. Das ist nur ein wunderschönen guten Tag. So. Da ist nichts drunter. Also da ist die Kamera auf jeden Fall gut aufgehoben. Jetzt fangen wir an, unsere Stadt zu bauen. Und um die Stadt zu bauen, müssen wir uns vor allem einen Punkt aussuchen, von dem aus wir am besten agieren wollen. Und wir müssen auch nochmal gucken. Ja, natürlich sind die wilden Tiere hier hinten. Und Lehm hier unten. Na klar. Na sicher. Ich schau mal kurz, wo können wir das denn am besten hier hinpacken? Ich glaube, wir werden das hier hinziehen. Hier hinziehen und dann werden wir anfangen. Die Ressourcen kommen dann hier runter. Ja, doch. Am Anfang haben wir nur so ein kleines Zelte für Obdachlose. Die wohnen in den Zelten. Die haben hier neben einen Ochsen, der angebunden ist. Der uns bei der Logistik hilft. Logistik ein unfassbar wichtiger Punkt in dem Spiel. Und wir wollen jetzt anfangen, uns das Dorf zu bauen. Unser Dorf wird durch einen zentralen Platz am ehesten repräsentiert. Und das ist... Ähm... Warte, ich gucke nochmal kurz. Hier haben wir das. Hier haben wir das. Wollen wir das hier hin bauen? Oder wir bauen das hier hin. Ne, wir bauen das doch hier oben hin. Und das ist der Marktplatz. Denn der Marktplatz ist der Dreh- und Angelpunkt an diesem Punkt hier. Zu welchem Preis geht es denn hier? Weiß ich leider nicht. Mr. Hirntot, ich grüße dich mal. Hallo. Ich grüße dich mal. Einen wunderschönen guten Tag. Ähm... Und für den geben wir jetzt den Grundstück. Das Grundstück legen wir jetzt fest. Das machen wir mit einem Vier-Punkte-System. Das heißt, wir werden hier einen Punkt ziehen. Hier rüber gehen. Hier einen Punkt ziehen. Hier runter gehen. Hier einen Punkt setzen. Und werden dann in diesem Bereich definieren, wie viele Marktstände hier maximal aufgestellt werden könnten. Ähm... Wie verdient ein Herrscher Geld? Das müssen wir gleich mal separat orientieren. Sonst wird das zu viel hier am Anfang. Mit diesen Marktständen, das sind alle Marktstände, die auf diesem Bereich definiert werden können. Und ich will dieses Mal einen anderen Ansatz probieren. Ich will einen großen Marktplatz probieren und dann drumherum meine Stadt immer größer werden lassen. Wobei es da vielleicht schon fast mehr Sinn macht, wenn wir hier unten hingehen, muss ich ganz ehrlicherweise gestehen. Und ich glaube, das werden wir auch machen. Wir werden hier unten mal das Ganze hinbauen. Ja, doch. Wir werden das hier hinbauen. Das heißt, ich werde jetzt hier hingehen. Ziehe mir nochmal ein großes Viereck. Ihr müsst euch kein Viereck ziehen. Ihr könnt rein theoretisch auch so machen. Euch so ein Trapez hier hinpacken. Es muss zwar immer vier Ecken haben. Also ein Trapez ist ja auch ein Viereck. Aber ihr müsst es nicht so riesig machen wie ich. Ich will es nur dieses Mal ein bisschen quadratisch probieren. Ob das dann auch so aufgehen würde, wie ich mir das vorstelle. So. Wir bauen das mal hier hin. So ein kleines Viereck. Das bauen wir. Das ist jetzt der Dreh- und Angelpunkt von unserem Dorf. Wie viele Marktstände braucht man denn? Das kommt darauf an, wie lange du das hinterher spielst. Quadratisch praktisch gut. So sieht es aus. Dann brauchen wir hinterher Wohnhäuser für unsere Leute. Die Wohnhäuser bauen wir übrigens genauso, wie wir die Marktplätze gebaut haben. Das ist hier nicht auf einmal so, wie ihr es kennt aus anderen Spielen, dass wir ein fertiges Wohnhaus haben, sondern wir müssen die auch einzeichnen. Bevor wir das machen, ziehen wir aber erstmal eine Straße hier hin. Das Straßentool, das ist eines der organischsten, die ich jemals gesehen habe. Ihr klickt hier zum Beispiel an so einen Haftungspunkt dran und dann zieht ihr von hier aus einfach mit jedem Klick könnt ihr eine Kurve definieren. Wie soll das hier alles hinterher aussehen und könnt euch dann hier mit einer Straße zurecht machen, die ihr möchtet. Also sagen wir zum Beispiel mal, wir wollen, dass die Straße da drüben an diese Hauptstraße rangeht, weil das vielleicht auch ein Handelsposten sein könnte. Können wir hier durch den Wald durchgehen, damit das dann auch schön aussieht und können die dann hier dran anschließen. Wenn wir die fertig haben und das für uns passt, können wir einfach auf Bauen drücken. Wenn uns das nicht passt, können wir jeden Punkt immer mit einem Rechtsklick zurücksetzen und nochmal neu anfangen. Das passt mir, das baue ich und der Trampelfahrt ist direkt da. Ihr seht aber, dass die Straßen unterschiedlich groß sind. Je häufiger diese Straße genutzt wird, desto breiter ist das hinterher durchgetreten. Also wie in einem Kaufhaus quasi. So. Ist auch nicht quadratisch. Egal. Und ich werde jetzt auch einmal hier quadratisch drumherum, werde ich mir jetzt einmal meine Straßen bauen, damit die glücklich sind. Die Straßen. So. Damit der Markt... Ich finde so einen Marktplatz mit vier Straßen drumherum, der ist aber auch standardmäßig. Ja? Der ist bei uns, sieht das auch so aus. So. Und da können wir dann jetzt anfangen, unsere Häuser dran zu bauen. Und wenn wir dann jetzt die Hofstätte Stufe 1 auswählen, können wir hier einen Punkt setzen. Und hier einen Punkt setzen. Und damit definieren wir die Vorderseite. Und können dann hochgehen und ganz viele Häuser nebeneinander setzen. Ihr seht, das braucht dann unterschiedlich viele Bauressourcen. Ein Haus kostet im Regelfall zwei Holzbalken. Ähm. Aber, ja. Das Bild wackelt voll, wenn man eine Straße platziert. Das kann man aber auch ausstellen, das Bild wackeln. Und könnte dann jetzt hier noch einen Punkt hinsetzen. Das würde allerdings für uns zu viele Ressourcen kosten. Dann ist so ein Haus verschieden aufgebaut. Es gibt einmal das Haupthaus hier drin. Ich will mal so gerade bauen, aber da war gerade das Mittelalter nicht eher so. Ja, genau. Aber wir werden jetzt gleich auch, also das ist nur am Anfang, dass wir hier so eine gerade Sache hinterher bauen werden. Und es gibt hier hinterher noch so einen Verbesserungsbereich. Der wird wichtig für uns werden. Wenn wir sagen, wir wollen gar nicht so viele Häuser, wir haben da gar nicht genug Ressourcen für. Oder wir wollen die anders drehen. Dann habt ihr hier noch Tools. Damit könnt ihr die Richtung einmal ändern. Oder ihr könnt über das Minus sagen, wir wollen gerne, dass mehr von den Plätzen übrig ist. Jetzt haben wir zum Beispiel vier Häuser hier. Diese vier Häuser werden dann so gebaut, dass hier ein Haus steht und die Möglichkeit besteht, diese Fläche nochmal auszubauen. Das wird wichtig für uns werden. Werden wir später nochmal drauf eingehen. Wichtig werden für uns die Verbesserungssachen. Die habe ich beim ersten Mal ignoriert. Das kann ein bisschen nach hinten losgehen. Warum? Gucken wir gleich nochmal. Und das können wir uns dann hier hin bauen. So. Achtung, wir haben bald kein Bauholz mehr. Das heißt für uns, wir werden noch eine zweite Sache machen. Und zwar werden wir, bevor wir loslegen, einmal bei Sammeln reingehen. Und werden uns hier einmal ein Holzfällerlager zurechtschustern. Wobei, wir müssen jetzt eh erst nochmal kurz gucken. Wir reißen das hier nochmal eben ab. Den können wir einfach abreißen. Und dann können wir hier sagen, wir wollen einmal kurz den hier bauen. Und den setzen wir uns dann zum Beispiel... Wo setzen wir uns den hin? Den setzen wir uns hier oben hin. So. Bauholz hat natürlich die Prio Nummer 1. Deswegen werden wir die Baupriorität hier am höchsten stellen. Und bei den anderen Häusern werden wir die hier zum Beispiel auf sehr hoch, auf hoch und auf mittel. Dann haben wir eine kleine Definition durchgegeben. Und wenn wir dann soweit sind... Mira, ich grüße dich. Nehmen wir einfach das Leerzeichen raus. Und schon fangen die an, sich auf den Weg zu machen. Jetzt kommt eine Besonderheit. Und zwar sind wir am Anfang limitiert durch den einen Ochsen. Denn alles, was ein Baumstamm benötigt, benötigt diesen Ochsen hier. Ihr seht es ja jetzt schon. Der Ochse ist nämlich dazu da, um die Baumstämme zu ziehen. Ich weiß, ich würde die einfach auf den Rücken packen und dann loslatschen. Aber hier in dem Spiel müssen wir da drauf achten, dass der Ochse bereit ist und das ziehen kann. Weil die leider nicht genug Kraft dafür haben. Also sollten wir schauen, dass wir auch unsere Ochsen hinterher ein bisschen nach vorne bringen können. Der Ochse ist der Bottleneck. Genau so sieht es nämlich aus. Die ziehen das hinterher und bringen das dann zu den jeweiligen Gebieten hin. Ja, deswegen ist auch die Priorität am Anfang so wichtig. Die Sache ist, der muss jetzt zu den Baustellen laufen, muss hier das Holz wegnehmen und muss aber auch gleichzeitig hier das Holz hinbringen und muss das Holz von hier oben holen. Also ihr merkt, keine Marktkarren. Jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. So. Viel gelabert. Das ganze Spiel ist langsamer, als ihr es vielleicht von anderen Spielen kennt. Das heißt, macht euch keine Gedanken darum, wenn ihr jetzt hier drin mal lange warten müsst, bis sich so ein Dorf aufgebaut hat oder ähnliches. Das ist ganz normal. Ihr werdet hier häufig einfach nur eure Stadt zugucken. Werdet von oben drauf schauen und werdet sehen, wie sich das erst Stück für Stück, manchmal über ein ganzes Jahr hinweg, äh, voranschreitet. Ihr werdet hier nicht direkt von vornherein eine große Siedlung bauen. Das auch nochmal dazu erwähnt für euch. So. Hier oben kommen wir immer wieder Meldungen rein. Zum Beispiel in dem Fall, dass wir fünf Familien haben, die obdachlos momentan sind. Macht sich gut im Alter. Genau. Sag, hast, grüß dich. Mag das langsame bauen. Dann werdet ihr hier auf jeden Fall Spaß haben. Wie sinnvoll ist das Militär eingebettet? Äh, ich find's sehr sinnvoll. Aber um das auch zu, äh, analysieren, müssen wir ein bisschen später im Spielverlauf nochmal drauf gucken. Diese Zelte hier werden hinterher übrigens verschwinden, wenn die Familien nicht mal da drin leben. Und jetzt kann ich euch mal eine coole Sache zeigen. Wenn ihr nämlich das Anno-Feature mögt in der Ego-Sicht, dann könnt ihr zu jeder Zeit hier oben auf dieses Auge drauf drücken. Und zu dem jeweiligen Punkt, an dem ihr euch befindet, euren eigenen Lord steuern. Und mit diesem Lord, könnt ihr dann hier durchgehen. Und könnt dann anfangen, durch euer Dorf hinterher durchzulaufen, wie ihr möchtet. Oder, wenn ihr wollt, könnt ihr auch sprinten mit Shift und könnt einfach in den Wald reinlaufen. Und im Wald sagen, ach wie schön, das gehört alles mir. Da hat er gar keine glatze Betrug. Ist aber auch noch Early Access, dieses ganze Feature hier mit dem, ähm, oder noch in Arbeit, dieses ganze Feature. Und seht zum Beispiel, wie da vorne eure Leute laufen. Die beachten euch nicht. Also das ist so ein kleines, so ein kleiner, so ein kleines Gimmick, sag ich mal. Damit ist auch noch viel möglich, ja. Erstmal schön DLC reinkloppen, mit dem man, äh, kosmetische Sachen dazu packen kann. Ah, wie schön. Rangerios LP Männerlords. Ah, die Möglichkeit bestünde. Die Möglichkeit bestünde. Hier oben sehen wir noch ungeschützte Waren und ungeschützte Lebensmittel. Während wir das machen und wir hier drüben zum Beispiel sehen, der Oxe hat jetzt hier den ersten Balken hingebracht und holt jetzt den zweiten. Das heißt, das braucht noch ein bisschen länger. Jetzt fehlt noch Multiplayer und du hast die perfekte Rollenspielwelt. Vielleicht, also die, das Grundkürz für Multiplayer ist gegeben. Wenn die KI-Gegner hier auf der Karte sind, die sind ja jetzt noch nicht auf der Karte, die sind auch außerhalb der Karte, dann müsste nur noch ein Netzwerkkode, äh, Netzwerkkode reingebaut werden. Kämpfen kann der Lord ja bestimmt auch nicht. Nee, kämpfen kann der Lord nicht. Also ihr könnt nicht auf einmal in die Schlacht reingehen wie ein Bannerlord, sondern auf einmal mit eurem Axt selber rumschwingen. Specs Game Over? Nee. Äh, ihr seid nur eine abstrakte Figur, kann man eigentlich sagen. Die Zeit vergeht auch nicht so schnell, dass ihr wahrscheinlich sterben werdet hier drin. Wie kommen wir an einem Meer, Ochsen? Müssen wir jetzt gleich mal, schauen wir jetzt gleich einmal. Einmal kurz nochmal erklärt zu dem Punkt. Hoppala. So. Äh, was das hier oben bedeutet. Wetter hat Einfluss auf eure Waren. Wenn diese nicht im Lager gelagert sind, dann kommt es auf den Schwierigkeitsgrad an. Wenn ihr auf dem normalen Schwierigkeitsgrad spielt, kann die Ware außerhalb des Lagers einmal schlechtes Wetter aushalten. Wenn nochmal schlechtes Wetter kommt, ist die Ware kaputt. Wenn ihr auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt, dann ist die Ware direkt beim ersten Regen kaputt. So. Alle Familien, die gerade nichts zu tun haben, die laufen jetzt gerade hier hin, die fangen an, das da unten zu bauen. Wie wir an mehr Ochsen kommen, ist relativ leicht erklärt. Ihr braucht dafür den Anbindebalken und könnt dann hier weiteren Ochsen ordern. Daraufhin wird sich ein Viehhändler zu euch begeben und wird euch den Ochsen nochmal hier hinpacken. Allerdings haben wir in der Stallfläche nur eins von eins. Dafür müssen wir den Anbindebalken erstmal upgraden und dafür brauchen wir zwei Holzbretter. Die bekommen wir recht schnell. Das sind eine der ersten Produktionsgebäude, aber ein paar Minuten muss man da schon drauf warten. Honeycrumb Cheesecake, wunderschönen guten Tag. Wir haben eine Nachricht bekommen. Euer Ruf eilt euch voraus. Ich wünsche nur meine Rechte und meine Ehren gegen jenen zu verteidigen, die mir Unrechtes tun. Ich hoffe, ihr seht davon ab, die Gerüchte und Verleumdungen zu glauben, die manch einer bei mich zu verbreiten scheint. Gezeichnet und in meinem Namen gesiegelt Hildebold von Bärenleute. Jetzt können wir uns zum Beispiel sagen, okay, schön, Konversation beenden oder wir schreiben zurück. Dann kommen wir ins Diplomatiemenü. Das Diplomatiemenü ist zum Beispiel hier drüben mit drei verschiedenen Bereichen. Phrasendreschen, Verhandeln oder Erklärung mit den Lords von außerhalb. Und hier habt ihr zum Beispiel, ihr habt keinen rechtmäßigen Anspruch auf Seeblitz und Hofstätten. Das können wir uns da reinpacken und den Absatz hier einfügen. Und das wäre jetzt unser Brief, den wir schicken würden und können dann sagen, verschicken. Darüber können wir dann unsere gesamte Diplomatie mit denen hier stattfinden lassen. Diplomatie ist noch nicht sonderlich ausgereift, also ihr erwartet da jetzt bitte nicht zu viel, das ist mehr so ein Platzhalter. Also bislang ist das noch ein Platzhalter, kann aber noch weiterentwickelt werden. Mehr Diplomatie als Millenia, genau. So, ich hab mal das Fiepen im Hintergrund ein bisschen leiser gemacht durch den Ventilator. Die fangen jetzt an hier drin zu bauen, die fangen jetzt an hier drin zu buddeln und fangen an hier jetzt die Bretter gleich hinzupacken. Die werden es jetzt nicht eins zu eins machen, aber ihr könnt das auf jeden Fall gut ansehen. Sorry, falls die Frage schon kam, aber wie viele andere Lords gibt es denn? Bislang nur zwei, ein Lord und einmal ein Anführer von Gesetzlosen. Graf Doof, Dankeschön für deinen Sub im zweiten Monat. Und falls ihr neu hier sein solltet und Strategiespiele mögt, lasst gerne ein Follow hier. Bei uns gibt es alles aus der Welt der Strategiespiele. Von A wie Aufbau bis Z wie Zerstörung. Fokussiert auf Previews mit Erklärung und einer ganzen Menge Humor dazu. Das ist das, was unser Programm ausmacht. Und zum Beispiel morgen um 9 Uhr, also Samstag und Sonntag um 9 Uhr, sowie Montag um 17 Uhr werden wir Männerlords spielen. Okay, ihr seht jetzt, hier wird auf einmal das Gebäude aufgebaut. Das dauert dann auch gar nicht so lange. Gesetzlose Pöbel und gute Dead Jokes. Und ihr könnt hier immer in der Mitte nachvollziehen, wie lange das hier vollgebaut wird. Humor, dass ich nicht lache. Wow. Die machen sich daraufhin auf den Weg und gehen weiter zum nächsten Bereich. Nämlich einmal hier runter und werden dann jetzt gleich im Dorf weiterarbeiten. Krevol, hallo. So, hier sind leider noch keine Bretter oder Hölzstämme hingebracht worden. Nicht zu vergessen, die Diskussion zum schiefen Regal. Ganz schön viel Gebäude für einen Holzbalken. Da waren ja zwei Holzbalken. Oh, da waren ja zwei Holzbalken. Noch mal eine Runde Affection-Free-Zone. Könnte ich mir vorstellen. Ähm. Will ich jetzt aber noch nicht versprechen. So, die machen sich alle auf den Weg. Und sobald wir die Gebäude beliefert haben, werden wir dafür sorgen, dass dieser Anbindebalken runterkommt. Das automatische Speichern lässt übrigens kurz das Spiel stehen in dem Fall. Das ist aber auch kein Problem, weil ich in den Einstellungen, aufgrund dessen, dass es halt noch Alexis 5 Minuten eingestellt hat. Ihr könnt es auch ausmachen, auf 10 Minuten oder 15 Minuten packen. Und, weil ihr es gerade gesagt habt, werde ich es, glaube ich, auch nochmal machen. Ähm. Wo haben wir es hier? Ich mache das Kameraröllen aus. Nicht, dass es hinter jemanden stört oder dadurch jemanden schlecht wird. Hast du Männerlord-Fieber? Ich freue mich, sagen wir es mal so. Dass die jeden Balken einzeln holen. Dann streamen wir ja noch in drei Wochen. Bleibt der Marktplatz als Wiese, beziehungsweise kann man später Pflaster oder Straßen durchziehen? Der Marktplatz bleibt keine Wiese. Die werden hinterher anfangen, hier Marktstände aufzubauen. Aber erst, wenn die die Waren haben. Also, das heißt, wenn wir einen Jägerstand haben, wird die Familie, die den Jägerstand hat, irgendwann einen Marktplatz hier eröffnen, um ihre Waren zu vertreiben. Und daraufhin wird dann der Verkehr mehr, das heißt, mehr Leute laufen da drüber. Und je mehr Leute über die Grasfläche laufen, desto mehr wird das irgendwann diese Farbe hier annehmen. Also, ihr könnt euch vorstellen, irgendwann ist euer Marktplatz einmal komplett diese Morastfläche hier. Diese Laufrillen. Das wird auch recht schnell passieren. So. Okay, hört sich ja wie Siele an. Finde ich das letzte, ne? Können mehrere Marktplätze errichtet werden? Ja, dafür haben wir diesen großen Bereich abgesteckt. Auf den können insgesamt 169 Marktplätze eröffnet werden. Ich habe noch einen anderen Spielstand. Der können wir mal gegen Ende des Streams reinschauen. Da habe ich auch einen kleinen Platz gebaut, wo nur 24 sind. Aber der wird schnell voll, wenn es eure Hauptsiedlung werden soll. Also, ihr müsst definieren, wo eure Hauptsiedlung ist. Das hier mache ich jetzt einfach zur Hauptsiedlung. Hier in dem Fall. Weil wir hier auch am längsten Zeit drin verbringen werden. Und dann passt das hier. Und dann werden die anderen das hier hinterher durch Binnenhandel durchliefern. Während die jetzt weiterbauen, werden wir mal drauf schauen, was es hier in dem Spiel alles gibt. Ich habe euch ja die Einstellung gezeigt. Hier könnt ihr direkt in Echtzeit ansehen, wie viele FPS ihr habt. Und das hier dran einstellen. Das wird direkt auf der Karte geändert. Also, im Spiel selber könnt ihr das hier einfach einstellen, damit es für euch passt. Die Hilfe habe ich euch gezeigt. Die Karte habe ich euch gezeigt. Hier könnt ihr übrigens dann auch hinterher eure Dorf umbenennen. Dann habe ich euch die Armee noch nicht gezeigt. Da kommen wir später zu. Da ist jetzt noch nichts. Ich wünsche, die Spiele hätten wieder Demos. Wobei, das Spiel hat ja eine Demo gehabt. Das Straßenmenü habe ich euch gezeigt. Und jetzt das Baumenü. Es gibt insgesamt in dem Spiel neun verschiedene Kategorien. Die erste Kategorie ist Sammeln. Das heißt, alles, was sie aus dem Dorf herausbekommen. Wir haben dort ein Holzfällerlager, eine Brennholzhütte. Holzfällerlager und Brennholzhütte funktionieren genau gleich. Die gehen beide in den Wald und fällen Stamm. Nur, dass bei der Brennholzhütte dann dieser Stamm direkt weiterverarbeitet wird zu Brennholz. Dann gibt es die Sägegrube, bei der das Bauholz hingebracht wird, um es aus Bretter zu machen. Und einen Förster gibt es natürlich hier drin. Donkanal hier, grüß dich. So eintönig wie gerade. Das glaube ich dir. Aber sei herzlich willkommen. Lehn dich zurück. Mach es dir gemütlich. Es gibt einen Kohlemeiler, den wir allerdings freischalten müssen. Es gibt ein Jägerlager, Wildbeuterhütte für Bären sammeln und ein Bienenhaus, den wir auch freischalten müssen. Dann gibt es Bergbau. Sasch, grüß dich. Für ein Steinmetzlager und vor allem auch für Abbaugruben. Dann haben wir einmal Logistik. Logistik gibt es einmal den Speicher für Lebensmittel. Lagerhaus für alles andere, was keine Lebensmittel sind. Dann gibt es hier nochmal die Möglichkeit, eine Packstation zu bauen. Für den internen Handel der Territorien miteinander. Und einen Anbindebalken für die Ochsen dann halt. Dann haben wir Wohngebäude, bei denen wir Hofstätten bauen können. Die ganz normalen Wohngebäude. Ein Brunnen. Den müssen wir auch gleich bauen. Den Marktplatz. Und es gibt noch sowas wie Brennholzkarren und Lebensmittelkarren, die einen passiven, permanenten Zufluss an diesen beiden Sachen bringen. Also an Lebensmittel und an Brennholz. Kosten dafür aber Regionsvermögen. Und Darkheart Schattenfels, danke schön für deinen zweiten Monat. Ein Twitchbaby. Darkheart Area oder Ranger Schattenfels. Es gibt eine Taverne, mit der wir auch die Zufriedenheit erhöhen können. Und es gibt eine Dorfkirche. Sowie eine Leichengrube für alle, die nicht auf dem Friedhof hinterher sind. So. Das Interface ist so schön clean. Finde ich auch, immer ehrlich zu sein. Dann haben wir die Landwirtschaft. Dort gibt es das Feld. Auch hier gibt es drei Felderwirtschaft drin. Und Bauernhaus, der die Felder bewirtschaftet. Ich dachte, ich muss hier mal vorbeischauen und habe gleich mal ein Zap geschenkt bekommen. Freut mich sehr zu hören. Goldberg Live, vielen lieben Dank für deinen Follow. Dann haben wir eine Weide für unsere Tiere. Schafzucht, die sich um die Tiere kümmert. Wir haben eine Windmühle für Mehl. Und eine Gemeinschaftsofen, der als Bäckerei fungieren kann. Aber eine Bäckerei ist nochmal was Separates. Wir haben die Industrie. Dort können wir aus Eisenerzeisenbaren herstellen. Aus Eisenbaren Werkzeuge in der Dorfschmiede. Brennofen für Ziegel aus Lehm. Melzereien, in denen wir aus Gerstemalz machen. Leder, wo wir aus Häuten Leder machen. Oder Gerberei, wo wir aus Häuten Leder machen. Weberei, Wolle, Zugarn, Flax, Zulein. Und auch eine Färberei, wo wir aus Beeren Farbstoffe herstellen. Ist Negro schon gestorben? Handel, in dem können wir einen Handelsposten bauen. Und dann mit Handel außerhalb durchführen. Also mit diesen blauen Punkten. Das werden wir hinterher machen. Und wir haben Viehhandelsposten. Den brauchen wir, weil wir nur darüber Viehh handeln können. Dann haben wir Verwaltung. Da können wir unser Siedlerlager bauen. Dieses Siedlerlager brauchen wir immer, um ein neues Territorium hinterher zu besiedeln. Sonst nicht. Das müssen wir übrigens mit 250 privaten Gold bezahlen. Und wir können dort einmal unser Verwaltungsgebäude, unser Herrenhaus bauen. Und wir haben kosmetisch, da gibt es im Moment nur Busch entfernt. Und ein Schrein, der keinen Nutzen hat, steht auch dabei. Also mehr ist da im Moment noch nicht. Das ist im Moment das, was insgesamt hier drin ist. So. Wie wir dahin kommen, das werde ich euch später nochmal erklären. Das werdet ihr später nochmal sehen. Wir müssen jetzt ein bisschen darauf achten, dass wir die Obdachlosigkeit runterbekommen. Und dass hier alles ein bisschen zurecht schustern werden. Ich werde das Ganze jetzt mal erhöhen. Ich erhöhe mal die Geschwindigkeit, damit die die Sachen hier runterbringen können. Und wir werden dann auch dort hinterher die Lager hinbauen. So. Genauso die Vorräte, die werden jetzt da oben aufgebraucht. Die werden dann hinterher in die Lager reingepackt. Dass es keine Kirche oder Kapelle gibt. Oder habe ich das verpasst? Noch eine Kirche gibt es. Eine Holzkirche gibt es. Okay. Sobald dann einmal ein Arbeitsplatz fertig ist, wie in dem Fall Holzfällerlager, klickt ihr da drauf und dann seht ihr hier diese Personenzeichen. Hiermit können wir mit Plus oder Minus eine Familie zuweisen. Das heißt, ein Personenzeichen ist eine Familie, die ihr arbeitet. Und ihr bekommt dann hier oben direkt angezeigt, es gibt eine zugewiesene Familie. Damit ihr die Familie sehen könnt, könnt ihr auf Personen klicken und seht hier alle Personen, die dazugehören. Ehemann und Sohn. Beide heißen York. Und ihr könnt dann hier von denen das Wohnhaus angezeigt bekommen. Oder ihr könnt von denen auch den Arbeitsplatz angezeigt bekommen. Oder die woanders hinpacken, wenn ihr hier drüber wollt. Dann haben wir einmal hier die Möglichkeit, das Gebäude zu erweitern. Mit diesem Erweitern können wir dann zum Beispiel auch sagen, die sollen einen Arbeitsbereich festgelegt bekommen. Die sollen irgendeinen anderen Arbeitsbereich festgelegt bekommen. Ähm. Also wo die jetzt bestimmt arbeiten sollen. Etc. Etc. Wir können hier auch eine dauerhafte Viehzuweisung durchführen. Das heißt, ein Ochse wird nur diesem Holzfällerlager zugewiesen. Macht ehrlich gesagt auch Sinn. Und dann würde das bei Viehbestand aufgeführt werden. So viel wisst ihr dazu. Ihr könnt hinterher auch Gebäude versetzen. Das geht. Ihr könnt Gebäude pausieren. Ihr könnt Gebäude anhaften. Könnt das komplett rumbewegen, wie ihr möchtet. Könnt es abreißen. Oder könnt auf Schließen drücken. Und zu jeder Zeit könnt ihr auch auf das Holzfällerlager hier klicken. Und bekommt dann angezeigt, was dazu gehört. Oder kommt in die Hilfe rein. Können Familien oder Personen benannt werden? Ja, die können auch benannt werden. Ihr könnt dann hier auf die Familie draufdrücken. Könnt dann auf York draufdrücken. Seht dann, wo der langläuft. Und könnt aber ganz einfach benennen. Also ihr könnt die Bewohner bislang nicht anklicken. Zumindest habe ich das noch nicht... Also man sieht diese Lupe. Aber ich habe noch nicht gesehen, wie man die dann anklicken kann. Das ging bei mir nicht. Und, ähm... Ihr könnt dann zu jeder Zeit sagen, hier zum Beispiel, wird das... Keine Ahnung. Tepenem. Das wird hinterher so viel, dass ich euch wahrscheinlich gar nicht alle benennen kann, muss ich sagen. Und Ginshuen. Das waren jetzt die, die ich sehen konnte. Weil wenn ich rauskomme, ist der Ton weg für euch. Ginshuen. So. Das können wir dann so machen. Dann können die sich darum kümmern. Tepenem und Ginshuen. Fertig. Die würden jetzt hier drin arbeiten. Das sind jetzt Vater und Sohn. Und die können dann jetzt ein bisschen Spaß haben. Krischi hat auch. Vielleicht kann Alphanoop... Vielleicht kannst du wieder die Namen einmal zusammenfassen, dass wir die wieder benennen können. Könntest du das einmal machen? Das wäre super. Gunzi, hey, grüß dich. Das wäre super. So, wir werden jetzt hier noch nichts... Mach ich? Okay, super. Vielen lieben Dank. Dann haben wir noch acht Personen, die benannt werden können. Das bedeutet, liebe Leute, durch die Hilfe von Alphanoop könnt ihr jetzt eure Kanalpunkte ausgeben und hier eine der Personen in unserer Siedlung werden, wenn ihr Bock da drauf habt. Einfach dann eure Kanalpunkte ausgeben und reinpacken. Wir werden mal versuchen, dass wir die dann alle einigermaßen unterbekommen können. Während ich das hier erzähle, einmal kurz als Hintergrund, mir fehlen bestimmte Anzeigen hier noch im Spiel, zum Beispiel Produktionsanzeigen gibt es im Moment noch nicht. Genauso wie Gebäudeübersichten oder Übersichten von den einzelnen Personen, wie die heißen und so, das würde ich gerne noch haben. So ähnlich wie es zum Beispiel in NT Apple, grüß dich und schwarzer Witwein, wunderschönen guten Tag. Zum Beispiel so, wie es in Foundation ist. Vielleicht kommt das noch nach, aber momentan gibt es das hier drin nicht. So, Ranger plus 10 Intelligenz bekommen, perfekt, genauso muss es sein. So, das heißt, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal Holz für uns vorbei. Jetzt haben wir hier oben mal die Möglichkeit, jetzt ist ja 6 Bauholz, sind ja vorgemerkt für die beiden Städte. Jetzt sehen wir hier oben, aber wir haben nur ein Bauholz. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen das gesamte Lager sehen, seht ihr, wie sich die Anzahl hier ändert. Genau diese 6 werden hier einmal umgeändert. So, zack, haben wir dann auch gemacht. Jetzt werden wir als nächstes auch durchführen, dass wir die Lager nochmal bauen. Da werden wir dann nämlich, wobei, nee, die holen wir uns noch nicht. Wir werden gleich erstmal, ähm, Bärensammler hier entpacken, weil die Bären wachsen nämlich nur saisonal. Genoa, einen wunderschönen guten Tag auch an dich. Hallo. So, okay. Ihr seht, dadurch, dass wir das ein bisschen weiter weggebaut haben, dauert das natürlich auch ein bisschen länger, aber ihr seid hier nicht drauf angewiesen, so schnell wie möglich voranzukommen. Spiel ist wirklich darauf, ähm, darauf ausgelegt, dass ihr hier eure Zeit haben könnt. So, und der hat sich jetzt hier drüben das Holz geholt und der karrt jetzt das Holz hier rüber. Macht sich auf den Weg. Könnt dann zu jeder Zeit immer auf das Dreifache hochstellen. Das machen wir jetzt mal hier, damit wir das hier drüben gebaut bekommen. Bärensammler klingt nach einem gefährlichen Beruf. Kommt drauf an. Wenn du Panda-Bären sammelst, dann geh. Und daraufhin wird dann die erste Balken hier hingebracht. Wenn die erste Balken da ist, dann fangen die schon mal an, die ersten Sachen hier auch zu bauen. Da müsst ihr euch auch keine Gedanken machen. Plak, Stax, Krischi, Belrea. Pass auf, dann machen wir das doch mal. Ich muss jetzt gleich erstmal warten. Muss der Marktplatz so riesig sein? Nee, der muss nicht so riesig sein. Das hier wird nur unsere Hauptstadt werden über die nächsten Streams. Du kannst auch einen ganz, ganz kleinen Marktplatz bauen. Zum Beispiel. So. Wo zehn Stände dran sind. Zehn Stände werden aber wahrscheinlich sehr schnell voll werden, wenn das hier deine erste große Stadt wird. Wie ist die Steuerung? Sehr fließend, sehr gut. Es gibt nur einen einzigen Fehler. Viserion, Glück auf. Grüß dich. Hallo. Es gibt nur einen einzigen Fehler, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen. Tobias, moin. Und zwar, wenn es, wenn automatische Speicherung ist und ich bewege zum Beispiel meine Kamera mit WASD und in dem Moment kommt die automatische Speicherung und ich drücke in dem Moment W, dann springt meine Kamera ans andere Ende der Karte. Genau in dem Moment. Was für eine Sprache sprechen die NPCs? Äh, britisch. Ich weiß aber nicht, ob es alt-britisch ist oder so, aber die sprechen einfach britisches Englisch. Kann man die Tasten selbst belegen. Kannst du in den Einstellungen auf jeden Fall auf Steuerung gehen und dann hier unten nochmal die Tastenbelegung durchführen. Das geht auch. Ja, das kannst du machen. So. Gibt sicher bald Bots, damit es etwas schneller sein wird. Jetzt haben wir die erste Hofstätte. Und jetzt, das ist gut, weil wenn wir die erste Hofstätte haben, kann ich euch nämlich schon mal die ersten Sachen erklären. Warum ist es so wichtig, diese ersten Gebäude so groß zu bauen? Und das sehen wir hier oben. Wir haben hier drei Möglichkeiten. Das erste ist, es gibt momentan drei Stufen von Häusern. Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3. Ja. Herzlichen. Great job. Super. Er hat es geschafft, bis drei zu zählen. Dann gibt es die Möglichkeit, weil wir das hier groß genug gebaut haben, einen weiteren Wohnraum zu bauen. Dieser Wohnraum würde als weiteres Haus auf diesem Territorium zählen. Und dann gibt es zum Schluss die Verbesserung. Jemand, der ganz, ganz findig ist, wird ja jetzt wahrscheinlich sagen, mich würde mal gerne interessieren. Mich würde es mal interessieren. Vielleicht weiß man das noch. Wobei mir fällt gerade nicht ein, wie ich die Frage stellen soll. Und deswegen werde ich es mal einfach so sagen. Jemand, der jetzt wirklich aufgepasst hat, wird wahrscheinlich sagen, ähm, wo ist denn die Brauerei? Wo ist denn die Waffenschmiede? Wo ist denn die Holzwerkstatt? Wo sind denn die Schneider? Wir haben die Grundressourcen, aber irgendwie wird das nicht hergestellt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es dann ein bisschen historischer wird. Und zwar Verbesserung. Und hier seht ihr alle Verbesserungen in diesem Spiel, die bei den Familienhäusern da sind. Beispiele. Wenn ihr einen Schmied baut, dann wird dieses Wohnhaus zu einem Arbeitswohnhaus, sag ich mal. Zu einer Werkstatt wird das dann. Legumina Hallöchen. Das bedeutet, die ganze Familie wird nicht mehr zuweisbar sein, sondern wird nur noch in ihrer Schmiede hier arbeiten. Aber in dieser Schmiede werden dann Waffen hergestellt. Seitenwaffen und Speere. Oder wir haben die Schusterwerkstatt für Schuhe. Wir haben den Rüstungsschmied hier drin. Wir haben den Pfeilmacher für Bogen. Wir haben die Schreinerei für Schilde und Holzteile. Die Brauerei. Oder auch ein Bäcker. Der Gemeinschaftsofen ist nämlich nicht so gut wie ein einzelner Bäcker. Oder Schneiderei. Und es gibt auch, gibt es Schenken? Ja. Also Taverne. Und es ist die einzige Möglichkeit, um Obstgärten zu haben. Um Ziegenstall nicht. Wobei doch Ziegenstall ja, weil das andere sind Schafe. Um Hühnerstall zu haben oder auch Gemüse. Deswegen werden wir hier das erste, was wir haben, diese 15 Gold, also 15 Regionsvermögen von den 50 nutzen, um Gemüse hier hinzupacken, weil sonst werdet ihr kein Gemüse haben. Und ich kann euch eine Sache sagen. Und lasst euch das von jemandem gesagt sein, der dieses Spiel jetzt schon ein bisschen gespielt hat. Nutzt das bei den ersten Gebäuden. Ohne Mist, die Stadt verhungert euch sonst hinterher. Also so schlimm ist es nicht, aber ihr kommt sonst hinterher nicht mehr hinterher, hunderte von Leuten nur mit, äh, nur mit Bären und, und Jagdbeständen zu füttern. Kann das für Anfänger zu überladen werden? Nee. Ähm, weil auch wenn ich das im ersten Spielstand nicht genutzt habe, habe ich trotzdem nicht verloren dadurch und konnte es durch irgendwas anderes ausgleichen. Also du hast wirklich eine sehr hohe Frusttoleranz, wenn du auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad spielst, meiner Meinung nach. Kann man damit zwei Familien und ein Handwerk auf einem Plot bauen? Genau. Wenn du dieses Gebäude hier hast und du baust jetzt hier nochmal Wohnraumerweiterung rein, dann würdest du zwei Familien haben, die in dieser Schmiede arbeiten und damit erhöhte Produktionsleistung. Ähm. Hinterausgärten müssen verdichtet werden. Ja. So, dann haben wir hier unsere 14 Bauholz. Wir wollen jetzt nochmal dafür sorgen, dass wir dann hier nochmal eine Wohnstätte hinbauen werden. Hier setzen wir uns dann hier oben hin. So, einmal dorthin. Und dann einmal, uh, ein Urlaub, Lord Ranger, Mr. Jinto. Dankeschön. Jetzt habt ihr einen wichtigen zweiten Monat. Und wenn wir dann zum Beispiel jetzt hier sowas haben, da ist ja irgendwie, kann man das ja für gar nichts mehr nutzen. Haha, von wegen. Könnt ihr jetzt zu jeder Zeit auch nochmal hier das hier hinbauen und sagen, okay, ich würde jetzt gerne hier das hinbauen. Und damit füllt ihr dann diesen Bereich aus. Ihr könnt also mit den Wohnhäusern zu jeder Zeit einen Bereich ausfüllen, wenn ihr wollt. Und Konzi, Dankeschön für die fünf verschenkten Subs. Sehr, sehr lieb von dir. Super lieb. Vielen lieben Dank dafür. Danke. Hey. Wirklich cool. Vielen lieben Dank. So, wir bauen das mal hier hinten weiter aus. Und dann werden wir uns ein Haus hier hinsetzen. Ihr müsst aber nicht zwangsläufig auf Krampf, um es mal neudeutsch zu sagen, immer wieder eine Verbesserung hinten dran bauen. Ja. Also die Notwendigkeit besteht jetzt nicht. Es ist nur am Anfang bei den ersten Gebäuden ganz cool. Hier haben wir jetzt zum Beispiel das Problem, hier hätten wir keine Verbesserung. Ich werde jetzt einmal versuchen. Montravan, willkommen zurück. Ich werde jetzt einmal versuchen, das da dran zu packen. Ähm. Wir lassen die dann organisch weiter nach hinten laufen, die Straße. Einfach, weil ich die ersten fünf Gebäude, da kannst du jetzt auch nicht so viel falsch machen. Packen wir das da hin und dann da hin. Äh, ich habe übrigens deine Nachricht gelesen, Montravan. Ich weiß nicht, ob ich darauf geantwortet habe. Ähm, mache ich, wenn ich hier, mache ich nach dem intensiven Wochenende mal. Ja. Ötznei und der Wandern da einen wunderschönen guten Tag. So, und bauen wir da hin. Das System ist besser als in Foundation. Finde ich persönlich auch. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel die Möglichkeit. Und Werner, danke schön für dein Follow. Vielen lieben Dank. Einen wunderschönen guten Tag an alle zehn Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich gerade da draußen befinden. Alle zehn Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Ranger heute genießen. Und wir können jetzt zum Beispiel in diese Sicht gehen. Und dann haben wir hier diese tollen Sachen. Dadurch, dass der Weg nicht direkt alles weghaut, können wir den Weg hier langlaufen. Und können dann zum Beispiel sehen, okay, hier ist ein Baum jetzt drauf. Na gut. Können dann hier zum Beispiel drumherum gehen. Und können dann hier weiterlaufen. Also wirklich herrlich. Sonder Räder, danke schön. Auch herzlich für dein Follow. Androck, moin. Hallo, kann man sagen, ach nö, wieder ein Aufbauspiel. Gibt es ein Alleinstellungsmerkmal, wo man sagt, das ist anders besser? Ich würde sagen, es gibt ein Alleinstellungsmerkmal, bei dem man sagt, das ist anders besser. Und zwar ist es hier drin, dass das Rad nicht neu erfunden wird. Aber sehr viele Kombinationen aus verschiedenen Strategiespielen hier zusammengepackt werden. Beispielsweise, wir haben hier diesen Bau über vier Ecken hinweg. Das ähnliche gab es zum Beispiel schon bei Ostriff. Und Ostriff ist, glaube ich, ein bisschen länger als Männerlords in Entwicklung gewesen. Und können das hier perfektionieren. Es ist hier drin die Möglichkeit, dass man organisch Straßen reinbauen kann, die sich dann aber breiter treten. Dass wir hier drin die Möglichkeit haben, einen leicht realistischen Ansatz zu verfolgen, mit realistischer Grafik hier drin. Die allerdings trotzdem uns nicht komplett erschlägt hier in dem Zusammenhang. Die Grafik, einfach wunderschön. Das muss man sagen. Ich habe noch nie, ich habe rausversehen rausgedrückt, deswegen war die Musik gerade weg. Ich habe noch nie so eine schöne Grafik in einem Aufbauspiel gesehen. Ich würde fast von fotorealistisch sprechen. Das hier ist normalerweise die Grafik, die ein Battlefield zu seinen Glanzseiten hatte. Also es gibt sehr, sehr viele Punkte, die hier drin sich zusammenpacken. Über die wir nach und nach auf jeden Fall sprechen werden. Schon bekannt, ob diese Sicht eine Art Editor geben wird, um Kleidung aussehen, weiter anzupassen. Das weiß ich leider nicht. Das kann ich nicht sagen. Die Grafik erinnert mich an Kingdom Come Deliverance. Ja, so ungefähr. Genau so ungefähr. Ihr werdet hinterher nochmal an Kingdom Come Deliverance erinnert. Durch einen bestimmten Punkt. Ich bin mal gespannt, ob euch das auffallen wird. Wird ein bisschen später sein. Müssen wir jetzt ein, zwei Stunden, zwei Stunden wahrscheinlich eher vergehen lassen. Ich werde euch nicht sagen, wann es soweit ist. Ich gucke mal, ob das einer von euch sagt. Das sieht echt mega geil aus. Ja, vor allem jetzt müsst ihr euch vorstellen. Ich gehe nochmal in den Kino-Modus rein. Und wir gehen jetzt mal mit diesem Kino-Modus hier an dieses Haus ran. Die Grafik ist auch stimmig. Welche Engine nutzt das Spiel? Ich glaube, Unreal Engine 4, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Oder wenn wir jetzt hier rüber gehen. Stellt euch mal vor, ihr steht hier. Das ist euer Hof. Und dann guckt ihr hier über diese Fläche. Ey, das könnte 1 zu 1 ein Rollenspiel sein. Ohne Scheiß. Ohne Mist. Genau, wir haben heute auch ein Giveaway, beziehungsweise drei Giveaways. Wir werden heute im Laufe des Streams, das wird aber noch ein kleines bisschen dauern, werden wir drei Keys für Männerlords verlosen. Kleiner Spoiler, ihr werdet die leider erst zum Release bekommen. Also ich kann euch leider keinen Vorabzug angeben. Das geht leider nicht. Aber ihr werdet drei Keys für Männerlords gewinnen. Also das Giveaway heute ist wirklich ein Männerlords-Giveaway. Das ist das Spiel, was ihr hier seht, das werdet ihr gewinnen können. Was für Hardware hast du? Spezial GPU. Das kann man leider eher weniger vergleichen, weil ich hier wirklich ein Hardcore-Setup habe. 490 habe ich hier drin. Dann in Risen 9. Also das ist wirklich High-End, was mir Case King. Danke Case King. Hashtag Werbung. zur Verfügung gestellt hat. Hyperto, bedanke für dein Follow. Wie teuer wird das Spiel in etwa sein? Das weiß ich leider nicht. Das kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nur, dass es von Gamesplanet aus 25% Rabatt geben wird. Bei meinem Partner. So, okay. Wir wollen den hier hinterher nochmal umpositionieren. Und zwar würde ich diesen Anbindebalken gerne hier in der Mitte positionieren irgendwo. Hier hin zum Beispiel. Dass wir den eher zentraler haben. Dass der sich nicht immer wieder neu verschieben muss. Und sagt, hasse danke auch an dich für dein Follow. Deswegen werden wir den einmal hierhin packen. Einfach ganz einfach verlegen. Und jetzt wird das von hier drüben aus hierhin gezogen. Und dann haben wir den zentraler bei uns liegen. Jetzt haben wir noch gleichzeitig das Problem mit dem Brennstoff und mit der Nahrung. Wir müssen jetzt also einmal bei der Nahrung gucken, bevor wir uns jetzt hier komplett verlabern. Und ich werde einmal diese Wildbeuterhütte hier hinsetzen. Die setzt sich direkt an den Hauptwegesrand hier dran. Das wird so unser Hauptbereich sein. Und den werden wir erstmal mit sehr hoch priorisieren. Aber vorher den Anbindebalken einmal mit dem am höchsten. So. Männerlords kommt auch im Game Pass. Genau. Und im Nvidia GeForce. Wenn euer Rechner also nicht mitmachen sollte, habt ihr noch die Nvidia GeForce Möglichkeit. Joachigo, danke für dein Follow. Bekommt man da Steam Keys oder wie läuft das? Du bekommst einen Steam Key. Ja. 10,60? Ja, guck mal an. Ich finde das Game auch super optimiert. Ich kann euch sagen, wenn ich Father's Frontier eine Stunde, anderthalb Stunden aufnehme. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, wie viel Optimierung ist in diesem Spiel drin? Ist auch anhand meiner Aufnahmegröße. Wenn ich Father's Frontier aufnehme, das eigentlich auch schon ganz gut auf, ähm, ähm, äh, optimiert ist. Dann habe ich ungefähr bei anderthalb Stunden so 250 Gigabyte. Wenn ich das hier eine Stunde aufnehme, habe ich 150 Gigabyte. Also 100 Gigabyte weniger in der Aufnahme. Und das liegt daran, weil dieses Spiel einfach bislang schon echt gut optimiert ist. Und ich habe bislang von kein schlechter Optimierung gehört irgendwo. Das bedeutet nicht, wenn es rauskommt, dass ihr keine Probleme haben könntet. Das muss man auch nochmal jetzt hervorheben, ne? Die FPS-Anzeige einblenden. Das Game schaut auf jeden Fall Hammer aus. Ja. Hier. Da siehst du die FPS. Wie viel ich erreiche, wenn ich hier drüber gehe. Bei euch kommen keine 144 FPS an. Das liegt an Twitch, weil das auf 60 FPS, äh, beschränkt ist. So. Machst du beim zweiten Haus nun Hühner? Ne, wir machen nochmal, äh, Gemüse. Weil am Anfang Gemüse am schnellsten wächst. Und weil wir uns den Ochsen kaufen müssen. Und der Ochse kostet 20. Das heißt, mit 20 und 15 kommen wir bei 0 aus. Hühner kosten 25. Da. Ähm, deswegen müssen wir uns ein bisschen, müssen wir ein bisschen sparen. Am Anfang bekommt ihr noch nicht so viel Regionsvermögen. Regionsvermögen wird erst später generiert. Und zwar in der Form, entweder indem ihr Handel betreibt, äh, Banditenlager ausraubt oder beziehungsweise, äh, zerstört und einnehmt. Oder auch, äh, indem ihr die Häuser hier upgradet. Wenn ihr ein Stufe 2 Haus habt, wird pro Monat ein Regionsvermögen erzeugt. Wenn ihr ein Stufe 3 Haus habt, wird pro Monat zwei Regionsvermögen, ähm, erwirtschaftet. Also auch da, das sind wichtige Hintergrundinformationen, die ihr da behalten müsstet. Wenn wir gerade so dabei sind und uns anschauen, wie das hier aufgebaut wird alles. Wir werden da übrigens mal bei Mittel bei denen bleiben. Haben wir auch. Das heißt, die werden später gebaut. Ähm, eine Sache, die wichtig zu erwähnen ist. Die Familien, die hier drin wohnen, werden natürlich auch dieses Feld bestellen müssen. Das bedeutet, wenn ihr diese Familien zu einer Arbeit hinterher einsetzt, wird das Feld weniger bestellt. Wobei im Regelfall immer die Frau auch den, äh, das Feld bestellen kann. Weil die Frau eher Transportaufgaben wahrnimmt und weniger Arbeit, soweit ich sie jetzt bislang in dem Spiel gesehen habe. Avari, grüß dich. Support hat Ranger verdient. Oh, vielen lieben Dank. Sehr, sehr lieb von dir. Vielen Dank. Großes Herz an dich. Dankeschön. Also Kinderarbeit vorgeschrieben. Ich habe keine Kinder bislang gesehen, muss ich auch sagen. Ja, also ich habe bislang nur, äh, Erwachsene gesehen. Kartoffelsalat, danke für dein Follow. Ist das eigentlich, äh, immer noch nur von einer Person entwickelt? Ja, eine Person, Chefentwickler in dem Fall. Und der Rest ist so ein bisschen, äh, Freelancer, ehrenamtliche Helfer und, und so weiter. Die ihn dann ein bisschen unterstützt haben noch dabei. Aber man kann im Großen und Ganzen sagen, ein Entwickler, der dahinter steckt. Die polnischen Studios machen auch schon gute Spiele. Ja. Polnische, es gibt viele polnische Studios, die gute, äh, Spiele machen. Deswegen bin ich immer so kritisch gegenüber Playway, weil Playway nämlich auch ein polnischer Publisher ist. Und die bringen da manchmal so ein bisschen dieses Billig-Prinzip dabei raus. Aber polnische Studios können richtig gute Spiele machen. Ja, CD Projekt, äh, War Horse, ähm... Slave, äh, Slavik. Lemmy, grüß dich. Ja, Lemmy, es ist einfach ein schönes Spiel. Wer beruhigst, moin. Es ist einfach ein schönes Spiel. Der Ochse hier hat schon seinen Auftrag gehabt. Wir werden jetzt mal die Zeit beschleunigen. Genau, Cyberpunk Witcher von CD Projekt. Wunderbar. Spiky, grüß dich, hallo. Ach, er gänzt das Storm war auch polnisch. Na, guck mal einer an. So, ich glaub, jetzt ist uns ein bisschen Nahrung kaputt gegangen, weil ich hier draußen lag. Wobei, das ist der erste Regen, ne? So, und wollt ihr jetzt mal geile Regenatmosphäre haben? Glaubt mir, muss ich nicht sagen. Glaubt mir, muss ich nicht sagen. Und was noch besser ist... Guck mal. Pfützen. Und wisst ihr, was bei Pfützen passiert, wenn ich da rüber laufe? Schaut mal. Ich spiegle mich in den Pfützen. Und wenn wir das jetzt hier ein bisschen anschrägen, das Haus spiegelt sich auch in den Pfützen. Zwar nicht zu 100%, aber... Ist mit drin. Ist mit drin. Keine Tropfen auf dem Pfützen, genau. Wahrscheinlich würde das ein bisschen zu viel sein dann in dem Moment. Genau, Geschichtsfenster. Kopelius ist auch einer der Berater für dieses Spiel, ja. Ja. So, also, als nächstes brauchen wir hier oben die Hüte. Wir gucken jetzt nochmal kurz hier. Das werden wir jetzt also auf sehr hoch stellen. Hier haben wir den Anbindebalken. Und als nächstes wollen wir uns das dann holen. So. Und, wartet. Jetzt will ich einmal kurz schauen, wo ist der hier? Wo... Jetzt habe ich einmal Pause gemacht eben. Ähm... Raytracing oder andere Techniken. DLSS ist hier drin. Aber ich kenne mich halt echt wenig damit aus. Das hier ist das, was hier drin ist. Anti-Aliasing, DLSS-Qualität. Sonst ist hier nichts irgendwie drin. Welche Gebäude hast du schon gebaut? Holzfäller. Wohngebäude. Einen Sammler bauen wir gerade. Und ich will jetzt euch einmal kurz was zeigen. Weil ich liebe einfach die Atmosphäre des Spiels. Sag mal was Schlechtes über das Spiel. Sonst muss ich es kaufen. Es gibt keine Liste, in der alle Gebäude aufgeschlüsselt sind. Und keine Liste, in der alle Einwohner aufgeschlüsselt sind. Wo ist er denn? So, hier ist er, glaube ich. Kann das sein. Jetzt, hört mal bitte. Das hier ist eines der besten Geräusche, die ich von einem Holzfäller jemals in einem Spiel gehört habe. Und ich weiß, das hört sich an wie so ein kleines Nitti-Kritti-Detail. Von wegen, ja, was interessiert mich das? Ich habe selber im Wald zu meiner Biwak-Zeit und weiß nicht was Holz im Wald gekloppt. Und ich habe niemals so ein authentisches Geräusch dafür gehört. Es holen mich. Wartet. Ich mach mich mal leise und mach das mal lauter. Jetzt bringt er leider gerade das einmal weg. Wir gucken gleich nochmal, ob der jetzt hier nochmal einen Baum fällen wird. So, hier ist nochmal einer. Mal gucken. Der wird jetzt nochmal loslaufen. Da. Ist das geil? Weil, vor allem habt ihr das kleine Detail bemerkt, wie der wegläuft von dem Baum dann. Wie der dann wegläuft. Es, ohne Scheiß, es mag ein kleines Detail sein, aber es ist so ein wichtiges Detail in meinen Augen. Also, oh, herrlich. Herrlich. Also, klar, man soll ein Spiel nicht zu hoch loben. Und das ist jetzt nur Holz fällen. Aber wir müssen es auch mal sagen, wenn es dann in dem Fall einfach mal so ein schönes Detail einfängt, dann muss man es auch mal hervorheben. Das ist halt einfach so. Ja, wir müssen jetzt nicht umsonst hier Punkte rausfinden, die dann hinterher blöd sind oder ähnliches. Das ist halt wirklich schön. Kann man also auch vom Baum her schlagen werden. Bislang haben sie es immer geschafft, wegzurennen. Hier oben werden wir dann als nächstes unsere Wildbären hinpacken. Das Problem ist nämlich jetzt gerade, wir haben ein bisschen wenig Nahrung. Vor allem für EA, ja. Und wir werden jetzt gleich als nächstes mal ein Lager bauen, nämlich den Speicher. Weil dann haben wir nämlich eine zentrale Nahrungsmittelvergabe hier rüber. Jetzt schon zu haben? Erst ab dem 26. April. So, und den werden wir nämlich hier hinpacken. Wir müssen nämlich aufpassen. Und zwar ist das Logistiknetz dieser sogenannte Flaschenhals. Wenn wir jetzt gleich bei der, ähm, bei den Bären hier, bei der Wildbärenhütte eine Familie zuweisen werden, dann wird diese sich darum kümmern, ähm, Bären zu sammeln. So, wir drücken direkt mal Plus. Aber die wird sich auch darum kümmern, diese Sachen zu transportieren. Holt einen Korb und der transportiert halt dann hinterher vielleicht die Nahrung nochmal zurück. Wenn wir allerdings einen Speicher bauen, dann wird dieser Speicher die Nahrung hier einsammeln und dann von hier aus die Nahrung auch wieder verteilen. Ja? Nur, dass er Baumfeld schreit. Ich weiß nicht, ob er damals schon Baumfeld geschrien hat. Sind deine Laufwege nicht viel zu lang? Ja. Also, sie sind jetzt gerade noch viel zu lang. Aber wir werden von hier oben aus, bewegen wir uns ja weg. Die Vorräte werden jetzt gleich weggepackt. Ähm, das Lager hier aus wird zum Arbeiterlager. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Aber das lassen wir jetzt erstmal so. Das wird hier hinterher noch weg sein. Die Leute werden hier hinterher sein. Die haben dann ihre Häuser hier. Hier ist unsere Baumproduktion. Die packen das dann hier rüber. Äh, da können wir uns dann nochmal genauer anschauen, was da alles bei ist. Äh, die Musik leiert durch Twitch. Die Musik leiert durch Twitch. Das mag sich immer blöd anhören, dass es halt durch Twitch ist, aber das gibt es total oft, weil das von Twitch nicht richtig verarbeitet werden kann mit der Anzahl, die die da dabei haben. Leider. So, dann werden wir jetzt hier oben nochmal ein bisschen mehr bauen. Wir werden nämlich jetzt hier auch nochmal eine Segelgrube hinsetzen. So, mit der können wir dann direkt das verarbeiten und wir werden hier auch nochmal ein Brennholz hinbauen. Also das hier ist quasi unsere Hauptholzproduktion. Oh, nix, hallo, büß dich. Dafür werden wir als erstes die, na, wir werden die hier mal als höchstes, am höchsten priorisieren, die Brennholzgrube. Und dann werden wir danach die Segelgrube hier hinpacken. Sehr schön. Und dann brauchen wir nur noch hier ein paar mehr Sachen davon. Ich glaube sogar, nee, wir machen das hinterher anders. Eine Familie erleidet Hunger, ist nicht so schlimm. Wir werden das so rummachen. So. Wir werden noch eine zweite Familie einsetzen, die sich dann um die Bären kümmert. Es werden auch Zeiten wie Sommer und Winter simuliert. Ja. Elan, ja, hallo, hallo und wunderschönen guten Tag. So. Durch die langen Laufwege hat sich das jetzt natürlich alles ein bisschen nach hinten verschoben. Aber auch das ist gar nicht so ein großes Problem. Wir beschleunigen jetzt mal ganz kurz. Gibt es schon Einheiten und Kampf? Ja, gibt es. Sonst haben deine Holzfällerbalken einen sehr langen Weg. Nee, das reicht noch. Also die bauen jetzt hier drüben gerade mal ab. Die bauen hier drüben gerade nochmal ab. Das wird, ist wirklich, also es dauert, bevor das wirklich weggebaut ist, ne? Wir haben die Standardschwierigkeit hier drin. Damit ich euch das Spiel so zeigen kann, wie es die meisten von euch erleben werden wahrscheinlich. So. Wir sammeln hier jetzt unsere Nahrung. Eine Nahrungseinheit pro Monat pro Familie. Das müsst ihr euch merken. Also eine Beere versorgt eine Familie für einen Monat. Was heißt eine Nahrungseinheit Beere? Einfach das müsst ihr euch in dem Fall merken. Das sind dann halt ein paar mehr Beeren dann in dem Moment. Braucht ihr in jeder Produktionsstätte ein Lager? Nee, wir werden ein Zentrallager am Anfang haben. Weil am Anfang haben, am Anfang müssen wir sehr viel Management mit den Familien haben. Sehr viel Management. Das wird sich dann hinterher ein bisschen, äh, bisschen entschleunigen. Wenn die alle ein Dach über dem Kopf haben, wenn die alle was zu essen haben, dann kommen wir bei 50 an. Genau. Eine Beere pro Monat, mein Kind. Das muss ja eine Superbeere sein. Ja, also das ist halt einfach, es ist auch kein Lightbrot, sondern es ist halt ein bisschen Brot dann. So, das Gebäude machen wir fertig. Das heißt, die Sägegrube werden wir jetzt bestücken. Es wirkt schon fast zu perfekt, das ist in den heutigen Spielen gewohnt. Ich kann euch auch sagen, intern von Hooded Horse, das was ich euch bislang so sagen darf, die haben wirklich den Slavic unfassbare Freiheiten eingeräumt in dem Spiel. Unfassbare Freiheiten. Das war für die wirklich wichtig, dass der sein Spiel so entwickeln kann, wie er selber sein Spiel entwickeln möchte. Was heutzutage auch sehr selten ist. Hooded Horse ist da wirklich ein positives Beispiel. Und konnten dann sagen, yo, mach das, wie du, wie du gerade, wie du gerade lustig bist. So, Brennstoff geht zur Neige, kein Problem. Wir bauen jetzt hier drüben was auf. Wir werden jetzt die zweite Familie rausholen, weil wir da nämlich genug haben. Ich lasse es jetzt mal kurz auf dreifach, damit wir hier die Anfangsproduktion erstmal errichtet bekommen. Also wir haben jetzt eine Sägegrube. Das wird von hier drüben zur Sägegrube gebracht. Gehen wir auf dreifach und jetzt lassen wir Brennstoff hier einmal rausholen. So, den Förster können wir nämlich am Anfang noch gar nicht bestücken. Wir haben nämlich Sägegrube, Brennholz, Holzfällerlager und die Beeren. Damit haben wir nämlich schon vier Bereiche. Wir müssen jetzt warten, bis die nächste Familie kommt. Ihr seht jetzt übrigens, wir haben keine Familie dazubekommen, aber trotzdem zwölf Personen. Also vermehren tun die sich auf jeden Fall. Wir müssen das Spiel einsteigerfreundlich oder anfangen etwas überladen. Ich finde das Spiel einsteigerfreundlich, weil man hier einfach logischen Prozessen folgen muss, auch auf bestimmte Art und Weise. Captain Ventress übrigens vielen lieben Dank für deinen Sub im achten Monat. Nicht, dass das auf einmal untergeht. Weil das Spiel sehr auf Logik aufgebaut ist. Also was brauche ich, um Häuser zu bauen? Holz. Wie kriege ich Holz? Durch einen Holzfäller. Also baue ich einen Holzfäller. Das alles ist am Anfang bei Sammeln drin. Also wirklich nur das, was ich aus den Gebäuden herausbekomme. Und dann kann man sich langsam nach vorne schwingen. Weil die Beeren hier am Anfang und die Nahrung am Anfang, die reichen komplett aus, damit wir uns hier ernähren können. Ihr seht ja, jetzt haben wir schon zwölf Beeren. Das heißt, es reicht schon für zwei Monate. Das, was jetzt hier das Problem ist, ist gerade der Brennstoff. Da werden die sich jetzt aber auch drum kümmern, dass sie das hier dann jetzt gleich holen werden. Hier sehen wir zum Beispiel Thomas. Der macht sich auf den Weg. Toll, 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 toll. Wunderbar. Und es fehlt noch ein gigantisch großer Bereich, den ich euch noch gar nicht gezeigt habe, der jetzt gleich noch kommen muss. Ein Bereich fehlt noch, der unfassbaren Einfluss auf alles hat. Oh ja, da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Ja, heute, heute ist Männerlords Fieber. Bei uns ist das ganze Wochenende Männerlords Fieber. Im Real Nathan Black. Sieht schon gut aus. Kayn, ich grüße dich und vielen lieben Dank für deinen Sub im dritten Monat. Grüß dich. Und Sinistee, danke schön für deinen Sub. Mein Kitschauen und Arbeiten. Ja, hör mal, kein Problem. Kein Problem. Entspann dich. So, Pax, danke für dein Follow. Okay. Warum gibst du zur zweiten Hofstätte jetzt noch kein Gemüse? Weil ich noch Angst habe, dass wir hinterher wirklich zu wenig Geld haben. Nee, das sollte reichen. Ich warte, bis wir den zweiten Ochsen geholt haben, weil ich habe nämlich eines Teufels ein Eichhörnchen und dann auf einmal wird uns Geld geklaut oder so. Deswegen lassen wir das jetzt gerade nochmal und warten nochmal kurz. Da brauchen wir jetzt gleich nochmal eins von denen rüber. Ihr könnt euch übrigens, ich habe Tag-Nacht-Zyklus ausgemacht. Das ist einfach nur optisch. Also die fangen dann nicht an, hören dann nicht auf zu arbeiten oder so. Ihr könnt kosmetischer Tag-Nacht-Zyklus in den Einstellungen anmachen. Und ja, natürlich gibt es jetzt Speichern. Also es ist jetzt nicht so wie in der Demo, in der ihr nicht speichern konntet. Klar könnt ihr jetzt mittlerweile speichern. Luppigchen, danke schön für deinen Sub im dritten Monat. Vielen lieben Dank dafür. So, wir beschleunigen nochmal ein bisschen, damit wir gleich die ersten beiden Bretter bekommen, hoffentlich. Die Reserve wird nicht für die Produktion benutzt. Was wir hiermit definieren können, ist wie viele Baumstämme mindestens übrig sein müssen, damit wir anfangen Bretter herzustellen. Das ist einfach nur so ein kleiner Schutz dann dafür. So, Brennholz haben wir auch. Das heißt, das haben wir jetzt gleich auch einmal hinter uns gebracht. Ich will auch zocken, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Ja, wir halten das jetzt mal so fest gerade eben. Wir dürfen speichern. Und ihr könnt jetzt auch rein theoretisch die ganze Zeit so weiterspielen. Also ihr seid jetzt nicht gezwungen, irgendwie großartig zu agieren. Gut, ihr müsst natürlich jetzt genug Beeren sammeln, um durch den Winter zu kommen. Wir sind jetzt gerade im Sommer, aber ihr könnt jetzt rein theoretisch auch bei den fünf Familien erstmal bleiben. Und euer kleines Dorf da halten. Auch das ist eine Möglichkeit. Ach, guckt euch das mal an. Ich liebe das. So eine Atmosphäre hier drin. Gibt es einen Hardcore-Modus? Ja, gibt es. Du kannst auch absolut herausfordernd spielen. Tweek, danke schön für deinen Sub. Sehr, sehr lieb. Guckt euch das an. Während ich mir jetzt hier nochmal was einschütte. Ich finde es wichtig, dass wir auch einfach zwischendrin die Atmosphäre mal ein bisschen, ähm... ein bisschen, ähm... wirken lassen. Ah, an die Moderatoren. An die Moderatoren. Kann einer von euch bitte einmal den Link zum Stream unter dem neuesten Männerlords-Video teilen? Das würde mich mal interessieren. Äh, nicht interessieren. Das wäre cool. Stimmt, hat auch was von Richard 3. Absolut richtig. Stimmt. Jedes Mal, wenn es automatisch speichert, habe ich Angst, dass da irgendwas abschmiert oder so. Du hast ja auch leider nicht verweht. Ja, das sind so Kleinigkeiten hier nochmal ab und zu. Aber ich glaube, da... Vielleicht gibt es da noch so ein paar Abwägungen. Ist das noch performance-mäßig vertretbar oder nicht? Mittelalter in Franken. Was ich bis jetzt zu Männerlords sage, bitte nochmal in verständlich, ob ihr den Link zum Stream unter dem neuesten YouTube-Video drunter packen könnt. Der wird da eskalieren, ja? Deswegen haben wir im Podcast auch darüber gesprochen, aus der Sicht eines Minmax und eines normalen Spielers wie mir. Gibt es mittlerweile Gegner oder ist man allein auf der Karte? Man ist noch allein auf der Karte, in Anführungsstrichen, aber es gibt Gegner. Zum Beispiel, hier drüben sehen wir Territorien. Da sind keine Dörfer des Feindes drin, das kommt hinterher noch, aber der kann Dörfer annektieren oder Territorium annektieren. Und da können wir militärisch gegen vorgehen und dann gibt es ein Schlachtfeld, auf dem wir gegeneinander antreten müssen. Es gibt Banditenlager, wie hier drüben, bei dem wir dann zum Beispiel die Briganten, die sich hier befinden, dieses Kameraspringen manchmal ist ein bisschen nervig, aber bei dem wir dann die Briganten, die sich hier befinden, angreifen müssen mit ihrer Rüstung. Ich habe schon wieder rausgetappt, nicht wundern. Das ist nicht... Immer wenn ich raus tappe, dann ist die Musik weg und das passiert, wenn ich hier meine Kamera drehe, weil die ist nur in dem Fenster dran gebunden. Im Moment gibt es nur eine Karte. Im Moment gibt es nur eine Karte, aber mehr Karten sind geplant. So, okay. Dann haben wir die zwei Bretter, haben wir immer noch nicht. Mein Gott. Diese, diese, dieser Showpoint, den müssen wir unbedingt mal vermeiden. Ich werde nochmal ein bisschen erhöhen. Nee, der hat keine Öko... Der hat nichts vorhanden. Der hat kein Dorf, der hat nichts. Der ist komplett außerhalb der Karte. Die Vegetation ist auch herausragend, ja. So, jetzt ist der Ochse hier fertig. Das heißt, der Ochse wird jetzt gleich hochgehen und sobald es dann soweit ist, werden wir einen zweiten Ochsen uns hier zu holen. Und was wir dann machen müssen, ist eine Person, beziehungsweise eine Familie hier zuweisen. Die wird dann daraufhin die Logistik für alles unternehmen, was das Ganze effizienter macht. So, Neri, guten Abend, hallo. War noch nie so neidisch auf euch Gaming-Influencer. Fulabi, danke für dein Follow. Ja, wie gesagt, ich überlege, ob ich dann, ähm, ich hab, äh, wartet mal, vielleicht, ich schau mal ganz kurz bei Discord nach. Äh, 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 äh. Äh, 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 bei Peter, bei Peter Bartke mal gefragt, ob ich vielleicht für die Gamester dann zu Männerlords auch einen Artikel schreiben kann. Ich werde nicht den Test schreiben. Ich hab gesagt, ich hab jetzt ein Wochenende voll mit Streams vor mir von Männerlords Und ich denke mal, vielleicht könnte ich eine Kolumne dazu schreiben oder ähnliches. Also da wird es auf jeden Fall, ich hoffe, dass es da auf jeden Fall was von mir geben könnte zu dem Thema. Und ich würde mich sehr darüber freuen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Also, ja, genau. Zu Millennia gab es ja einen Artikel von mir, Stellaris Nexus, zu Aufbauspielen allgemein auch. Ich habe ja bei dem Aufbauspiel-Ranking mitgemacht. Mannerlords müsst ihr einfach mit dazu packen. Mannerlords muss einfach mit dazu kommen. Das heißt, ich versuche das dann auch wirklich nicht nur einfach quasi ein stumpfes Song, in Anführungsstrichen, das ich hier für euch mache. Sondern ich versuche mich da auch wirklich beruflich mit auseinanderzusetzen als Vollzeit-Creator. Batz fragt, Servus, grüß dich. Könnte man die Karte, die ganze Karte bebauen? Ja, du könntest die ganze Karte bebauen, wenn du möchtest. Weißt du, es sind erst wenige Minuten, aber so wie es den Anschein macht, sehen wir gerade, was passiert, wenn fähige Entwickler mit Liebe zu spielen sich selbst verwirklichen dürfen. Wunderschön offensichtlich von einem Aufbaufan entwickelt. Würde ich auch erstmal so unterschreiben, ja. Ich habe jetzt insgesamt in dem Spiel schon zwölf Stunden vorher sammeln können. Ja, Ranger Kolumna, der junge Bruder von Carla. Aber die haben immer noch keinen Baum hier hingebracht. Das geht mir was auf den Knusper. Oh, für Knusper geht das. Wir haben auch hier oben noch, wobei die Vorräte sind nur noch Steine hier. Da haben wir noch einen Baumstamm. Dann sind wir durch. Axel Muggeli, grüß dich. Ist immer beim individuellen Bauen immer an vier Greifpunkte gewohnt, oder kann man den Riesenmarktplatz auch ein wenig organischer bauen? Du bist immer an vier Greifpunkte gebunden. Also könntest den organischer bauen, aber du bist immer daran gebunden. Ich habe jetzt quasi ein Viereck dann dafür gewählt. Hier seht ihr jetzt übrigens die ersten Marktstände. Die Familien fangen dann an, nämlich hier hinzugehen und ihre Marktstände hier aufzubauen. Die Beeren-Sammler haben hier ihren Markt gebaut. Der Brennholz-Stand hat hier ihren Markt gebaut. Ihr werdet sehen, das wird hinterher noch viel, viel mehr werden. Also nicht verwundern lassen jetzt am Anfang. Das bedeutet aber auch, hier wird immer einer von denen hier ist jetzt gerade am Handeln. Also der sammelt jetzt gerade keine Beeren. Genau dasselbe gilt auch für diejenigen beim Brennholz. Da ist jetzt gerade auch einer am Handeln und sammelt kein Holz in dem Moment. Wenn ich eine organische Straße, hoppala, ich kann also leider, wenn ich eine organische Straße vorher bauen kann, ich glaube, den Marktplatz an die Straße verknüpfen, wäre es dann organisch, oder? Ja, dann ist es organisch, klar, aber du musst halt immer vier Punkte setzen. Aber du kannst ja auch eine Straße langziehen, die kannst du so S-förmig machen und wenn du da die vier Punkte dran gesetzt bekommst, wir können es ja einmal kurz testen. Also, ich baue jetzt mal hier eine Straße hin, die kann ich hinterher abreißen. So, und das hier wird dann von mir aus, keine Ahnung, so, das ist jetzt die Straße. Daraufhin kann ich dann den Marktplatz nehmen und kann dann zum Beispiel anfangen, den hier hinzusetzen und jetzt kann ich den einmal intelligenterweise hier um die Schwung drumherum packen, kann da dann was hinsetzen, kann hier was hinsetzen und könnte hier oder hier oben was hinsetzen und daraufhin wäre der organisch hier drin. Also das geht schon. Du kannst den dann quasi wie so ein, wie so eine Rennbahn drumherum bauen. Das geht. Rain, dann gewinnt ein Follow. Also da seid ihr dann eher weniger dran gebunden, ihr müsst halt nur immer diese vier Punkte setzen. Mit Alt können wir die Straße wieder abreißen, kein Problem, dann wird das Segment, was ihr in einem Zug gebaut habt, abgerissen. Also immer darauf aufpassen, wie viele ihr in einem Segment abreißen werdet. Wir haben immer noch ungeschützte Waren, das ist bei Steinen nicht so schlimm. Das ist schlimm. Wir haben jetzt gerade allerdings nur eine Familie, die arbeitet. Ah, hier wird übrigens Gemüse schon angebaut. Verliebt in dieses Spiel. Was machen denn die Personen? Die Personen sind die Holzfäller. Ach, guck mal an. Also, die Holzfäller, die arbeiten hier oben und die Frau pflügt den Acker. Da seht ihr zum Beispiel, wie sich das Ganze ein bisschen aufteilt in dem Moment. Das hier ist übrigens immer monatlich, also nicht verwundert sein, wenn das nicht direkt nach oben geht wieder für euch, ne? Werden es so organisch haben können, an einem Quadrat. Hallo! Bis nachher, Hermann Josef. Immer alles linear zu bauen oder in Kästen. Also ich werde jähnterher richtig anfangen, organisch zu bauen. Ich will nur diesen Marktplatz haben, der ist zum Beispiel... Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet ist der Marktplatz, auch die alten Marktplätze sind bei uns eckig. Fragt mich nicht, warum. Keine Ahnung, warum das so ist. Ja, also auch schon die historischen Marktplätze, die es bei uns gibt. Die sind eckig. Darum baue ich dann jetzt ein paar Häuser und dann wird es dahinter organisch. Aber ihr könnt auch von vornherein schon so ein organisches Ding bauen. In dem Fall nicht, weil in diesem Spiel... Das Spiel ist halt angelehnt an das Historische und da war es halt nochmal so mit dem Rollenbild. Das sieht, glaube ich, eher weniger jemand kritisch hier in dem Spiel, dass dann die Frau natürlich nicht hier alle Arbeiten wahrnehmen kann, weil es halt historisch angelehnt ist an das Ganze. Woher aus dem Ruhrgebiet, aus Essen. Hier wurde ein Ando-Style gebaut. Ich glaube auch. Zweite Wolf, danke für dein Follow. Spawn die Bewohner einfach oder muss man die richtig fortpflanzen? Äh, die wandern zu. Die wandern zu, sobald du über 50 bist. Also über 50 Zufriedenheit. So, haben wir jetzt die zwei Holz... Nee, die Bretter sind immer... Warum wollen die denn nicht hier hin? Werden nochmal Mauern, Burgen... Äh, Mauern, Burgen... Burgen, Mauern und Türme dazukommen? Ja. Werden. Und auch schon im Spiel drin. Allerdings keine riesengroßen Bergfriedi, wie ihr das vielleicht kennt, so wie aus Stronghold, sondern hier drin haben wir eher sowas wie ein Herrenhaus. Das Herrenhaus mit einer Holzmauer drumrum setzen. Rudi, danke für deinen Satz im vierten Monat. Das werden wir hier drin eher machen. Die Segelgrube ist immer noch so ein bisschen unser Showpoint hier drin. Und dass halt hier drin nichts gebaut wird, ist auch gerade noch ein bisschen blöd für uns. Wie viel haben wir denn? Ein Holzfällerlager. Wir werden einmal das Holzfällerlager kurz in Pause setzen, damit die Personen jetzt nochmal mitarbeiten. So eher wie ein Foundation, das Herrenhaus. Ja, genau. So wie ein Foundation. Das ist ein guter Punkt. Auch im Mittelalter haben wir manchmal Brände etc. Stadtteile neu geplant und damit ist quadratisch sinnvoll. Heutzutage sagt man ja eh, dass bei der Stadtplanung quadratisch sinnvoller ist, auch aufgrund des Verkehrs und ähnliches. Ähm, historischen Stadtbau kenne ich leider eher weniger. Ich glaube auch, dass wenige Leute auf historischen Stadtbau wirklich spezialisiert sind, muss man sagen. Das ist ja eher dann... Ja, Militärwesen und ähnliches. Das ist ja dann doch schon spannender, wahrscheinlich auch für die Historikerinnen und Historiker, wenn es in den Fachbereich reingeht. Der Speicher ist fertig geworden. Sehr schön. Den haben wir jetzt also abgeschlossen. Jetzt könnten wir hier einen allgemeinen Sammelpunkt machen. Den werden wir noch nicht bestücken, noch nicht besetzen. Und ich werde einmal hier noch ein weiteres Lager hinsetzen. Ein Lagerhaus. Die kommen bei mir beide. Dadurch... Ich überlege gerade. Dadurch, dass sich das hier ausweitet... Nein, die packen wir beide hier hin. Im Moment ist das noch nicht so. Wenn die Banditen euch überfallen, dann kommen keine Banditen zu euch hin, sondern die plündern einfach und dann bekommt ihr eine Nachricht. Das heißt, ihr müsst die irgendwann besiegen, wenn die zu häufig bei euch plündern. Dann müsst ihr aber da hingehen. Hier seht ihr zum Beispiel, ein weiteres Familienmitglied schließt sich einer niedergelassenen Familie an. Das ist dann zum Beispiel, wenn ein Kind geboren wird oder ähnliches. Aber das Kind ist dann meistens in dem Regelfall schon ausgewachsen. So wie ich es bislang gesehen habe. So. Okay. Siedlungsstufe freigeschaltet. Sehr gut. Damals war es halt einfach alles praktisch. Genau. Achso, wir müssen das hier noch machen. Fällt mir gerade mal ein. Wir haben jetzt die fünf Häuser gebaut. Das heißt, bei uns ist keiner mehr obdachlos. Und wir haben jetzt hier unsere Häuschen alle. Die haben jetzt alle ihr Plätzchen. Die sind jetzt alle zufrieden, munter, fröhlich. Und wir müssen jetzt hoffen, dass wir jetzt hier auf 50 hochkommen werden in schnellster Zeit. Das bedeutet für mich aber auch, dass ich... Warte mal, wir werden das nochmal hier erhöhen. Ich werde mal einen beim Anbindebalken reinpacken. Die managen das dann ein bisschen sinnvoller. Weil das dann zum Beispiel auch was zur Segelgrube kommt, endlich mal. Sie werden geboren und gehen direkt ins Kohlebergwerk. Ui, 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 ui. Das kann natürlich sein. Why not? Ist die question, ne? Why not? Setz das Zwetschgen hier in se Fall. Ein Banditenlager wurde entdeckt. Wir haben jetzt also ein zweites Banditenlager in die Nähe bekommen. Das ist hier unten. Das ist direkt neben uns sogar. Wir haben ein sehr großes Territorium bekommen. Das hier ist, glaube ich, das Größte. Nussholz? Ne, Nusslohe heißt das. Das hier immer, äh, immer Reue oder so. Immer Reut. Immer Reut ist das Größte. Das ist das Größte. Warum sind die Grundstücke so groß? Da können locker acht Reihenhäuser drauf. Ja, war klar, dass die gesamte Bubble heute spielen wird. Geben die kleinere Hintergärten auch Erträge? Ja. Das ist sogar der einzige Weg, wie man Gemüse bekommt in seiner Stadt. Oder beziehungsweise einer, der einzige Weg, auf eigene Art und Weise das zu machen, weil der andere ist Produktion dann. Wir können hier aber hinterher auch noch ein Haus hinbauen, wenn wir sagen, das hier soll nicht so leer sein. Und CW liegen dann geschehen für deinen Follower auch. Ähm. Warum wehren die sich so gegen die Bretter? Ja, da bin ich ja jetzt auch immer gespannt. Lasst uns mal schauen. Ledernacken, hallo. Lasst uns mal schauen, was beim Anbindebalken der Fall ist. Da führt nämlich jetzt gerade, Tepenem führt gerade den Ochsen. So, ich muss jetzt gleich eigentlich nochmal Namen vergeben. Dr. Lücke, mach's gut. Schön, dass du da warst. Gleich bis morgen. Das war in den nächsten Streams. So, okay. Okay, das haben wir. Der holt jetzt hier oben irgendwas ab. Wir wissen nicht was. Naja, okay. Wir haben eine neue Nachricht bekommen. Wir haben nämlich gerade eben das Lagerhaus fertig gebaut. Das heißt, wir haben jetzt unsere Waffenlieferung bekommen. Die bekommen wir einfach standardmäßig, wenn wir das eingestellt haben. Wenn ihr es Hardcore wollt, könnt ihr es ausstellen. Äh, Spoiler. Momentan ist es noch verbuggt. Das heißt, wenn ihr es auf Nein stellt, stürzt das Spiel ab. Deswegen ist das auch im Hardcore One. In der Preview der Early Access Version zwei Wochen vor Release noch nicht möglich. So. Wird die Arbeitszeit proportional zur Größe des Gartens beeinträchtigt? Ja. Genau. Witz. Waffenlieferung. Eine starke Miliz ist für das Überleben meiner jeden Siedlung unerlässlich. Glücklicherweise ist gerade eine Waffenlieferung eingetroffen und ihr könnt nun eure ersten Milizen erstellen, die für euch den Militärdienst leisten und das Volk beschützen. Sobald die Siedlung wächst, brauchen wir jedoch mehr Waffen, um alle Menschen auszurüsten. Entweder indem wir selbst herstellen oder aus anderen Ländern importieren. Lasst uns die Milizen aufstellen. Daxi, danke für dein Follow. Wusstet ihr, dass Ranger auch Synchronsprecher ist mittlerweile? Ich habe das erste Spiel synchronisiert. Warno heißt das. Und ihr werdet mich sehr bald im Spiel hören. Passiert automatisch oder machst du das selber? Das müssen wir selber machen. Mit Ressourcen. Das müssen wir selber machen. Mit Ressourcen. Ich warte jetzt nur noch auf die, auf die, auf die Bretter. Volk, Asynchron-Sprecher. Warum sagst du das jetzt, Alphanob? Jetzt sag mir nicht, das ist bei dir Asynchron. Spielen wir das zusammen? Äh, wenn es rauskommt, werden wir da wahrscheinlich auch zusammen mal reinschauen. So. Bretter, die die Welt bedeuten. Das bedeutet jetzt hier wirklich viel. Denn durch die Bretter können wir. Also, warum warte ich auf die zwei Bretter? Wenn die zwei Bretter hergestellt werden, können wir den Anbindebalken ausbauen. Manche Gebäude haben nämlich eine Upgrade-Funktion. Und hier drin können wir dann mit den zwei Brettern den Anbindebalken zu einem kleinen Stall ausbauen. Daraufhin bekommen wir die Stallfläche zwei groß. Also nicht nur ein, sondern zwei. Und dann können wir uns ein Pferd dafür holen. Äh, ein Pferd, ein Ochsen dafür holen. Es gibt auch noch Pferde. Die können genau dasselbe wie die Ochsen. Sind aber ein bisschen schneller. Einfach nur, damit ihr das hier in dem Fall gehört habt. Und Shadow, vielen lieben Dank für sechs Monate auf Stufe zwei. Im Voraus. Vielen Dank für diese Unterstützung und für dieses Vertrauen in mich. Bist du dir sicher? Jetzt ist es zu spät. Vielen lieben Dank dafür. Sehr, sehr lieb von dir. Vielen, vielen lieben Dank. Schreibe ich jetzt nicht ein drittes Mal, warum ich verbote, dass die keine Stämme hinbekommen. Die bekommen keine Stämme dahin, weil die, äh, weil der Ochse beschäftigt ist. Durch, mit dem Bau gerade. Deswegen bekommen die keine Stämme dahin. Der wird jetzt gleich wahrscheinlich... Hoppala. Der wird jetzt gleich wahrscheinlich den Ochsen dorthin bringen. Schleunige nochmal ganz kurz. Ihr seht ja, wo die hingehen wollen. Hey, wo will der denn hingehen? Zum Anbindebalken. Nee, der geht jetzt rüber. Der stellt ihn jetzt da ab. Ja, super. Du hast es aber toll gemacht. Der holt jetzt die letzten Sachen von da drüben. Ja, sowas von sicher. Das freut mich zu hören. Und der ein Brett unterm Arm klemmt? Das wäre es noch, ne? Die Brennholzhütte ist übrigens voll. Da haben wir jetzt alles gemacht. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal die Person wieder rausnehmen. Und müssen uns da nicht drum kümmern. Und TJ, ey, ich sit dann ganz schön für deinen Sub im 12. Monat. Ein Jahr voll. Und jetzt seht ihr hier schon, wie sich das alles kaputt trampelt drumherum. Wie die Grasfläche immer dunkler wird und immer mehr Laufwege hier reingezogen werden. Das ist nämlich auch ein wichtiger Teil von dem Ganzen. So, das heißt für uns weiterhin die Säge und Holzlager. Es wurde nichts eingelagert. Warum ist denn nichts eingelagert worden bislang? Erweitert. Hm. Wir lassen das aber mal ohne den dauerhaften Viehbestand jetzt erstmal. So, was haben wir denn noch als nächstes? Also, wir haben... Wir brauchen noch einen Förster. Den können wir uns jetzt auch auf jeden Fall hier hinsetzen. Den Förster, der dann erstmal dafür sorgt, dass hier der Rest wieder drumherum mit Bäumen begrünt wird. Und dann haben wir nämlich diesen Bereich hier erstmal schon mal komplett voll. Können wir uns um den Rest hinterher kümmern. Kann man dann die Wege auch upgraden? Die Wege bleiben im Regelfall erstmal solche Dreckswege. Hier gibt es nur eines, die Peitsche. Ist so! Viel schneller mal mit der Peitsche durchgreifen. Das ist einer der wichtigen Punkte. Ähm, ich werde jetzt trotzdem nochmal dem Ochsenträger hier weiter folgen. Dem Ochsenknecht. Da ist ja Ochsenknecht. Hier, seht ihr? Daher kommt also der Name. Uwe Ochsenknecht. Daher ist er der Name. Der bringt jetzt auch mal wieder das darüber. Der schaut aber so aus... Ne, das ist ja der Bereich hier. Äh, Steinwald ist krank. So wie ich quasi krank war. So, das bringen wir jetzt auch hier hin. Jetzt haben sie es endlich hingebracht. Ah, endlich! Sehr schön. Das heißt, jetzt können wir das auch nochmal beschleunigen. Jetzt haben wir einen Förster. Das heißt, wir können jetzt auch eine Familie zum Förster packen. Und jetzt gleich können wir dann auch... Lass uns das nochmal ein bisschen weiter beschleunigen. Wir gucken dann nochmal hier rein. Der Erste fängt hier dran an zu sägen. Und wir haben die ersten Bretter. Ich hab das jetzt einfach nur beschleunigt, damit wir hier vorankommen. Das werden wir jetzt hier ausbauen. Daraufhin wird das hier geupgradet. Und dann können wir uns nämlich den Ochsen holen. Der Ochse kommt dann nach der Zeit über die Person dann hinterher rein. Da steht auch bei YouTube, bei dem Community-Tab. Da hab ich es durch Zufall gesehen. Kann der Ochse bitte nach mir benannt werden? Maverick soll der Ochse heißen. Ja, musst du mich gleich nochmal dran erinnern. Okay, so. Alphanoop, du könntest mir jetzt nochmal die Namen geben. Weil jetzt kann ich alle Namen verteilen. Du könntest mir jetzt nochmal die Namen geben, sodass ich dann alle hier ins Spiel mit dazu packen kann. Ihr werdet dann hinterher auch in meiner Armee sein. Das will ich nur einmal kurz hier hervorgehoben haben. Das heißt, wir haben jetzt eins, zwei. Benny the Old Man, danke für den Follower. Außer natürlich hier bei dem Brennstoff. Da haben wir gerade keinen drin. Und hier können wir dann nochmal hinterher jemanden reinpacken. Und Krumpf, danke schön auch an dich für den Follower. So, das heißt, wir müssen uns jetzt nur noch hier drum kümmern. Ranger natürlich. Der Ochse fängt aber nicht an. Der spielt das auf YouTube, Leute. Der spielt das auf YouTube. Okay, so. Also, wir haben dann einmal Flachsdachs. Willkommen im Dorf. Dann haben wir einmal... Warte mal, das können wir ja auch anpassen. Krischi. Tine. So. Dann haben wir einmal... Den Nascon. Zack. Da haben wir die Ersten. Dann haben wir hier einmal bei den Personen... Tepenem Ginshuen. Und dann haben wir hier nochmal... Unser dummer Ossi. Bei deinem Namen. Jedes Mal, ne? Unser... So. Hoppala. Entschuldigung. Ich bin auf eine andere Taste gekommen. Guck mal. Ossi. So. Haben wir. Okay. Das heißt, wir könnten jetzt noch... Eins, zwei... Neun Namen könnte ich noch vergeben, Alphanoop. Neun Namen könnte ich noch vergeben. Dann haben wir nochmal... Asmo. Peter, danke für dein Follower. Asmo... Kaiser Karl. Ich nenne mal nur Kaiser Karl, ja? Warte, ich muss jetzt mal kurz raus haben. Und Ventris. Okay. Und... Ah! Manchmal hängt das ein bisschen... Oh, der möchte jetzt gerade nicht irgendwie. Der hat ein Problem. Der hat ein Problem mit Shift-V. So. Ich packe da meine Sternchen wieder hinter. Ne? Ihr wisst ja. Damit ich euch immer unterscheiden kann. Von denen, die standardmäßig dazu gekommen sind. So. Dann haben wir nochmal... Dann haben wir nochmal... Belrea. Balai. Balai. Tchok. Und... Jarek. Okay. Und drei Namen noch. Dann sind wir durch. Dann haben wir erstmal die ersten Leute hier drin benannt. Damit wir das noch ein bisschen mehr erhöht bekommen, müssen wir jetzt gleich zwei Sachen machen. Und zwar müssen wir eine Kirche bauen. Das heißt zwei Sachen machen. Wir müssen... Wir müssen die Kirche bauen. Punkt. Das war's. Dann kriegen wir das nach oben. Dann kriegen wir das nach oben gesteigert. Für die Kirche brauchen wir aber wahrscheinlich noch ein paar mehr Sachen gleich. Und zwar Baumstämme und Holz. Okay. So. Ich packe jetzt nochmal die letzten beiden Personen rein. Jarek. Jarek. Haben wir. Jampftl. Haben wir auch. Und dann einmal... Shizuma. Sehr schön. Okay. Dann haben wir jetzt erstmal alle Personen hier bei uns im Dorf benannt. Ich beschleunige nochmal ganz kurz, damit hier diese Person dann auch fertig wird. Jetzt weiß ich nur nicht, wo die letzte Person drin ist. Jetzt weiß ich nur nicht, wo die letzte Person drin ist. Beziehungsweise die Personen drin sind, die noch keinen Arbeitsplatz haben. Hier haben wir einen Schreiner. Blick. Danke für deinen Follow. Hier haben wir einen Schreiner. Hier haben wir den... Da drüben. Also Förster. Das hier ist der Ochsenknecht. Ah, jetzt haben wir uns die Banditen Holz aus dem Lager geklaut. Ich glaube, ich flipp gleich aus. Brennholz. Da ist der Wildbeuter. Schreiner. Und die haben gerade nichts zu tun. Die bauen. Die bauen auf. So. Jetzt haben wir das hier fertig. Das heißt, wir werden jetzt hier für 20 einen kleinen Ochsen holen. Daraufhin wird das Vieh jetzt hier hingebracht. Und zwei Personen werden sich daraufhin um die Ochsen kümmern, dass die von A nach B verteilt werden. Gleichzeitig können wir aber auch nochmal hier hingehen und können dann hier sagen, okay, wir werden jetzt nochmal verbessern und werden hier nochmal eine Gemüsefarm reinbauen. Diese Gemüsesachen werden dann hinterher auf dem Dorf auch verkauft. Ranger, sein Dorf ist begehrt. 50 Plus stehen noch auf der Liste. Ja, das werden wir... Es kann sein, dass wir es heute vielleicht noch im Stream knacken. Wenn wir jetzt gleich einmal im Plus sind, dann geht das recht schnell nach oben. Die Kirche werde ich übrigens hier oben hinbauen. Die werde ich hier hinsetzen. Die wird also auch zentral. Hier werde ich eine Kirche hinsetzen. Hier werde ich eine Taverne hinsetzen. Hier wird quasi alles, was einigermaßen zentral ist, hinkommen. Es gibt übrigens keinen Umkreis für die Gebäude. Es kann also auch jemand, der hier hinten ist, die Taverne hier besuchen. Aber im Regelfall haben die nicht genug Zeit, um von hier hinten aus hier hinzulaufen. Theoretisch ist es möglich, praktisch nicht. Wir kommen auf die Liste mit Kanalpunkten. Das ist dann die Flöter, moin. Das ist leider der einzige Weg, wie wir da die Übersicht bewahren können, weil dann die Moderatoren das abhaken können. Sowas hasse ich nämlich immer. Ich auch, ich auch. Dann können wir nämlich mal sehen, hier dieses wunderschöne kleine Häuschen direkt am Rand. Guckt euch mal an, wie toll das aussieht. Schaut euch das mal an. Meine Fresse, nee, ey. Oh, ist das herrlich. Leckte mich am Arsch. Entschuldigung, aber ich muss einfach mal euphorisch sein. Wann hat man mal so ein schönes Spiel in der Strategiewelt gesehen? Kannst du Straßen auch hochbrauen? Also Brücken, nee, das geht leider nicht. Also Brücken bauen können wir nicht. Können wir eher weniger. Beides, bitte. Beides. Muss auch mal abgedeckt sein. So, okay. Also, wir werden jetzt hier auch nochmal einen Holzfäller dazu packen. Ähm, wir nehmen nochmal den Förster raus, weil Bäume haben wir gerade genug und packen da nochmal einen hin. Es fehlt leider ein Fluss oder ein See noch. Es gibt einen Fluss, ähm, die sehen aber nicht, das ist eher ein Bach, würde ich sagen. Hier. Da seht ihr es. Das ist eher so ein kleiner Bachverlauf. Also so ein großer Fluss gibt es eher weniger hier drin, gibt eher so einen Bachverlauf. Moment, habe ich noch auf, nee, ist normal eingestellt. Zugucker, einen wunderschönen guten Tag, hallo. Da seht ihr zum Beispiel, wie das dann aussieht. Das Wasser sieht geil aus, vor allem so schön dreckig, so schmutzig halt. Das finde ich auch toll. So ein schmutziges kleines Ding. Das hat sich seltsam angehört, ihr wisst, wie ich das meine, ja? Sind Naturkatastrophen geplant, weiß ich nicht. Aber Naturkatastrophen würde irgendwie auch nicht so richtig den Ansatz der Authentizität passen, weil ja, natürlich gab es Naturkatastrophen, aber so richtig, ja. Kannst du ein Lager schützen mit Mauern oder sowas? Nee. Ähm, es ist ja eigentlich auch gar nicht so gewesen, dass die Dörfer alle durch Mauern umringt worden sind. Es war ja meistens nur bei richtig großen Städten der Stadtkern, der durch Mauern umringt wurde, und ansonsten eher das Herrenhaus. Die Dörfer an sich, die waren ja weniger durch Mauern geschützt, und das will man ja hier drin auch ein bisschen einfangen, ne? Und so sieht, könnte man denken, das ist ein First-Person-Spiel und kein Aufbau von der Grafikpracht. Ja, absolut. Spiel schaut einfach nur wunderschön aus. Mhm. Absolut. Absolut. Welche Einheiten gibt es im Militär? Das können wir uns mal gerne kurz anschauen. Äh, wir können auch sogar die erste Einheit schon rekrutieren. Und zwar, gehen wir kurz mal auf das Militär ein. Ähm, es ist folgendermaßen. Es gibt, das Militär wird im Kern durch unsere Milizen gestellt. Milizen bedeutet, dasselbe System, was ihr vielleicht, falls ihr aus der Schweiz kommt, in der Schweiz kennt, oder insgesamt in der Schweiz kennt. Das bedeutet so, jede Person wird im Falle eines Falles, jede männliche Person wird im Falle eines Falles euer Dorf verteidigen. Dafür werdet ihr Einheiten herstellen aus den Milizen. In den Milizen gibt es Fußsoldaten-Milizen, es gibt Sperrkampf-Milizen, es gibt Stangenwaffen-Milizen, und es gibt Bogenschützen-Milizen. Diese vier Miliztypen gibt es derzeit im Spiel. Ähm, Himbeere mit Sahne, Hallo, Neo, danke für dein Follow. Sobald ihr sagt, wir wollen eine bestimmte Milizeinheit haben, zum Beispiel Sperrkämpfer, machen sich eure Leute auf den Weg, sich die Ressourcen oder die Waffen zu holen, die sie dafür benötigen. Also in dem Fall Sperre und große Schilde. Die gehen dann ins Lager, schnappen sich die Waffen, gehen nach Hause und bringen diese Waffen nach Hause. Und jetzt, wenn jetzt in dem Moment der Fall, der Verteidigungsfall kommt und ihr die Einheiten einberuft, dann lassen die Milizen, also die männliche Bevölkerung, ihre Arbeit ruhen, rennen nach Hause, schnappen sich ihre Waffen und stellen sich dann auf. Wir können jetzt hier mal gucken, wir nehmen den Sperrkampf-Miliz, sagen, alles klar, eine Einheit besteht im Regelfall aus 36 Einheiten. Und jetzt können wir dann zum Beispiel sagen, äh, wir können die Einheit entfernen, dass die komplett einfach weg ist, kostet auch kein Geld oder wir sagen, sammeln. Und daraufhin klicken wir hier hin und jetzt wird überall, werden jetzt diese Einheiten, hören jetzt mit ihrer Arbeit auf und kommen hier hin. Das bedeutet, uns fehlen jetzt 10 von 15 Personen in der Wirtschaft. Also müssen wir uns genau überlegen, ob wir unsere Armee ausheben wollen oder nicht. Dann kommen die hier hin, stellen sich dann auf, in den Reihen, wie ihr es dann haben wollt und beziehen dann hier Position. Wir werden uns hinterher auch nochmal einen Kampf angucken. Und dann steuern wir die Einheiten entweder hier mit, also rennen, stehen bleiben, auflösen, dass sie wieder nach Hause gehen oder 5 verschiedene Stands, die wir uns hinterher nochmal angucken werden. Wir wollen jetzt nicht, dass sie zu lange aufhören. Ein Kritikpunkt von mir, wenn wir die Einheit auflösen, Schwerter und Schilde sind einfach vor Ort weg und die gehen wieder zur Arbeit. Das ist doof, weil da müssen die vorher nämlich nicht nach Hause gehen und ihre Sachen holen, wenn die danach einfach wieder die Sachen fallen lassen und sagen, yo, alles klar, hab damit nichts zu tun. Kleiner Kritikpunkt an der Stelle, aber den muss man halt auch erwähnen. Wenn wir schon bei auf Liebe zum Detail achten, dann ist das natürlich doof. Aber jetzt kein Beinbruch. Es gibt noch zwei andere Sachen, um eure Armee zu verstärken. Es gibt hinterher einmal eine Leibgarde für euch, die gucken wir uns an, wenn wir das Herrenhaus haben. Und es gibt einmal die Möglichkeit der Söldner. In unregelmäßigen Abständen werden euch Söldnerkompanien vorgeschlagen, die ihr vom privaten Geld, das ihr habt, also das Vermögen, was hier oben immer angezeigt wird, rekrutieren könnt. Mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihrem eigenen Namen und mit den eigenen Einheiten. Da seht ihr dann zum Beispiel auch die Bilder hier oben. Könnt ihr euch dann nochmal Leute holen, dann könnt ihr richtige Armeen hinterher haben. Die Kämpfe sind insgesamt kleiner als in Total War. Das Spiel wurde ja mit Total War im Vorfeld verglichen. Die Kämpfe sind kleiner als in Total War, können aber trotzdem ein paar hundert Leute umfassen. Und jetzt kommt ein Take, den ich auf jeden Fall auch weiterhin so halte. Dass im Vorfeld dieses Spiel als Total War Killer bezeichnet wurde von einem anderen Creator, war das schädlichste, was man jemals machen konnte, weil man damit eine falsche Erwartungshaltung geweckt hat. Aber, und jetzt gehen wir auf das Spiel ein, das Spiel macht es genauso, wie Medieval 3 es machen müsste. Und dann gucken wir uns hinterher in so einer Stunde ungefähr den Militärbereich an. Und dann sage ich euch, warum das so ist. Cliffhanger Ranger, Armer Vater, Dankeschön für dein Follow. Sehr, sehr lieb von dir. Vielen lieben Dank. Wir werden wie besser und steigen im Rang auf. Ist geplant, ist auch schon, ist auch schon, die Icons sind auch schon drin, ist aber noch nicht implementiert. Leider. Outcast, Ahoi. Grüß dich. Okay, wir gucken noch mal kurz. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Bauholz. Wir brauchen hier noch einiges mehr. Insgesamt Holzfällerlager nutzen wir auch. Das machen wir auch. Und jetzt kommen wir zu einem der spannendsten Bereiche. Jetzt kommen wir zu einem der spannendsten Bereiche. Erstmal Herbst, ja. Schaut euch mal an, wie der Herbst aussieht. Welch bunte Vielfalt uns hier kredenzt wird. Du kannst auch komplett ohne Militär spielen. Du kannst komplett Pazifistisch spielen, wenn du möchtest. wie Gesangstranger. Also sehr sympathisch, Angelus. Okay. Erinnert ihr euch noch daran, dass ich gesagt habe, diese Territorien werden hinterher alle ihre Spezialisierung haben? Und dann vielleicht ein Dorf versorgen? Jetzt kommen wir zu einem der interessantesten Teile, die ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen haben werdet. Ich denke, ich wette, das gab es noch nicht in der Demo, oder? Nee, das seht ihr jetzt erst. Hier oben ist ja unser Stadtname. Hier seht ihr so eine 1 neben, ne? Wir können auf diesen Stadtnamen draufklicken. Und daraufhin öffnet sich der regionsspezifische Forschungsbaum. Und dort drin könnt ihr eine Spezialisierung für euer Territorium auswählen. Ihr könnt nämlich sagen, entweder möchte ich gerne auf die Landwirtschaft gehen, hier in dem Bereich. oder ich möchte gerne auf Forstwirtschaft gehen in dem Bereich. Ich möchte auf Industrie gehen oder ich möchte auf Handel gehen. Und das macht so viel aus, das macht so viel aus, das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil dadurch nämlich bestimmte Sachen erst freigeschaltet werden. Streuobst, Obstgärten, schaltet ihr erst dadurch frei. Den schweren Flug, dass sie auf dem Feld arbeiten, nicht mit der Hand arbeiten müssen, sondern halt diesen Flug haben, schaltet ihr erst dadurch frei. Dünger schaltet ihr erst dadurch frei. Passives Einkommen durch Forstwirtschaft schaltet ihr erst hier durch frei. Rüstung könnt ihr erst hier mit freischalten und auch Köhlereien oder auch bestimmte Handelsarten. Also das ist wirklich enorm. Enorm. Die Kampagne oder Endlosspiel? Es ist beides dasselbe. Es gibt keine Kampagne an sich. Vornex, danke für dein Follow und Holiness, danke schön für deinen Sub. Sehr, sehr lieb von dir. Gibt es keinen Brauereiskillbaum? Ne, Brauerei kannst du einfach so bauen. Das geht auch so. Okay, so. Dann haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze umzubenennen. Das können wir zum Beispiel Immenranger nennen. So, Immenranger. Nehmen wir rein. Und dann gibt es hier noch ein paar mehr Sachen dazu. So, wir schließen das nochmal. Wir gehen nochmal drauf. Jetzt steht hier auch in der Mitte Immenranger. Jetzt können wir hier sagen, wir wollen zum Beispiel auf die Gesetze gehen. Hier gibt es dann die verschiedenen Gesetze, die wir erlassen können. Es gibt im Moment leider nur zwei Gesetze und vier Bilder hier noch zusätzlich. Der Rest ist noch geschlossen. Der ist im Early Access leider noch nicht drin. Der ist noch Work in Progress. Hier haben wir dann im Moment Jagdrevier oder strenges Fasten. Es gibt immer einen Vor- und Nachteil. Jagdrevier bedeutet zum Beispiel, wir haben doppelte Population bei den wilden Tieren, aber wilde Feldfrüchte bringen uns 50% weniger. Oder wir haben strenges Fasten, Nahrungsverbrauch wird reduziert, aber auch die Zufriedenheit gesenkt. Und es gibt hier noch einen Produktionsreiter, wo noch gar nichts drin ist, wo ich auch noch nach zwölf Stunden noch nichts drin gesehen habe. Manche Sachen schalten sich aber ein bisschen später frei. Vielleicht schaltet sich da noch irgendwas rein. Moin Fornax, grüß dich. Ist die Preview, wie du hier spielst, schon die finale Version, wie sie am 26. veröffentlicht wird? Es ist im Grunde genommen die Preview-Version des Early Access, aber es kann sich natürlich in den zwei Wochen noch einiges tun im Bereich Übersetzung, im Bereich Performance, im Bereich Balancing. Also da sind noch zwei Wochen Zeit, die das Ganze ist. Im Prinzip ist das aber so das Spiel, wie es am 26. neu auch präsentiert werden wird. Das gibt es doch nicht. So, okay. Wir wollen da mal gucken. Wir wollen mal gucken, dass wir jetzt gucken, welchen Bereich wir hier priorisieren könnten. Was wir hier priorisieren könnten. Ich weiß es noch nicht. Ehrlich gesagt, weiß ich es noch nicht. Wir können natürlich auf die Jagd gehen. Ich bin da noch ein bisschen in Notar gerissen, was das erste Dorf immer angeht. Das kann ich noch gar nicht genau definieren. Ich würde ehrlicherweise das noch mal ein bisschen nach hinten verlagern. Was ihr übrigens erfüllen müsst, um auf die nächste Dorfstufe zu gehen, das seht ihr immer, wenn ihr hier oben drauf geht. Also zum Beispiel sehen wir, wir brauchen fünf Stufe 1 Häuser und wir brauchen hier aber auch ein paar Stufe 2 Häuser, nämlich zwei Stück genau. Und was man dafür machen muss, aber wir können nur einen Strang wählen. Ne, ne, wir können mehrere wählen. Wir können die Punkte überall investieren, wo wir möchten. Tempel Pack hier auf jeden Fall. Hier schaut man dann zu. Vor allem, weil Ranger jetzt gerade den Crash hatte. So. Was wir dafür machen müssen, das sehen wir hier. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Kirche, wir brauchen Brennstoff, Lebensmittel, Bekleidung, viele, viele, viele verschiedene Sachen. Wir gucken noch einmal nach. Bauholz, Bretter, das sind so die ersten Sachen. Produktionsreiter wurde noch nicht gezeigt. Da ist nichts drin. Achso, da hat sich das aufgehangen bei Produktionsreiter. Hier ist noch nichts drin. Seltsamerweise. Vorhin kam einmal eine Frage in den Chat, die habe ich dann auch versucht zu beantworten. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, welche Frage das war. Das kann sein, dass es bei euch da schon abgestürzt ist. Sonst noch einmal gerne die Frage rein. Ich glaube, die war vor Nax. Wann und wie gibt es diese Punkte? Immer wenn du einen Stadtrang nach oben aufsteigst. Gibt es schon einen Brunnen? Ah, guck mal, das ist ein guter Punkt. Brunnen haben wir noch gar nicht gebaut. So. Toll! Das hier ist übrigens das hier ist übrigens jetzt der das Grundwasser. Der Grundwasserverlauf. Wir haben uns das so eingestellt, dass wir auf Grundwasser bauen müssen. Und das sind diese blauen Linien. Da könnt ihr irgendwo, wo ihr wollt, einen Brunnen draufsetzen. Jetzt sind diese blauen Linien aber sehr weit weg von uns. Das heißt, wir setzen den jetzt einmal hier hin. So. Und werden dann einmal den Brunnen hier nach oben ziehen. So. Einmal hier. Opa. Wartet, 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 wartet. Einmal hier so rüber und dann da dran packen. Ich hatte gefragt, ob das finale Version ist oder eine Preview-Version. Das ist die finale Version Stand jetzt. Das kann natürlich nur Balancing und ähnliches angepasst werden. Aber Stand jetzt ist das die finale Version, wie sie am 26. im Early Access erscheinen wird. So. Ach, Mensch, das kann doch nicht sein mit dem Internet immer. Mann, 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 Mann. Naja. So. Bauholz wurde uns schon abgezogen. Wahrscheinlich einmal für den Brunnen. Ich glaube, das braucht genau einen Brunnen. Und der Winter naht. Winter is coming. Jetzt müssen wir uns darauf genau vorbereiten, dass wir den schnellstmöglich hier überstehen können. Das Problem, was wir jetzt gleich haben werden, ist, dass die Beeren vielleicht nicht ausreichen. Wir haben fünf Familien, also brauchen wir, wir haben für fünf Monate Nahrung. Der Winter geht drei Monate lang. Und zwar von Dezember bis Februar. Solange können wir hier noch die Beerenbüsche sammeln. Ihr seht darunter saisonal. Saisonal bedeutet, die werden im Winter nicht da sein, aber im Frühjahr werden die wieder neu wachsen und anfangen komplett zu wachsen. Wo die weißen Wanderer? Sturm uns deinen wunderschönen guten Tag. Hallo. So. Und Taran, einen wunderschönen guten Tag auch an dich. Hallöchen. Ähm. Jetzt müssen wir im Anschluss noch mal gucken. Können unsere Bewohner im Winter sterben? Ja, bislang ist mir das noch nicht passiert. Ob das geht, weiß ich tatsächlich jetzt gar nicht, ne? Die würde es von dir dazu kommen. Hm. Ich mich auch. Wir werden auch mal ein paar Hofstätten jetzt gleich bauen, damit wir auch Ressourcen, beziehungsweise Ressourcen habe ich gerade im Chat gelegen, gesehen, gehen Ressourcen zur Neige. Ähm. Ja. Also was heißt, die gehen zur Neige? Das hier wird immer Bärenfeld bleiben, das hier wird immer wilde Tiere bleiben, wenn wir nicht alle davon abschlachten. Die Bäume gehen dann halt weg, aber sonst gibt es ja gar nicht so viele Ressourcen, die endlich sein könnten, ne? So. Halt das nur auf eigentlich Internet. Wahrscheinlich besseres als wir hier drin. Glück Phönixen, wunderschönen guten Tag. Hallo. Für Giveaway einfach nur dabei sein. Einfach nur dabei. sein und dann werden wir das bei Zeiten auf jeden Fall angehen. So, und dann werden wir das nochmal hier hinsetzen. Ich glaube, ich meine Lehm und sowas. Ach so, ja, die sind endlich, ihr seht hier zum Beispiel üppiges, ne, hier ist sogar nur 102 Lehm vorkommen und hier, hier ist ein üppiges Vorkommen, weil die Krone drüber ist. Da haben wir 1361, äh, 1631. Ein üppiges Vorkommen können wir mit der Fähigkeit, Entwicklung, hier unten, Schachtmine, zu einem unendlichen Vorkommen weiter ausbauen. Wenn wir allerdings dann nur sowas haben, wie hier, Feldstein vorkommen oder wie hier, Lehm vorkommen, dann sind die endlich. Da müssen wir uns irgendwann ein neues Territorium holen. Äh, ist das wie ein Going Medieval, dass sich die Tiere vermehren? Ich glaube, bislang ist noch keine Tiervermehrung drin, beziehungsweise, doch, ist drin, aber die ist hier dran gebunden. Schafzucht, auf der Weide grasende Schafe vermehren sich mit der Zeit langsam, ansonsten muss man die immer kaufen. Was ich ein bisschen schade finde, weil die sind ja nicht davon abhängig, wie die Forschung ist, ne? McLeod, vielen lieben Dank für deinen Sub im 8. Monat. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Mich würde mal interessieren, liebe Leute, normalerweise mache ich das nicht, aber ich will es jetzt trotzdem einfach einmal wissen. Ja? Wenn wir die Masse von gerade eben nochmal erreichen, könnt ihr mir dann ein kurzes Zeichen im Chat geben, einfach damit ich, damit ich heute nochmal was Euphorisches, Freundes in meinem, in meinem Leben habe. Gott hört sich das traurig an. Okay. Okay, super, Dankeschön. Wir haben 13 überschritten. Oh, yay. Wir brauchen noch Brennstoff. Wir haben wohl die Schafe in Stimmung zu bringen. So. Ja, aber da fehlen noch 250, Bannerlord. Wir brauchen noch Brennholz. Da müssen wir jetzt gleich auch nochmal wieder jemanden einsetzen. Wir müssen echt langsam hochkommen hier drin, ne? Ja, ja, Tote, grüß dich. Ja, ich bin gespannt, wie das so ist. Okay, so. Nichts so gewesene Familie wurde für Bauarbeiten benötigt, Brunnen. Ja, Bannerlord. Du hast natürlich recht, aber denk dran, von wo wir kommen. Deswegen. Deswegen. So, wir gucken mal. Den Ochsen lassen wir jetzt erstmal. Freue mich so auf dieses Spiel. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Performance-mäßig ist es soweit stabil. Bislang habe ich keinerlei Probleme. Performance-mäßig ist es bei mir bislang super. Läuft super, ja. Holzfällerlager lassen wir bestückt. Die Segelgrube könnten wir nochmal überlegen, dass wir die hier rausnehmen. Wobei, nee, wir brauchen 20 Bretter, glaube ich. Können wir jetzt nochmal genau hier hinschauen. Ja, 20 Bretter, sobald wir 20 Bretter haben. Wir wollen eine Kirche bauen, wir brauchen nur die Ressourcen dafür noch. Die Bretter sind gerade das Problem. Sobald wir 20 Ressourcen haben, werden wir zum Brennholz-Support gehen. Ultrawide, HD-Support, das weiß ich nicht, weil ich selber nur einen Full-HD-Bildschirm habe. So, wir lassen jetzt nochmal weiter nach vorne laufen. Dann wollen wir die Brennholz-Hütte jetzt auch nochmal kurz und klein hacken. Noch ein kleines bisschen kaputt schlagen, das Ganze. Soll ich dieses Spiel rauskommen, wenn ich zwei Wochen Urlaub brauche, damit ich nie rausgehen werde? Kannst du auf jeden Fall auch sehr gut damit verbringen. Ich habe sehr viel Zeit mit dem Spiel bislang verbracht. Ich habe Montagabend den Key bekommen, Montagnacht könnte man eigentlich eher sagen. Und... Ach, Quatsch, was mache ich denn da? Aus der Sägegrube will ich die rausnehmen, damit die bauen können. Ich habe seit Montag... Na, also Dienstag habe ich dann erst so angefangen zu spielen und von Dienstag auf Donnerstagabend habe ich zwölf Stunden ins Spiel investiert. Das mag sich jetzt vielleicht nicht so krass anhören, wie man erstmal beim Content Creator denkt, aber ich meine innerhalb von drei Tagen, wo von einer noch einen halben Tag Stream war, so zweieinhalb Tage, zwölf Stunden, schon respektabel dann in dem Spiel. Also hier kann man viel, viel Zeit drin verbringen. Wir werden jetzt gleich dann die Kirche bauen. Wir brauchen jetzt noch ein Holz. Das haben wir jetzt bekommen. Das heißt, wir werden jetzt unsere Kirche hier in die Mitte setzen. Hier ungefähr. Ich will, dass das dann schön aussieht. Die Mitte, die packen wir uns rein. Die Baupriorität machen wir... Machen wir erstmal hier drauf höchste. Machen wir hier drauf ein runter auf sehr hoch. Und Outcast, Dankeschön für dein Sub im vierten Monat. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. Und dann werden wir jetzt dann anfangen, dort alles hinzubauen. So, und wir brauchen auf jeden Fall auch noch einen Jägerstand. Das Problem wird jetzt gleich sein, der Jägerstand, da müssen wir hier durchgehen, ne? Haben sich Bilder von Albrecht Dürer zum Vorbild genommen? Bestimmt schon alles verpasst. Analikus, hör mal, alles gut. Wir sind ja erst seit 10 Minuten online. Wir sind ja erst seit 10 Minuten online. Ähm, dann wollen wir natürlich auch nochmal ein Jägerlager hier früh genug hinbauen. Ihr seht, hier gibt es einen roten Kreis drum. Wenn ihr in diesen Kreis reinbaut, dann kann es sein, dass diese Herde verschwindet. Die geht dann entweder, ich weiß gar nicht, ob die dann woanders hingeht oder ob die einfach komplett dann weg ist. Ähm, das kann ich euch gar nicht genau sagen. Aber wir werden das hier auf jeden Fall hier hinsetzen. Und jetzt einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Wir wollen das hier hinsetzen. Dann wollen wir anfangen, das Ganze jetzt gleich mal mit Weg zu verbinden. Das heißt, wir werden hier einen wunderschönen Weg durchziehen. Den wir dann hier hingehen können. So, zack. Haben wir. Und jetzt können wir dann zum Beispiel sagen, ist aber sehr weit weg, ja. Näher kommen wir leider nicht ran damit, ne. Näher kommen wir dann leider nicht ran. Dann können wir hier durchgehen. Dann seht ihr, sieht ein bisschen aus wie Kingling Come Deliverance. Guckt euch das mal an. Ja, als würde man hier gerade durch den Regen spazieren gehen. Der Spaziergegen-Simulator. Also, es gibt Survival-Spiele, die schlechter aussehen. Das habe ich verpasst. Hermann Josef, grüß dich. Nicht viel. Und gerade ist wieder angefangen. So, und dann haben wir nämlich hier unseren Bestand. Und diesen Bestand, den wollen wir dann auch dementsprechend schützen. Und Slink, danke schön für deine Zeit im vierten Monat. Moin, moin. Hallo. Wie nah willst du denn noch anzoomen? Lull, du steckst aber schon fast halb in der Straße. Ja, aber näher ran geht nicht mehr. Also, das ist das Nächste, ne. Die Moin, wir müssen weg vom Weg. So explizit können wir leider Bäume gar nicht fällen. Das ist ein bisschen doof. So, auch gar nicht so schlimm eigentlich. So braucht man gar nicht mehr selbst rausgehen. Das ist das Schönste. Das war wahrscheinlich auch der Ansatz dafür. Den Brunnen haben wir jetzt fertig gebaut. Das heißt, auch damit wird sich jetzt gleich unser Bedürfnis dann erhöhen. Mit dem Wasserzugang. Ihr seht, Annehmlichkeit, die hat sich hier drin erfüllt. Und dann brauchen wir nur noch hier die Steine hinterher. Dann brauchen wir nur noch hier... Ja, eigentlich war es das. Hier oben sollte jetzt alles weg sein, im Regelfall. Hier sind nur noch ein paar Vorräte, nämlich zehn Steine. Die werden sich dann noch die Ochsen schnappen. Und dann werden sie anfangen, da unten unsere kleine Stadtkirche hinzubauen. Und mit dieser Stadtkirche können wir dann verschiedene Aspekte wieder neu reinbringen. Beispielsweise einmal die Annehmlichkeit ist dadurch erfüllt. Das Zweite ist, dass diese Kirche auch mit einer Familie bestückt werden kann, die dann halt den Segen Gottes verbreitet. Und das Dritte ist, dass wir auch zum Beispiel einen Klingelton einstellen können. Ah, im Jamba-Spar-Abo haben wir nämlich extra eine neue Kirchenglocke da drin gehört, die sich dann da auf den Weg machen wird. So, Speichern abgeschlossen. Sehr schön. Das passt auch für uns. Und dann haben wir hier noch die Holzkirche, die Baupriorität. Sir Edwin, einen wunderschönen guten Tag. Hier noch der Crazy Frog. Ich glaube nicht. So, saisonale Ressourcen. Wir sind im Winter angekommen. Das heißt, wir können jetzt aufhören, hier weiter abzubauen. Wobei, ich schrumpf gerade noch. Wir können uns noch gerade die Zeit nehmen, bis es auf Null angekommen ist. So lange können wir jetzt hier noch ein paar Bären abfarmen. Jetzt sind sie bei Null. Das heißt, jetzt können wir hier die Familie wegnehmen. Klingt aber doch sehr düster. Also, wir hängen die nicht außen dran, ne? Wir hängen die aber nicht außen dran, die Familie. Jetzt werden die ganzen Waren dorthin gebracht. Ihr seht jetzt hier oben, was noch übrig ist. Wir könnten hier mit das gesamte Lager noch mal angucken. Und jetzt sind wir im Winter angekommen. Meine Freunde, Winter Wonderland. Es ist da. Schaut es euch an. Havnok Moin. Oder wenn wir hier oben hingucken. Da oben sehen wir sogar unser Lager. Toll. Hoffentlich wird es bald wieder warm. Gab es in England nicht mehr Schnee? Ich glaube, wir sind gar nicht in England. Ressourcen von Banditen gestohlen. Die haben uns die Bären gestohlen? Im Winter klauen die uns unsere... Ja gut. Wir haben immerhin noch für sechs Monate Essen. Das reicht also noch aus. Ihre Räumpflicht ernst zu nehmen. Die Wege sind überraschend sauber. Ja, klar. Aber die, die ja alle freiräumen. Da sind nur an den Rändern ist nur ein bisschen Schnee dran gekommen. Auch Banditenharmunger. Das ist mir doch egal. Lauf doch mal als Lord durchs Dorf. Ja, noch haben wir ja nicht so viel, wo wir hier durchlaufen können, ne? Aber ja, natürlich können wir uns hier hinsetzen und dann können wir hier natürlich durchlaufen und durchlatschen. Einen wunderschönen guten Tag, Gefolge. Hoff, dass euer Reich groß werden möge. Oder mein Reich. Hahaha. Hallo, Dame. So, zwischendrin mal kurz in die Häuser reingehen. Euer Lord ist da. Ich bin hier um den Zehnt einzufordern. So, Ragerius muss fallen. Was soll das denn heißen hier? Hallo. Hallo. Entschuldigung. Ist aber hier nicht so. Ja. Ähm. Wir sind jetzt weiterhin nur im Forsthaus. Das ist, glaube ich, keiner, ne? Die Musik ist echt, soweit ich weiß. Seiner prächtigen, güldenen Mähne. Wir werden jetzt nochmal jemanden in den Forsthaus reinpacken. Ragerius von Weberlichingen. Genau. Der Zehnt hat die Kirche gefordert. Ich bin auch die Kirche. Ich bin alle Institutionen ein. Ich bin Judikative, Exekutive und Legislative. Ragerius, bist du es? Red, einen wunderschönen guten Tag. Ich grüße dich. Hallo. Hallöchen. Willkommen zum Streamen nach 17 Minuten. Ne, mir ist gerade das Internet abgekackt. Das kann doch nicht sein, dass das Internet hier regelmäßig abkackt. Warte mal. Ich, äh, sag meiner Frau, die soll mal motzen. So. Zack. Ich glaube, auch der Router geht kaputt. Ne, ich habe meiner Frau jetzt gesagt, die soll da ruhig mal anrufen und soll da mal ein bisschen rum, äh, die kann, die kann sich viel besser aufregen als ich. Ich bin immer noch so nett, wenn ich da anrufe. Ich bin immer noch so, ja, ja gut, kann ich alles verstehen und ähnliches. Ja, und die ruft dann da an und dann gibt es, dann wird auf den Tisch gehauen und dann wird gesagt, kommen Sie mal klar auf Ihr Leben. Bezahlen Sie gar nichts mehr. Jetzt bezahlen Sie mich. So. Hier wird jetzt alles hingefahren, die Baupriorität. Wobei, was brauchen wir denn dafür? Dafür brauchen wir gar nicht so viel, ne? Das heißt, wir können da jetzt gleich auf jeden Fall auch nochmal in Ruhe was aufbauen. So. Schalten Sie kurz ab. Hoffentlich nicht. Tuval, wunderschönen guten Abend. Berichte in dreifacher Auswertigung, bitte. Oh Gott! Gut, gut und gut. So. Kein Kasernton am Telefon? Nö. Ich trenne da Arbeit von, äh, oder ehemalige Arbeit von, äh, vom, vom, vom zivilen. Der kleine Stall, da ist auch alles gut, ne? Hier, unser dummer Ossi und Ginschwin führen beide die Ochsen. Und Hausi Bären, auch an dich, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow. Sehr, sehr lieb von dir. Und dann wollen wir hier mit dem Holzkirchen bauen nochmal. Das hier wird ein Problem werden für uns. Ich beschleunige das Ganze aber mal, damit wir auch ein bisschen vorankommen. Ihr müsst euch vorstellen, ich will das jetzt im Stream natürlich auch ein bisschen zeigen dann. Und, ähm, kann man das UI ausblenden? Ja, mit STRG-C geht das. Da kann man sich das Ganze ausblenden. Da ist auch die Maus dann hinterher weg. Im Ernst? Halb gerechtfertigt? Äh, es kommt drauf an, wofür der Hide natürlich definiert wurde. Aber ich bin, im Prinzip... Ja. Im Prinzip ja. Sharpie, dankeschön für deinen Sub. Im Prinzip ja. Also mir würde jetzt nichts einfallen, außer, außer ihr sagt irgendwas, aber mir würde jetzt nichts einfallen, warum ich bislang, wir sind aber noch im Early Game, ja, ähm, mir würde bislang noch nicht einfallen, warum ich dieses Spiel hardcore kritisieren sollte. Es gibt nur so Niti-Kriti-Sachen. Also zum Beispiel, dass die Armee halt einfach ihre Waffen fallen lässt und dann wieder zur Arbeit geht. Äh, dass es keine Produktionsübersicht gibt, beziehungsweise keine Häuser und keine, keine, äh, Bevölkerungsübersicht. Aber sonst? Bis jetzt ist alles klasse. Weil du objektiv bist. Übrigens bin ich gespannt. Nein, natürlich nicht. Bislang ist es wirklich, ähm, bislang ist es wirklich erstaunlich, erstaunlich gut, auch, ähm, wenn ich den Hype ja selber nicht gefolgt bin. Ähm, aber man muss halt wissen, dass man hier ein realistisches Spiel bekommt. Es ist sehr, sehr langsam daher auch. Das muss man sich, dessen muss man sich bewusst sein. Also, ein Spiel, das auf Realität setzt, beziehungsweise realistische Ansätze verfolgt, äh, dass das Möglichkeiten sind, sowas ungefähr, ne? Dann sind wir schon gut in meinem Alter. Ich bin alt, langsam ist okay. Es fehlen so kleine Quality of Life Sachen. Genau. Genau. Jetzt keine unfassbar großen Sachen da drin. Ja. Das ist vielleicht noch ganz wichtig dazu zu erwähnen. Genau. Spiel, Spiel ist grandios, mehr aber auch nicht. Ja. Allgemeines Lager ist voll und es gibt noch ungeschützte Waren. Das hier sind bei uns die ungeschützten Waren, die, äh, zehn Steine. Langsam, das nimmt man gemütlich. Man kann es halt erleben, ne? Man kann es halt erleben. Ich beschleunige nur immer wieder zwischendrin, damit wir dann bestimmte Phasen schon mal haben und ihr dann auch schon mal sehen konntet, was euch da drin erwartet, ne? Ähm, Winter ist kalt. Ja, Reisen Version 0.7. Grandiose Aufschlagung, ein gigantisches Potenzial. Ja. Auch das, ähm, viele Sachen, bei denen ihr dann euch vielleicht denkt, okay, vielleicht kommen die nochmal hinterher rein oder vielleicht ist das noch drin oder vielleicht ist das noch drin, sind relativ leicht erklärt. Ähm, denn bei manchen steht noch dazu, ist in Arbeit. Also es sind Sachen, die auch noch auf dem Schirm sind, ja? Es sind Sachen, die auch noch auf dem Schirm sind. Kannst du auch im Baumenü den Unterpunkt, äh, für mehr Infos anzeigen. Hilft das nicht auch, schneller zu sehen, wer was macht? Habt ihr sowas im Kopf? Du kannst doch im Baumenü den Unterpunkt, Baumenü, den Unterpunkt für mehr Infos anzeigen? Da weiß ich leider gerade nicht, was du meinst. Also das hier ist das Baumenü. Das Bau und der Holzfälle heute zwei Monate dauert. Also auf jeden Fall, im Spiel dauert es schon einen halben Monat, ne? Old Rafaus, Dankeschön für dein Follow. Sehr, sehr lieb. Einen Kampf zu sehen, kommen die drei Streams nachträglich auf YouTube? Die drei Streams kommen nachträglich auf YouTube und ob wir es schaffen, heute einen Kampf zu sehen? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Also wenn mir jetzt nicht nochmal mein Internet zweites Mal ausfällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, ja? Und jetzt nicht alle Leute hier wegrennen sollen, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch höher. Genau. Okay. So. Also. Wir brauchen hier noch die beiden Bretter und wir brauchen noch die Steine. Hast du was über den Preis gehört? Nee. Aber Gamesplanet wird einen 25%igen Rabatt da drauf geben. Das habe ich bislang nur gehört. Rennen ist viel zu anstrengend. Die rennen tatsächlich auch eher weniger. Die sind eher langsamer unterwegs. Tornor, moin. Ich grüße dich in wunderschönen guten Tag. Hallo. Wären die Leute eigentlich älter? Nee. Das ist bislang auch noch nicht. Also. Beziehungsweise. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich meine. Ich habe jetzt 12 Stunden gespielt und bin dann in Jahr 4 reingekommen. Oder Jahr 5 bin ich gerade erst. Sind die Karten random? Nee. Es gibt im Moment eine Karte. Die wird immer gespielt. Das ist die hier. Und man wird am Anfang in ein zufälliges Territorium reingeworfen. Spielt sich dadurch aber auch jedes Mal anders, muss man sagen. Haben wir jetzt einen wunderschönen guten Tag. Geh mal an meinen Schrein und bete für dein Internet. Oh, heiliger Ranger-Schrein, möge der Internet Gott dir gnädig sein. Wir müssen jetzt aber langsam mal hier nach oben kommen. Die Obdachlosigkeit, die zuvor gezählt hat, die haut aber echt im Nachgang rein. Die Holzkirche, die wird uns auf jeden Fall nochmal helfen. Heieieiei. Brennstoff, Lebensmittel, wir brauchen noch zwei verschiedene Arten von Lebensmitteln. Das heißt, wir müssen noch den Nippel durch die Lasche ziehen. Apropos Nippel durch die Lasche ziehen. Wenn wir mal das Baumenü öffnen, dann gibt es hier rechts einen Filter. Nämlich einen Filter für verschiedene Ansichten auf der Karte. Dort könnt ihr sagen, wir wollen das Grundwasser zum Beispiel sehen, aber auch die Fruchtbarkeit. Und die Fruchtbarkeit von Weizen, Flax, Gerste und Roggen, das sind die momentan die vier Feldfrüchte, die wir haben können, sind unterschiedlich. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, wie ist das für Weizen? Eieieieiei, wie gut ist denn diese Position, bitteschön? Okay, das ist richtig selten. Normalerweise ist es so. Oder so. Guckt euch mal die anderen Gebiete an, wo ich sonst gespielt habe. Hier ist auch noch krass. Alter! Okay, also wir machen auf jeden Fall Landwirtschaft. Dann, äh, Flax können wir sehen. Auch mega. Gerste. Hier unten bauen wir das rein. Und Roggen. Alter. Reiger, grüß dich, hallo. Hast du unendlich Erz? wir haben nur unendlich Eisen vorkommen. Leben müssen wir uns nochmal woanders holen. Ähm, ganz ehrlich, dann bauen wir uns das hier unten hin. Das erste Feld. Tuval, danke schön für deine 300 Pits. Zumindest hält es nicht auf, wenn du gesponsert... Ne, wenn ich gesponsert werden würde, würde ich hier, äh, Werbung drin stehen haben. Ich glaube, gesponsert wird bei dem Spiel keiner. Ich hätte mich auf die Startseite packen lassen können. Das wäre vielleicht was gewesen. Aber da wäre das Internet wieder abgekackt. Boah, kennt ihr das? Wenn euch etwas so lange ärgert, dass ihr trotzdem noch... Egal. Jetzt mal. Also, wir bauen das hier hin. Das Feld ziehen wir übrigens auch wie unseren Marktplatz. also mit vier, äh, Ankerpunkten. So. Das heißt, wir bauen das dann hier unten hin. Und hier hin. So, dann haben wir alles drin. Und können dann hier ein Feld hinsetzen. Und dieses Feld werden wir dann hinterher mit einem Bauernhaus noch bestücken. Das Feld wird dann auch direkt angelegt. Und das sieht dann so aus. Also jetzt hier im Winter sieht man einen relativ kleinen Unterschied nur. Und, äh, wir können uns dann zum Beispiel hier runter bewegen. Aber was wir auf jeden Fall benötigen in der Nähe, ist ein Bauernhaus. Dieses Bauernhaus ist dafür zuständig, das Feld hier hinterher zu bewirtschaften. Jetzt müssen wir aber einmal genau gucken, wo wir das vielleicht hinbauen werden. Flachs haben wir da unten. Da oben haben wir noch Flachs. Passt auch Gerste. Da haben wir auch Gerste. Und hier. Das heißt, wenn wir das hier dran bauen, können wir hier ein Feld hinbauen, hier ein Feld hinbauen und hier ein Feld hinbauen und haben dann eine Drei-Felder-Wirtschaft. Am Anfang können wir sowieso keine Drei-Felder-Wirtschaft unterhalten, weil aus diesem Bauernhaus sehr viele verschiedene Personen rauskommen werden. Jetzt haben wir eine neue Nachricht. Räuber in der Nähe. Uns erreichen Berichte über eine Räuberbande, die in der Nähe durch die Lande zieht. Sollen wir die Schritte verfolgen? Jetzt können wir sagen, Marschroute verfolgen. Das heißt, in einem Jahr werden wir angegriffen von denen oder wir sagen, wir werden bereit sein. Wir wollen die Marschroute verfolgen. Ich denke, damit ist die Spezialisierung der, äh, äh, der, ja. Die ist klar. Jetzt haben wir eine der wenigstens Anzeigen, die unten links angezeigt werden und zwar Banditen kommen näher. In 365 Tagen werden wir von Banditen angegriffen. Das müssen wir uns jetzt auf jeden Fall schon mal auf unseren Schirm draufschreiben. So. Ein Bauernhaus, eine Getreideart oder kümmert man sich um mehrere? Man kümmert sich um alle. Also alle Felder, die hier in der Nähe sind, darum kümmern die sich dann. Jetzt können wir hier zum Beispiel sagen, wir wollen am Anfang erstmal Weizen haben. Und jetzt können wir den Fruchtwechsel einstellen. Am Anfang Weizen, danach Flax, danach Gerste. Das wird jetzt hier unsere Kulturart werden und wir können sogar die Priorität einstellen des Feldes. Das hier wird jetzt das höchste werden. So. Jetzt können wir nochmal schauen. Die Armee eines anderen Herrschers wurde gesichtet. Hier drüben haben wir zum Beispiel immer Armeen. Söldner. Die Söldner ziehen über die Karte von links nach rechts, von oben nach unten. Die greifen uns nicht an. Die sind einfach nur hier auf der Karte und laufen dann hier entlang. Also da bekommt ihr dann auch die Information und so sehen die dann aus. So sieht eine gesamte Armee dann hier in dem Spiel aus. Also es sieht schon richtig gut aus. Es ist halt eine professionelle Armee. Eine Sekunde mal eben. Ziemlich realistisch. Ja. Ziemlich realistisch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Genauso muss das sein. So. Dann gehen wir einmal hier rüber. Wieder zu unserem kleinen Dorf. Selbst das Marschieren ist extrem gut vertont. Ja. Und wir wollen jetzt nochmal darauf achten, dass hier die Steine hinbringen. Und jetzt kommt langsam der März wieder. Der Frühling kommt und die Leute fangen an hier weiterzubauen. Der Schnee schmilzt. Alles super. Weiß man, ob die KI auch Söldner rekrutieren kann? Macht die auch. Genau. Die KI wird auch Söldner rekrutieren. Wenn ihr im Kampf seid. Wir packen hier oben wieder jemanden hinzu und werden bei dem Brennholz. Hoppala. Da ist jetzt beim Autospeichern wieder was gesprungen. Wir werden bei dem Brennholzverleih hier oben die Familie erstmal wieder rausnehmen. So. Okay. Stein wird weiter hier hingebracht. Das ist doch schon mal sehr gut. Macht die das von hier oben? Ja. Die holen das hier oben. Deswegen dauert das so lange. Kannst du mir bitte oben rechts im Gesicht die vierbe Symbole erklären? Zudem müssen wir auch noch definitiv separat hinkommen. Das hier ist unser Privatvermögen. Jährliche königliche Steuer. Einfluss und Gunst des Königs. Die letzten beiden sind noch nicht im Spiel integriert. Kann man jetzt auch selber speichern oder geht das Spielsystem nur Autosave? Nee, du kannst du jederzeit speichern. Also das geht auch hier drin. Wir werden jetzt einmal schauen bis dann hier alle Steine angekommen sind. Das lassen wir jetzt erstmal auf vierfacher Geschwindigkeit laufen. Wenn Einwohner sterben ist dann die ganze Familie weg aber nur einzelne Familienmitglieder. Nur einzelne Familienmitglieder. Hat allerdings dann hinterher auch einen großen Einfluss wenn du im Krieg bist und natürlich die Hälfte von deiner Armee stirbt dann ist natürlich die Hälfte deiner männlichen Bevölkerung auch weg. Auch das hat einen großen Einfluss auf das Ganze. Muss ich dazu sagen. So, jetzt der achte Stein. Die werden jetzt hier ein Stückchen weiter aufbauen. Da kommt glaube ich jetzt gerade der neunte Stein. Ja. Jetzt müssen wir nur noch einen einzigen Stein muss nur noch hier hinkommen. Ich glaube da kommt der zehnte Stein. Ja. Da ist der zehnte Stein. Wir machen jetzt folgendes. Ich werde jetzt gleich einmal kurz ums Eck gehen. Ich werde jetzt gleich einmal kurz ums Eck gehen. Und in der Zeit werden wir das erste Gewinnspiel laufen lassen. Was ihr dann tun müsst werden euch hinterher die Mods dann dazu sagen. Also wenn ihr gewonnen habt. Aber ähm Keyword. Ach geil. Gibt kein Keyword. Okay. Leute. Wir machen es folgendermaßen. Ab jetzt könnt ihr einfach irgendwas in den Chat reinschreiben und ihr könnt den ersten Key des Tages gewinnen. Ich lasse das Spiel hier eben laufen und ich bin sofort wieder für euch zurück. Bis sofort. Ihr gewinnt dann übrigens ein Key für Männerlords und wenn es ihr neu sein solltet gerne ein Follow da lassen. Können übrigens auch nur Follower gewinnen um Bots zu vermeiden. Bin sofort zurück. Wunderschön. Wunderschön. Guck mal die sind immer noch nicht fertig mit dem Bau der Kirche. Da seht ihr mal wie lange das dauert. Und ähm ganz viel Spaß damit im Spiel. Wird erst ab Release dann leider zur Verfügung stehen. Aber ich glaube bei Release wirst du dann auf jeden Fall Spaß damit haben. Jetzt haben die uns Gemüse geklaut. Die tun nicht Gute. Es ist übrigens besser je mehr verschiedene Nahrungen ihr habt. Denn äh verschiedene Nahrungen sorgt dafür dass ihr gesund bleibt oder beziehungsweise eure Bevölkerung gesund bleibt. Ähm Wenn wir jetzt gleich dann die Kirche fertig gebaut haben sollte jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Die bauen da jetzt noch eine Mauer drumherum beziehungsweise einen kleinen Zaun. Und damit haben wir jetzt unsere Kirche fertig. Die haben wir eines anderen Herrschafts wo es gesicht ist. Werden wahrscheinlich wieder Söldner sein. Ein Dank auch an dich dass du das Giveaway für uns organisierst. Sehr gerne. Vielen lieben Dank. Ich freue mich ja eher dass ihr hier seid und hier zuschaut. Und daher dass ihr mich so krass unterstützt. Heute ist ja schon wieder ein mega Hype Train hier durchgefahren. Denke ich mir einfach ich kann nicht einfach nur die ganze Zeit geben, geben, geben äh nehmen, nehmen, nehmen ähm und dann hier ein bisschen Content machen sondern ich will euch auch ein bisschen mehr dafür bieten. Und warum nicht wenn ihr mich gerade so krass unterstützt dass ich das dass ich das ermöglichen kann ähm und dann gerne dann gerne so okay damit haben wir das jetzt auch bereitgestellt Kirchenstufe mindestens eine Holzkirche jetzt brauchen wir natürlich jemanden der da drin arbeitet hier können wir jetzt den Churchbell Sound anders einstellen wenn wir wollen ja das ist es dann kann ich ihn immer nur geben man muss auch mal nehmen genau gebt mir eure wusstet ihr schon Twitch Prime ist mehr kostenfrei wenn ihr das habt ich hätte mich heute wirklich ich hätte heute das wäre eigentlich der perfekte Anlass gewesen auch nochmal so ein bisschen auf vielleicht auf die Stortseite von Twitch so wie bei dem äh wie bei dem Dune Spice Wars Event fällt mir gerade mal so ein Nachgang ein für so ein Giveaway hör auf mein Hund bellt schon na sowas so Hansi danke schön für dein Follow ähm wir wollen dann nochmal weitere Häuser bauen wir haben ja sowieso gerade genug Bauholz entschuldigt bitte so dann werden wir uns das nämlich hier hinsetzen das werden wir auch so ein bisschen anschrägen dann haben wir hier rüber ja so viele Häuser werden wir nicht bauen keine Sorge wir reduzieren das jetzt ein klein wenig und werden das mal auf 5 Häuser reduzieren so Dankeschön und da hast du eigentlich beim Bären sammeln wieder die Familie gemacht ja die haben wir wieder zurückgesetzt die Familie beim Bären sammeln die ist wieder hier unterwegs und rei gar danke schön für deinen Sub im dritten Monat sehr sehr lieb von dir Dankeschön so sei gesegnet ja du auch danke und können das dann hier inbauen ist Männerlords genau MJ Hansi Dankeschön für deinen Sub sehr sehr lieb kannst du die Entwicklung der anderen Dörfer sehen es gibt leider im Moment nur unser Dorf hier auf der Karte mehr gibt es hier im Moment nicht das Bauprinzip echt gut ich auch ist vor allem einfach anzuwenden ist wirklich sehr angenehm sehr angenehm sehr schön aber wir brauchen langsam wirklich mehr Leute bei uns gibt es auch sowas wie Banditen oder so etwas ja bei uns können maximal drei Banditenlager auf der Karte errichtet werden das ist hier eins hier eins und ich glaube wir haben noch ein drittes hier eins mehr können da nicht sein und die überfallen dann immer wieder allerdings ist das überfallende Moment nur irgendwie ein Textfenster die Armeen sind dann allerdings hier neben außer die wurden von irgendeiner Söldenarmee plattgemacht ich glaube hier wurden die von einer Söldenarmee plattgemacht und ja die müssen wir dann halt besiegen und Baumhaus eindringen danke schön für dein Sub im 8. Monat oder wieso spielen gerade alle ne heute ist der offizielle Embargo gedroppt worden kann man Leute benennen man kann auch Leute benennen aber das ist ein bisschen kompliziert hier drin bislang haben wir aber noch niemand Neues alle von uns sind hier gerade eben schon benannt worden warum kommt das denn jetzt nicht höher ich weiß wie wir das höher bekommen könnten das wird allerdings ein kleiner kleines Unterfangen werden wir nehmen dafür einmal den hier raus und wir müssen nochmal schauen dass wir das hier oben nochmal hinbekommen weil dann haben wir nämlich ein Dägerlager und ein Bärenlager und damit haben wir dann zwei verschiedene Nahrungsarten womit wir das hier aufgrund von Nahrungsvielfalt nach oben bekommen und wir haben die Kirchenstufe plus 1 damit kommen wir dann auf jeden Fall höher so was brauchen wir noch wir brauchen Brennholz das wird dann verkauft von denen da oben Brennholz haben wir genug da aber dadurch dass gerade kein Brennholzstand da ist da seht ihr zum Beispiel dass das verwaist ist weil sich niemand drum kümmert wird das hier nicht vertrieben das hier wird dann gleich vertrieben werden Bekleidung bekommen wir dann auch wenn wir jagen gehen wir müssen wenn wir wenn wir jagen gehen wollen Alex Dankeschön für deinen Follow wenn wir jagen gehen wollen müssen wir hier draufklicken müssen hinterher jeden Mindestbestand einstellen über den nicht gejagt werden darf also wenn wir zum Beispiel sechs Tiere einstellen dann müssen sechs Tiere mindestens neu existent sein damit wir dann jagen kann man komplett friedlich spielen wie bei Anno ja kannst du auch du kannst auch komplett friedlich spielen pazifistisch ohne irgendeine Armee oder ähnliches dazu das geht auch alles hier in dem Spiel das ist auch alles möglich so ihr seht wir haben kein Vermögen mehr aber wir haben immerhin noch unsere Gemüsestände das Gemüse können wir dann wenigstens anbieten um ein bisschen abwechslungsreiche Nahrung hier drin zu gewährleisten zwei verschiedene Nahrungsarten haben wir schon ich weiß nur nicht warum das hier noch nicht angezeigt wird ja verdiest du mal einen Thaler wenn wir jetzt gleich die zweite Gebäudestufe gebaut haben ab Hofstädtestufe 2 bekommen wir pro Monat ein Regionsvermögen kostenlos dazu das geht also auch relativ fix da müssen wir uns gar nicht allzu viele Gedanken machen das kriegen wir schnell hin so dann haben wir das jetzt schon mal soweit dann wollen wir jetzt das hier alles fertig bauen wir haben zwei Familien übrig drei Familien arbeiten noch eine Familie arbeitet hier Rotbart Dankeschön für deinen Follower wenn das so weiter geht dann kriegen wir heute noch die 14.000 Follower geknackt so und ui hör mal Aldemar vielen lieben Dank für deinen Raid sag mal allen den lieben Aldemar wunderschönen guten Tag hallo ihr Raider was gab's tolles bei euch vielen lieben Dank hallo grüße ich bin der Ranger ich spiele Strategiespiele Punkt hallo grüßt euch liebe Raider einen wunderschönen guten Tag hallo Aldemar ein wunderschön ich hoffe dir geht's gut was gab's schönes bei euch hallo hallo willkommen zu Männerlords heute ist der Preview Release Preview Embargo fällt aus Männerlords natürlich aber jetzt Pause ah ok ich hoffe es hat wie hat's euch gefallen wie hat's euch gefallen vielleicht das mal als erste Frage wie hat's euch gefallen das Spiel gefällt mir immer mehr freut mich zu hören falls ihr Fragen haben solltet gerne raus damit habt ihr auch schon 12-13 Stunden hier im Spiel sammeln können im Vorfeld bin also ein bisschen drin und Heiligax Dankeschön für den verschenkten Zap sehr sehr lieb von dir Dankeschön so wir brauchen auf jeden Fall ein paar mehr Familien ab 50 bekommen wir die dazu also ein Jahr ohne Leute habe ich jetzt bislang auch noch nicht geschafft das ist einfach aufgrund der Distanz die wir hier zwischen hatten ähm sehr schön grottenolm wunderschönen guten Tag hallo ich grüße dich einen wunderherzlichen Tag Hallöchen unfassbar gut ich lass mich mal mit meinem Lappen alleine wir hören uns mein Bester mach's gut und nochmal vielen lieben Dank für den Raid sehr lieb von dir hast du schon eine Autobahn Zufahrt genau so verpackt wie in City Skyland 2 kann man einstellen was die Bewohner im Garten anbauen ja das kannst du einfach wenn du draufklickst hier über dieses Zahnrad kannst du dann einstellen was du hiervon haben möchtest vom Gefühl her wenn jemand im Stream beginnen möchte dann zu Beginn äh von äh diesem Spiel wenn jemand mit Stream beginnen möchte dann zu Beginn von diesem Spiel ich wenn jemand mit Stream starten möchte dann mit dem Spiel das würde ich eher weniger sagen weil äh Gott und die Welt jeder und seine Mutter und dessen Oma so sagt man das ja heutzutage in der Jugendsprache wahrscheinlich in diesem Spiel drin sein wird deswegen wundert mich wundert mich das überhaupt dass wir äh so viele Menschen immerhin erreichen konnten aber das zeigt ja nur dass äh Ranger auch mittlerweile beliebter ist in manchen Releases immerhin freue ich mich drüber sheesh genau sheesh so dann wollen wir nochmal unsere Wildbeuterhütte hier drüben Ranger ist halt begehrt ne ich hab euch was gesagt erst wenn wir die Zahl von vorhin erreichen dann sind wir begehrt vor dem Abbruch auf Lock by Ranger ich weiß nicht was das bedeutet das meine ich jetzt ernst das hört sich mega alt an aber ich weiß echt nicht was heißt was auf Lock heißt ähm so jetzt haben wir hier unser Jägerlager errichtet da ist es im Dorf äh im Dorf im Wald versteckt hier haben wir es und da können wir jetzt eine Familie zuweisen das machen wir jetzt auch und hier stellen wir jetzt unser Hunting Limit ein nämlich 10 das heißt wir jagen den Bestand nur so weit runter bis wir 10 noch übrig haben so auf deinen Nacken glaube ich ach so join me the evil erstmal nur YouTube heute mit deinen Videos direkt hier rein freut mich sehr zu hören herzlich willkommen woher bekommst du eigentlich die Steine her äh hier oben vom Feldstein vorkommen aber dafür müssen wir jetzt gleich erstmal ein paar Steine abbauen wir haben aber im Moment keine Familien dafür das ist das einzig große Problem was wir noch haben wie hat dein Router dich verlassen wie immer wie immer ähm kennt sich jetzt mal eine Frage an die Moderatoren kennt sich einer von euch mit Routern aus Entschuldigung warum nur eine Frage an die Moderatoren kennt sich einer von euch mit Routern aus und kann mir einen nagelneuen Top Router im Discord empfehlen meine ich jetzt mal ernst also wenn einer von euch sich mit Routern auskennt dann Ausrufezeichen Discord kommt gerne auf Discord und da in Tresen oder Streamvorschläge äh Streamvorschläge ne Feedback für Ranger pack da mal in Feedback für Ranger äh das gerne rein die Fritzbox 5090 hab ich 7590 hab ich hier da ist die kaputte Box ich glaub dass das echt an der Box liegt Lockduft sehr hilfreich welcher Anschluss denn DSL Punkt bekommst du Familien kommen die äh über Zufriedenheit bei 50 Zufriedenheit bekommen wir eine Familie dazu bei 75 Zufriedenheit bekommen wir zwei Familien dazu heute nochmal Vollgas und dann sind die voll ich bin mir auch sicher dass dieses Wochenende könnten wir das auf jeden Fall knacken so neue Söldnerkompanie verfügbar das sind die Nachrichten die zwischendrin reinkommen die wir dann zum Beispiel bei der Armee hier hören und hier angucken können ähm und dann darüber könnten wir uns dann die Armee noch ein bisschen weiter aufbauen und GC Zürcher vielen Dank für dein Follow Internet ist doch ein finsterer Mittelalter ADSL Kupferleitung ja also Glasfaser nicht aber das wodurch Glasfaser simuliert wird weiß ich ich weiß es nicht sorry ich glaube da müsste ich mir einen Fragenkatalog schicken und ich muss das in Erfahrung bringen Entschuldigung okay ähm jetzt geht es wieder ein bisschen runter wodurch ist das denn jetzt runtergegangen ach so stimmt das äh resettet sich einigermaßen erstmal wieder wenn ihr äh im neuen Monat ankommt ähm ähm so okay wir haben das jetzt so in dem Fall hinbekommen jetzt müssen wir nochmal gucken äh vielen Dank für dein Follow und Nazerian auch und ich danke für dein Follow wo ist denn jetzt die Hütte gebaut worden ja mehr eines anderen Herrschers wurde gesichtet ist nicht so schlimm und Beryl Alex auch an dich Dankeschön für dein Follow sehr sehr lieb vielen lieben Dank für die Follows Dankeschön Stadtmauern gab es in Demo ja nicht ne die wird es hier wahrscheinlich auch nicht geben weil Stadtmauern sind ja eher etwas für größere Städte gewesen und dafür den Stadtkern die Dörfer wir simulieren hier ja erstmal ein Dorf bisschen zu einer bestimmten Stadtgröße die sind ja gar nicht so in der Region wo man eigentlich viele Mauern drumrum gebaut hat ne wie funktioniert denn die Forschung du musst deine Stadt immer größer werden lassen und dann kannst du hier drin Spezialisierung nutzen das ist eher eine Spezialisierung als eine Forschung selber Mauer nur um die Männer genau um das Herrenhaus herum da gibt es nur die ganzen Sachen so okay Sag mit Marte grüß dich bin durch die Männerlords im Mittelalter Hype kann das noch nicht spielen das ist ein Tipp fürs Wochenende wenn man spielen was man spielen kann als Alternative gerne mit schöner Grafik und FF hab ich schon äh Foundation da ist die Grafik ein bisschen äh ein bisschen muss man drauf stehen aber Foundation ist eine gute Alternative dazu sonst ist Farthest Frontier wirklich das Beste bislang 10 Jahre Garantie mal gucken ob ich den den Beleg noch irgendwo finde so das ist mir peinlich das ist eigentlich ein anderes Spielprinzip muss man sagen als das hier okay ich weiß nicht warum Obdachlosigkeit uns immer noch einen Malus bringt ich glaube das bringt uns pro Monat einfach nochmal Malus Minus und dann wird das langsam dadurch besser dass es nur über die Jahre mit Content gefüllt wird und hochskaliert wird bezüglich Größe ich glaube schon Ostriff ist auch noch ein gutes Beispiel Ostriff hat auch ein paar Spielprinzipien davon ja sehr gut stimmt Foundation kann man auch wärmstens empfehlen Foundation ist immer ein wunderschönes Spiel auch mal so zwischendurch ein bisschen ein bisschen Zeit drin verbringen ähm wunderherrlich wunderherrlich kann ich auf jeden Fall so sagen so okay äh was brauchen wir denn noch als nächstes also wir haben beim Sammeln haben wir erstmal das Wichtigste wir haben Holzfällerlager wir haben Brennholzhütte wir haben Sägewerk wir haben Forsthaus wir haben Jäger und Wildbeuterhütte genau ähm dann haben wir hier in dem Fall noch Bergbau und Abbaugrube Bergbau brauchen wir später auf jeden Fall äh dafür brauchen wir aber erstmal ein paar Familien 50 haben wir jetzt hier erreicht Moment mal warum haben ja da haben wir jetzt auch eine neue Familie dazu bekommen endlich Uwe einen wunderschönen guten Tag seien die Wohnhäuser nicht mal unterschiedlich aus äh die sind ja auch unterschiedlich die Bauweise ist nur identisch verscheidene WLAN-Leistung aber sowas auch hier nur zum Modem und Ladenkabel ich hab ein Ladenkabel ich hab das Gefühl dass die was weg haben weil nämlich eine Ladbuchse zum Beispiel gar nicht funktioniert dass man keine Wege anlegen kann ja gut da kann ich natürlich nachvollziehen ja das kann ich natürlich nachvollziehen so okay das heißt jetzt haben wir auch alle genug Platz dann da drunter und wir haben jetzt eine Familie die wir dann nochmal irgendwo zuweisen können wir gehen jetzt erstmal hier oben schauen wir wollen erstmal alles hier drin einigermaßen zugewiesen bekommen deswegen packen wir einen in die Segelgrube frei geh einmal raus einmal hier hin wir haben fünf Familien zugewiesen einer steht beim Ochsenkarren einer ist beim Forsthaus zwei Stück kümmern sich um die Nahrung wo ist denn die fünfte? beim Förster beim Förster haben wir eine Familie zugewiesen Segelgrube stattdessen oder Brennholz wir werden uns erstmal um Brennholz kümmern weil das Brennholz muss nämlich hier verkauft werden und dafür müssen wir den Stand hier benutzen den Brennholzstand und erst dann wird daraufhin auch hier das Bedürfnis erfüllt genauso wie bei dem Lebensmittelstand bei dem wir hier Beeren verkaufen das dann auch erst erfüllt wird und wir brauchen auch noch eine Gerberei weil diese Gerberei die wird dann auch hier ähm ist denn nur das Internet weg oder startet die Fritzbox neu? das kann ich dir nicht sagen also die X die Fritzbox da fängt quasi diese DSL-Lampe fängt an zu blinken und dann nach fünf Minuten ungefähr ist es wieder da das ist aber das ist immer derselbe Intervall also ihr seht es ja ihr könnt es ja auch in den anderen Streams in denen es abgebrochen ist zum Beispiel nachvollziehen ist immer derselbe Intervall und das macht es halt verdächtig in dem Fall aber die macht auch schon lange Probleme noch nie in den Routerlock geschaut da steht nichts also zumindest für mich als Laien steht da nichts das ist das Problem Solanverteilung über Strom in der Nähe der Fritzbox ne also es läuft falls du falls du hier sowas wie ähm Internet über über den Stromkreislauf meinst du das nicht Router zu warm würde mich wundern vor allem der Ventilator der hier ist buchst du da auf den Router drauf Diagnose hat mir auch nichts gebracht das klingt nach Neustart mach ich mal aber mach ich mal im Stream mach ich mal im Stream mal ein Foto davon da ist aber nichts dass man hier IP-Tracking machen kann oder? für mich als Laien da so okay ähm das hier könnten wir dann hinterher nochmal machen das lassen wir jetzt aber auch nochmal vor dann haben wir einen Speicher gebaut und wir haben ein Lagerhaus gebaut Packstation brauchen wir nicht weil wir noch kein anderes Teretorium haben und an Bindebalken ist auch nochmal ersten Außen vor ähm dann Hofstätte Brunnen ich hab den 7590 den hab ich mir vor vier Jahren drei Jahren drei Jahren geholt würde ich sagen so das ist auch ein relativ neues Problem ihr wisst ja vorher hat das ja alles funktioniert bei mir ne Steini dankeschön für den Sub sehr sehr lieb von dir dankeschön so okay jetzt aber erstmal wieder zum Spiel zurück bevor wir uns dann vollkommen verlabern mit Linge hallo das weil das kann ich nicht so nebenbei mal eben machen und Maltran auch eigentlich einen wunderschönen Abend Hallöchen okay so dann haben wir das jetzt hier schon mal geregelt und die Häuser können wir weiter vollbauen okay also ich würde mir einfach einen neuen Buch verholen glaube ich und Maltran dankeschön für die fünf verschenkten Subs vielen 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 lieben Dank sehr sehr lieb von dir vielen lieben Dank dafür dankeschön so okay wie sieht es eigentlich aus der Third Person aus das können wir gerne mal angucken und zwar ist das hier der Besichtigungsmodus Mojax moin und so sieht das aus wir laufen hier dann rum so ist das Ganze aus der Ego Perspektive heraus wunderschön nicht wahr hey ich bin der Lord tötet ihn es ist ihnen eine Ehre gewesen für mich zu arbeiten aber so ungefähr ist das Ganze hier Entschuldigung ein bisschen Wusten habe ich immer noch im Hals aber sonst ist es eigentlich soweit ganz gut und Bagnos ist ein langer Schiff für den Sub im wichtigen zweiten Monat aus dem Wegpöbel ja das meist ersehnte Spiel 2024 ja das Spiel ist tatsächlich auch das meist gewünschte Spiel auf Steam das ist tatsächlich nie mal eine Floskel die man irgendwie im Strategiebereich gesagt hat das hier ist das meist gewünschte Spiel auf Steam zwei Millionen Wishlist die hier sind bis da hier in Tod macht's gut schön dass ihr da gewesen bist wie lange sind bitte die Schuhe die brauchen die muss man so haben ich meine wer möchte diese Schuhe denn nicht so haben wenn Bewohner im Garten Gemüse anbauen wird dann dafür eine Arbeitskraft benötigt oder läuft das passiv ne dafür wird Arbeitskraft benötigt es gibt auch Sachen die passiv was generieren aber hier muss sich tatsächlich eine Person aus dem Haushalt drum kümmern dafür können wir dann aber hinterher eine Verbesserung durchführen nämlich die Wohnraumerweiterung dann ist eine zweite Person hier die sich darum kümmern kann das Problem ist wir bekommen wenn wir auf Stufe 2 gehen ein Regionsvermögen für Stufe 2 pro Territorium das heißt wir bekommen dann nicht 2 für das Haus jeweils ne ist aber immer um 18 Uhr der Neustart programmiert wenn du heute um 18 Uhr den Stecker ziehst ist ab dann immer um 18 Uhr der Neustart programmiert aber wir hatten es bei Dune das kann nicht sein weil bei Dune hatten wir zweimal hintereinander einen Ausfall also es ist nicht so als wenn es nur einmal ein Ausfall ist so das ist immer ein mehrfacher Ausfall oder kann auch mal mehrfacher Ausfall sein das Bauernhaus ist in dem Moment noch nicht genutzt wir haben eh gerade Sommer wir würden wenn dann anfangen die Sachen im Frühling dran zu packen und wir wollen dann erstmal weiter gucken wir lassen das hier mal weiter laufen ich schaue nochmal kurz in die Verbesserung rein ich würde tatsächlich eher hier oben drauf gehen und da haben wir den schweren Flug ermöglicht den Einsatz von Ochsen am Bauernhaus beschleunigt das Flügen großer Felder signifikant und macht das Einlagern von Ernte gut effizienter dann können wir nämlich zum Beispiel auf Düngern gehen Düngern bedeutet dass ein Feld von uns eingezäunt wird und wenn das Feld brach liegt wird unser Vieh auf dieses Feld gebracht und dann kackt das da alles voll und dann sind wir zufrieden und dann haben wir wieder gute Fruchtbarkeit auf dem Bereich das heißt das können wir hier schon verbessern hier oben seht ihr noch die Schlösser das ist noch in Arbeit bzw. im Early Access nicht verfügbar Spiel in Arbeit also hier wird auch noch fleißig dran weiterentwickelt was ich mich frage ob er sein Team erweitern wird wenn er jetzt dann das Spiel in den Vorverkauf bringt ich sag es mal so ich bin ein bisschen unschlüssig gewesen im Moment sieht es so aus als wenn ihr sehr positiv dem ganzen gegenüber eingestellt seid ich muss sagen in der Podcast-Folge die heute rausgekommen ist habe ich gesagt ich glaube dass die meisten Leute sagen werden dass es größtenteils positiv ist also dass wir eine Bewertung zwischen 65 und 75% auf Steam bekommen das war meine Einschätzung in der Podcast-Folge die heute rausgekommen ist kein Scherz und ich kann es euch auch jetzt relativ leicht erklären warum ähm kann relativ leicht erklären warum und zwar aufgrund der Geschwindigkeit und wenn man das ganze Spiel jetzt mal so betrachtet komplett von außen betrachtet was das Spiel hat einen begrenzten Umfang und macht eigentlich nichts Neues weil es einfach nur Mechaniken miteinander kombiniert und jetzt kommen wir zu dem Punkt mir persönlich macht es Spaß aber macht der Steam Gesamtzahl von 2 Millionen Wunschlisteneinträgen Spaß das ist so der Punkt also das war halt wirklich nur auf die Steam-Bewertungen bezogen Killerbeast, hallo ich grüße dich einen wunderschönen guten Tag das ist wirklich nur komplett auf die Steam-Bewertungen bezogen auf nichts anderes ja auf nichts anderes okay ähm guten Hunger guten Hunger wir lassen die Zeit noch mal ein bisschen vorangehen damit wir gleich in den nächsten Monat kommen und hier auch noch mal ein bisschen äh Bevölkerung dazu bekommen und wenn es all wenn es langsamer ist ob es allen gefällt ja ich glaube ja dass das Problem sein wird dass sich hier manche einen heiligen Gral erhoffen aber es ist jetzt nicht so als wenn das Aufbau-Genre ich würde nicht also das Aufbau-Genre wird nicht neu definiert es wird perfektioniert und ich weiß nicht ob alle bei dem Hype wissen dass es perfektioniert wird und nicht revolutioniert weil manche sich halt auch Revolution wünschen und wickeln mit der Qualität weiter ich hoffe es so sehr ich drücke ihm so die Daumen sende die Punkte einfach zu Ende und lässt das Ganze sauber und clean wirken genau das ist es Garwein und das macht es für mich sehr positiv und Taker danke schön für deinen Sub ich bin da auch gar nicht so negativ dran also wie gesagt ich persönlich mag es ich bin ohne Hype an das Spiel rangegangen das war für mich wichtig und bislang macht es sehr viel richtig in meinen Augen bislang macht es sehr viel richtig in meinen Augen es gibt auch noch Verbesserungspotenzial an der einen oder anderen Stelle wo wir wahrscheinlich auch noch hinkommen werden also auf jeden Fall im Laufe des Wochenendes werden wir zu diesen Punkten kommen aber ja genau ich habe Angst vor den Reviews wenn ich ehrlich bin ja also ich habe Angst davor dass es unverdient ist für die Arbeit die er da reingesteckt hat wir haben ja das Quadruple A-Titel die haben ja auch keinen Gral abgeben und es waren Namen bei den großen Geldsaugern hinterlassen fassbar wichtig mittlerweile dabei bekommt man den Hass wenn man das Spiel einen Daumen runter bekommt nachdem dieser Mensch über 3000 Stunden das Spiel verbracht hat nur weil man im Patch nicht so lieb oder so ja 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 kann ich verstehen kann ich verstehen nee man kann auch nicht alles neu empfinden und ich glaube zum Beispiel Männerlords so in der Art und Weise wie es jetzt hier drin ist habe ich es noch nie gesehen und das macht halt sehr viel sehr sehr viel richtig für mich sehr viel richtig für mich so wir müssen jetzt auf jeden Fall uns für den Angriff immer noch vorbereiten das heißt wir müssen noch mehr Leute zu uns holen wir haben momentan Wohnraum für 10 Familien insgesamt haben wir aber nur 6 Familien bei uns im Dorf drin das Kampfsystem könnte noch spannend werden das Kampfsystem ist tatsächlich spannend also das Spiel ist ja schon es hat ja schon das Kampfsystem drin wenn wir jetzt darüber überlegen dass das hinterher ähnlich wie ein Siedler wird dass hier hinterher auch noch andere Dörfer auf der Karte sind und stellt euch mal den Multiplayer vor diese Karte hier verdoppeln sagen wir mal verdoppeln und dann 4 Spiele auf der Karte verdoppeln ja ja doch oder zumindest ja um 50% vergrößern um die Hälfte vergrößern und dann 4 Spieler hier drauf und dann hat man natürlich einen langen Spiellauf der durch der der dann laufen würde aber um Gottes Willen könnte man da Spaß mit seinen Freunden haben immer wieder regelmäßige Runde man trifft sich jeden Freitag auf der Karte und los geht's super vielleicht noch einen Schnellspielmodus reinbringen auch diese Möglichkeit besteht natürlich kann man sogar ein kleines bisschen kompetitiv fördern nicht dass das der Hauptfokus ist aber auch diese Möglichkeit besteht das Spiel hier hat diese Mischung aus Authentizität und Spielspaß getroffen dass man mit leichten Änderungen und mit leichten Modbarkeiten hieraus sogar ein kompetitives Spiel machen könnte hieraus könnte man einen Siedler machen das hier ist das Siedlerspielprinzip das vergisst man glaube ich manchmal das hier ist ein Siedlerspielprinzip das was Siedler erfolgreich gemacht hat das ist das hier nur in einer ganz neuen modernen Form weitergedacht mit vielen 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 Verbesserungen so okay sehr schön ähm wir müssen den Juni immer noch umbekommen damit wir dann einmal rüber gehen können zum äh noch eine weitere Familie bekommen werden und mit dieser Familie werden wir dann hinterher glaube ich das Bauernhaus wobei dieses Bauernhaus müssen wir noch nicht bestücken da warten wir wirklich bis der Winter vorbei ist ein Banished für ein Banished ist es glaube ich ein bisschen zu wenig Survival auf einem normalen Schwierigkeitsgrad Anno mit Anno hat es gar nichts gemeinsam außer Produktionsketten sehr schön wie oft regnet es denn da ja ihr müsst euch vorstellen dass da immer ein Jahr vergeht ne und außerdem sprechen die britisches Englisch also durchaus möglich dass es hier so regnet doch wird Ranger nicht bezahlt aber nach dem Stream geht die Kohle raus ja ja genau nach dem Stream ich glaube ich habe noch nie ein Sponsoring von Hooded Horse tatsächlich gehabt schaut mal wie schön die Atmosphäre ist Wahnsinn ja die Häuser sind fränkischer Stil aber die sprechen auf jeden Fall Britisch aber Britisch ist Englisch Neufamilie ist eingezogen jetzt haben wir sieben und äh jetzt können wir mal schauen wo wir die noch hinpacken wollen also wir haben die jetzt oben bei den Bärensammlern wir haben die jetzt oben bei den Jägern wir haben jetzt beim Forsthaus ist niemand drin wir haben jemanden bei der nee bei der Segelgrube haben wir auch niemanden äh Holzfällerlager ist bestückt Brennholzhütte ist bestückt gibt es einen Grund warum du eine Familie in meine Reserve hältst ja zum Bauen nur die nicht zugewiesenen Familien bauen nur die nicht zugewiesenen Familien bauen jetzt überlege ich gerade was wir hier noch hinterher hinzupacken könnten was wir auf jeden Fall in nächster Zeit brauchen werden ich glaube so viel haben wir da um ehrlich zu sein noch gar nicht wobei wir könnten schon mal einen Handel eigentlich hier dran bauen wenn wir wollen aber der Handel bringt uns nichts für Handel brauchen wir Geld das ist wichtig hervorzuheben viel Spaß Mojax habe ich das Richtige sehen dass man noch eine Schwierigkeit gerade einstellen kann nice dann bleibt tatsächlich auch mal Zeit einfach mal ins Dorf zu setzen die Grafik zu genießen ja du kannst entweder komplett pazifistisch spielen oder du spielst auf den absoluten Hardcore Modus beides ist möglich Metal Fan danke schön für deinen zappen Sitz im Monat ich folge dem besten auf vielen lieben Dank für die lieben Worte und Krykonos danke schön für dein Follow sehr sehr lieb so Verwaltung das Herrenhaus könnten wir halt hinterher bauen das heißt damit wir das Herrenhaus als Ziel haben werden wir jetzt einmal das Steinmetzlager bauen wir brauchen nämlich das Herrenhaus bis zu dem Zeitpunkt wann die Banditen uns angreifen werden so und hier ist die Hauptstraße das heißt wir setzen uns das Lager hier hin zack dahin kommt das Lager dann werden wir jetzt einmal anfangen hier einen Weg durchzubauen so und dann können die nämlich da anfangen hinterher was hinzupacken auf den Wegen sind nämlich die Karren schneller die Karren sind übrigens das was von dem Speicher und von dem Lagerhaus genutzt werden würde wäre für eine Raubretterfestung und dann eignen wir uns Holde Meiden an ja ja ähm ich kann euch sagen das gibt es jetzt momentan im Early Access noch nicht aber wenn ihr ein Territorium einnehmt und dann als erstes Gebäude dieses Siedlungslager baut dieses Siedlerlager baut dann gibt es die Möglichkeit aus vier verschiedenen Städten auszuwählen momentan kann man nur die nur die Hauptstadt nehmen aber es wird auch eine Waldstadt geben eine Bergstadt und eine eine landwirtschaftliche Stadt also man kann auf jeden Fall die Städte hinterher sogar noch mehr spezialisieren zumindest ist es angedacht dann gibt es schon Platzhalter drin vielleicht werden wir das auch noch sehen das kann ich euch aber nicht garantieren dass wir das heute noch sehen werden weil neues Territorium zu bekommen vor allem wenn man da mal komplett neu aufbaut das wird schon lange dauern und ich werde jetzt mal hier rüber gehen das ist ja die das ist ja die Karte die wir haben fällt euch mal der Karte was auf da ist jetzt schon da muss man sagen da ist jetzt schon ein bisschen das ist jetzt schon Detail das wird wahrscheinlich auch nur jemand sehen der von Anfang an dabei war und Wuschmi Dankeschön für die zwei Verschenken Subs sehr sehr lieb von dir man sieht was gebaut wurde das Dorf ist eingezeichnet ja hier ihr seht die Straßen und die Gebäude die wir gebaut haben die sind hier drin eingezeichnet worden samt der Straße hier rüber samt der Gehöfte alles ist eingezeichnet worden was wir hier gebaut haben selbst das hier oben und das ist komplett über die Karte verteilt wenn ihr jetzt hier woanders was hinzieht hier zum Beispiel die Straße verbindet wird das eingezeichnet das ist wunderschön das sind Details die solche Spiele lebendig machen weil wir gehen auf die Karte drauf und sagen ja okay hier müssen wir hin hier müssen wir hin hier müssen wir hin wo kann ich denn am besten was machen wo ist was vor mir und dann denkt man sich ja okay mit der Ansicht kann ich jetzt hier nichts anfangen aber so wissen wir auch wo die Gebäude sind und das kann hinterher auch noch einen Einfluss haben sind die Gebäude dann auch von der Karte durchgestrichen das weiß ich nicht ich habe wenig Gebäude bislang abgereisen müssen Gott sei Dank so okay weiter geht er Peter ähm gibt es Fog of War äh ja aber der wird nicht explizit dargestellt du siehst manchmal wenn eine Armee draufkommt aber du siehst manchmal nicht wenn die durch den Wald gehen oder so kurzes Statement bitte ist der Hype gerechtfertigt ich habe so Bock auf das Game äh da ich am Anfang nicht gehypt war kann ich dir nicht sagen ob der Hype gerechtfertigt ist ich persönlich finde das Spiel aber sehr gut und es hat mich überzeugt dessen dass ich auch durchaus hätte einen Hype im Vorfeld haben können auf das Spiel also kurzum ja im Prinzip besser drauf antworten so meine Damen und Herren dann wollen wir mal weiter gucken diese Kirche werden wir dann werden wir hier mal eine Familie zuweisen zu der Kirche kann man Burgen bauen nee also jein du kannst ein Herrenhaus bauen und daraus kannst du dann halt hinterher so was wie ein Bergfried machen oder wie so ein ähm wie hieß denn das nochmal ähm ähm nee das ist kein Bergfried wenn du ein Herrenhaus mit Mauern drumrum ach das hat einen speziellen Namen ich hab's leider vergessen ne Motte ist es nicht glaube ich oder Pommes Palisaden nee so einfach grüß dich mir fällt's leider grad nicht mehr ein wie es heißt auf jeden Fall Herrenhäuser können wir bauen und dann können wir drumrum ein bisschen äh Mauer ziehen ne Stranger heute in der Freizeit schon ich? ich bin jetzt in der Arbeitswoche wieder ist das ne Motte? ne Motte war doch eine Gefechts war doch ein Gefechtsverhau oder? dass aus dem Gefecht herausgeführt werden konnten Citadella auch nicht nee also das Herrenhaus ist so und dann ziehen wir darum ne Palisade kann ich äh Prettiest Princess Lord werden RPG-Mechanien gibt's gar nicht hier drin im Spiel auf jeden Fall werden wir uns darauf konzentrieren als nächstes ein Herrenhaus zu bauen ihr seht erforderliche Siedlungsstufe kleines Dorf wir sind momentan ein kleines Dorf perfekt und können das dann aufbauen Bergfried wahrscheinlich Bergfried dann ne gibt's Kannibalismus kannibalismus gibt's nicht wann gibt's nochmal Regionsvermögen durch Handel oder wenn wir unsere ersten Gebäude auf Stufe 2 aufrüsten dafür müssen wir aber noch die Bedürfnisse erfüllen zum Beispiel Brennstoff oder zum Beispiel auch Lebensmittelstand oder Bekleidung damit wir das machen Residenz ja ein Kiep ja ein Kiep Kiep ist das glaube ich ja keine Waffen ins Lager teleportiert bekommen kann man sich dann erst dann trotzdem gegen Angriffe wehren oder greifen die erst dann an wenn man Stufe X erreicht hat du kannst einstellen wann sie dich das erste Mal angreifen können kann man dann Achterbaum bauen ja gibt's bald neue Namen stimmt wir können wir können sechs neue Namen vergeben Alpha Noob wenn du gerade da bist dann können wir einmal sechs neue Namen vergeben hast du schon in einem anderen Spiel das in Angriff dein Dorfzerstörer quasi plötzlich Game Over warst nee ich hatte einen großen Angriff mit einer riesengroßen Armee das ist glaube ich auch im Video drin ich habe aber gegen die gewonnen weil ich taktisch besser bin als die KI die KI macht manchmal ein bisschen also sie macht keinen Blödsinn aber die KI ist halt trotzdem noch eine KI sie ist nicht schlecht in dem Spiel sie lockt einen auch in den Wald rein und will dort drinnen kämpfen aber sie ist ja sie ist halt trotzdem noch eine KI so da haben wir die nächsten Namen das heißt wir nehmen jetzt einmal hier Sunshine Kira haben wir dann haben wir einmal Rimaxi haben wir auch noch dabei hoppala dann haben wir Big Ben so Big D Tag ich grüße dich Hallöchen dann haben wir als nächstes Jani äh Switch und wir haben Nori Master sehr gut okay damit haben wir jetzt erstmal wieder alle Personen benannt damit seid ihr jetzt wieder bei uns dazu und ich freue mich schon wenn ich die ersten von euch verheizen da nicht die ersten von euch wenn ich wenn ich euch wenn ich euch hier zu guten ähm Mitteln verhelfen arbeiten ja und die unterhalten sich zwischendrin glaube ich Big D glaube ich Nori Master okay dann habe ich mich da verschrieben Nori Master Hammer sehr schön okay hier oben ziehen sie jetzt gerade alles rüber und wir werden dann anfangen jetzt gleich das hier fertig zu bauen da haben wir jetzt den letzten Baumstamm der da hingebracht wird und dann fangen die an hier diesen kleinen Stein dieses kleine Steinbärtslager fertig zu bauen und wir oh nein wir bauen dann hier oben Steinen ab ich habe jetzt ein bisschen ich habe jetzt ein bisschen äh dazwischen gelassen muss ich sagen ich bin ab beim Eisenvorkommen gebaut nö was ein bisschen schade ist nach diesen 140 Feldsteinenvorkommen gibt es halt keinen Stein mehr bei uns dann kriegen wir den nur noch durch Handel schade eigentlich aber ist jetzt auch nicht das ist jetzt auch nicht das Schlimmste der Welt das muss man auch dazu sagen wir versuchen das hier nochmal weiter zu steigern ähm noch haben wir nicht die Möglichkeit bekommen Lebensmittel weiter hier auszugeben wir haben jetzt beim Nahrungslager ja das sieht so so bescheiden aus muss man ja sagen ich glaube ich werde auch einmal hier ich werde auch einmal hier entlang eine Straße bauen auch wenn die ein bisschen steiler nach oben geht das ist der sogenannte Freestyler haha woppa the morning ne ja so haben wir haben wir dann auch den Witz abgedeckt ähm und äh werden dann gucken dass die hier vielleicht ein bisschen schneller runter sind damit wir uns da auch noch drum kümmern können eigentlich müsste das Gemüse nämlich jetzt auch mal hier drauf gepackt werden ich meine das ist ja auch schon gesamt im Speicher drin wir müssten einfach im Speicher eine Familie glaube ich reinpacken die sich da nochmal alles kümmert wir könnten das auch zum großen Speicher machen gibt es bei Schlachten Teamattacken vom Bogenschützen äh konnte ich bislang noch nicht beobachten gibt es im Game ein Tutorial ja aber nur in Form von Aufblocktext wenn du etwas das erste Mal öffnest und ansonsten gibt es hier über das Fragezeichen eine Enzyklopädie die du dir komplett einmal anschauen kannst so okay dann haben wir das jetzt auch mal gemacht Kastell oder Bastilla bezeichnet ich kann aber nicht, ist das sowas wir wollen das dann auch nochmal besser machen hat mir keine Ruhe gelassen wir lassen das jetzt hier nochmal ein bisschen beschleunigen ihr seht wie lange das dauert wir sind immer noch im Juli also wie lange es auch mal dauern kann bis die neue Familie dazukommt immer schön entspannt immer schön ähm klein mal klein aufbauen dass wir hier weiter vorankommen jetzt haben wir zum Beispiel das Gebäude fertig das Steinmetzlager das heißt wir können jetzt hier zum Steinmetzlager eine weitere Familie schicken und die wird dann anfangen hier steinmetzige Sachen zu machen jetzt haben wir alle Familien auch vergeben wir müssen jetzt ja gerade nichts bauen also auch da alles gut und wir brauchen eh erstmal 15 Holz äh 20 Holz und 15 Steine äh Holz wird jetzt gerade noch gar nicht hergestellt keine Ahnung wieso die hier noch nichts machen achso ja klar das ist relativ leicht erklärt weil da gar keiner drin ist das erklärt natürlich einiges dann nehmen wir erstmal den hier raus und packen den in die Sägegrube rein damit die bei der Sägegrube weiter arbeiten werden weil wir haben ja hier Bauholz haben wir jetzt gerade noch genug äh wir werden einmal wir brauchen 5 Bauholz das heißt wir werden hier 10 Baumreserve einstellen also sobald wir nur noch 10 oder weniger Bäume haben wird die Sägegrube nicht beliefert ist auch noch wichtig wir haben eine neue Familie dazu bekommen ähm und mit dieser neuen Familie werden wir dann nochmal gucken ne hier machen wir jetzt noch nichts die Familie können wir eigentlich noch ein bisschen offen lassen wenn wir wollen wir haben noch die Brennenholz wir haben ah ne wartet wir werden die Familie nutzen wir werden die Familie in den Speicher reinpacken und Centuras Dankeschön für dein Sub im 21. Monat ich würde gerne ein Viertzhaus eröffnen mylord Maverick du wolltest doch vorhin Ochsen oder kann das sein bist du noch da Maverick da Maverick ich kann kein V drücken da passiert dann so dann machen wir jetzt den V vorhin finde ich gut das war doch vorhin oder die Armee an des anderen Herrschers wurde gesichtet ja ist nicht so schlimm die ist ja dahin ich kann leider kein V bauen äh kein V drücken lass mich mal kurz in der Einstellung eben bei der Steuerung nachsehen bei dem V Armeereiter rechte dann eben auf das Komma 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 klar auf dein Leben das heißt Maverick ist zwar nicht mehr da aber Maverick hat das so inbrünstig gesagt das heißt wir werden Maverick hier einmal verewigen als Ochsen ich weiß aber nicht wo unser anderer Ochse ist muss ich sagen solange das nicht unser Auer Ochse ist hehehe ja ne so ok wir werden dann nochmal das V ist wie vogelfrei aha verstehe Gerrik verstehe und dann werden wir jetzt nochmal gucken dass wir das hier dorthin setzen und dann können wir hier nochmal ein großes Hütchen hinbauen unten links was genau meinst du mit unten links was macht ihr schon wieder hier warum warum egal ach nichts schon gut ok ja das werde ich jetzt auch einfach so ignorieren und stehen lassen ich bin nämlich ein Profi ja ja alles was an Fehlern geschieht das ist genau das was sein soll wir bauen hier noch ein Haus hin ich mein Ochse das Dorf Auer Ochse ja gibt keine Fehler nur heavy little accidents genau und Probleme sind dornige Chancen bau doch die neuen Häuser zwischen Kirche und deinen ersten Häusern schön das Eck ausnutzen da soll ne Taverne hinterher hin da soll ne Taverne hinterher hin mein innerer Monk wie du baust ja das soll ja nicht das soll ja nicht rechteckig sein das soll ja genau so sein das soll ja lebendig aussehen das muss ja lebendig aussehen das Dorf muss lebendig sein so ungefähr so 64 haben wir wir wollen nochmal 11 Prozentpunkte nach oben gehen dann ist es auf jeden Fall besser für uns wir brauchen jetzt noch Bekleidung haben wir denn wir haben heute das heißt wir könnten besser besser heute als morgen ja sicher so ok wir wollen dann bei der Industrie nochmal die Gerberei dazu packen die Gerberei packen wir hier oben hin ja die stinkt sowieso so das heißt die kommt da ein Top Tank einen wunderschönen guten Tag einen wunderschönen guten Tag leider können wir da gerade eben nichts bauen weil keine Familie dafür verfügbar ist außer wir nehmen die Leute aus der Kirche vielleicht raus das wäre noch ne Möglichkeit wisst ihr was wir nehmen die auch gerade mal aus der Kirche raus endlich ist es soweit so sieht's aus ist der Ranger und schon eine gewisse Art von Folter aussetzt ich will auch loslegen mit meiner Lords Entschuldigung aber immerhin könnt ihr das hier perfektioniert sehen also guck mal zählt euch doch mal die Vorteile auf dessen dass ihr hier im Stream seid Wieselotter einen wunderschönen guten Tag ihr seht hier eine Herausforderung ohne zu herausfordern zu sein ihr seht ein schön wachsendes Dorf ihr seht einen schönen Baustil ihr seht aber auch das alles in akzeptablen Geschwindigkeit ich erkläre euch das Spiel ich zeige euch die Vor- und Nachteile ihr könnt hier genau sehen was das Spiel für euch gut macht oder schlecht macht diesen Service bekommt ihr sonst bei niemandem auf Twitch das möchte ich ja mal hervorheben ja und ihr seht einen schönen Menschen genau und mich auch und diesen Biber hier der ist übrigens auch von Hooded Horse der ist von Against the Storm man muss sich an einem Tag zwei Streams von Ranger ansehen Mist irgendwie Wolle dankeschön für deinen Follow und dankeschön für deinen Sub sehr sehr lieb von dir vielen lieben Dank dafür so sehr schön damit haben wir den Gerber fertig das heißt wir packen jetzt hier auch den Gerber schon rein und wir packen hier die wieder in die Kirche rein so wir wollen hier schönen Menschen sehen wow hat einer was gesagt wir mögen das hier ne 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 hat keiner was gesagt aber man muss es immer wieder hervorheben ja man muss es immer wieder hervorheben ihr hört dann erst steh jetzt geht es hier aber los ihr schwere Nöter ihr ihr schwere Nöter so jetzt haben wir aber auf jeden Fall schon mal die Leute zugewiesen jeder Speicher füllt sich auch langsam ich frag mich immer noch warum die hier oben nicht so gut nachkommen aber naja ich bin jetzt erstmal hoffnungsvoll wir gehen mal auf sechs runter sechs bam da können wir 14 Tiere jagen holuril einen wunderschönen guten Tag hallo ich grüße dich hi ich hoffe euch allen geht es gut ich hoffe euch allen geht es gut ich hoffe ihr alle habt bislang einen super schönen Tag ich hoffe ihr bereut heute nichts ich hoffe ihr bereut nicht heute eingeschaltet zu haben ich hoffe ich hoffe euch geht es einfach gut ja ich glaube man muss es einfach mal sagen ich hoffe euch allen geht es heute gut und euch geht es genauso gut wie mir heute ich freue mich heute sehr ich freue mich sehr dass ihr alle da seid ich freue mich dass wir heute so viele sind ich freue mich dass wir zusammen Männerlot spielen können ich freue mich dass du so entspannt ist heute ist einfach ein toller Tag ja können die Bären nur das Fleisch verderben wie in Farthest Frontier ähm ne bislang habe ich das noch nicht gesehen aber ich habe auch selten so einen großen Vorratsspeicher wie in Farthest Frontier muss ich sagen und Toluda dankeschön für deinen Follow sehr lieb von dir oder die Bären jagen deine Jäger mir geht es hervorragend das hört sich doch super an Karwein danke für die lieben Worte dankeschön so okay auf schneiden so werde ich wahrscheinlich die ganze Zeit abgelenkt sein weil das Spiel so gut aussieht ich dachte weil ich so gut aussehe und Slint dankeschön für deinen Sub auf Stufe 3 für 4 im 4. Monat vielen lieben Dank dankeschön Algorabur machs gut schön dass du da gewesen bist auf drei Kanälen wie kann es jemandem da schlecht gehen so sieht es aus ihr könnt ja mehrere Reiter gleichzeitig offen haben ihr könnt ja mehr Content Creatorinnen und Content Creator gleichzeitig zugucken das vergisst man glaube ich häufig weil jeder hat eine andere Expertise dabei zum Beispiel die historischen Berater haben dann halt die Expertise des Historischen ich habe die Expertise des Erklärens und des Lustigseins und dann gibt es halt auch noch Expertise dessen dass man halt einfach dabei ist das gibt es ja auch noch spielt halt einfach das Spiel so ungefähr ich würde hier trotzdem nochmal gerne jetzt was anfangen zu bauen in dem Bereich aber die Taverne die würde ich hier entsetzen dahin direkt neben die Kirche wenn die Forschung so wichtig ist warum machst du es noch nicht weil ich nicht weil ich mir noch nicht sicher bin darüber in welchem Bereich ich forschen möchte wir gehen hier einmal hoch denn wir haben noch gar nichts hier in dem Bereich was ich jetzt für meine Felder nutzen kann Moment hier der schwere Flug ist es und ich weiß noch nicht ob ich hier hingehen möchte oder hier hin hier hätten wir zum Beispiel Fallenstellen das heißt ich würde dauerhaft passiv Fleisch generieren aber macht das Sinn? ich weiß es noch nicht es wird zur Sucht Tyrael Dankeschön für deinen 5. Monat Elke Bone Dankeschön für deinen 14. Monat ich grüße euch zum Frühschoppen übergehen genau der Sesam einen wunderschönen guten Abend hallo wird eh zu Exkommunikation ja das ist ja auch eher eine Verbesserung wann ist Release von dem Game? Ende April 26. April ist Release von dem Game muss in 30 Minuten meine Frau von der Arbeit abholen 161 Tage wird mir angezeigt ich kann dir nicht sagen wie lange das noch ungefähr ist aber es könnte sein dass du in der Zeit deine Frau abholst wieder zurückkommst Rose Blue hallo und Heidi Dankeschön für den verschenkten Zapf vielen vielen lieben Dank auch an dich so okay vielleicht mal so eine kleine Frage um auch so ein bisschen das Stimmungsbild hier drin sehen zu können wer von euch war denn im Vorfeld auf Männerlords gehypt also ich rede richtig von Hype nicht nur so freuen sondern so ein richtiger Hype auf das Ganze mal eins wenn ihr gehypt gewesen seid durch das Ganze mit zwei wenn ihr vielleicht gar nicht so gehypt gewesen seid dann können alle hier drin mitmachen ja also eins wenn es voll ist so boah Gott ich wollte hier richtig und zwei gar nicht Servers Doss Dankeschön für dein Follow sehr lieb spart Enttäuschung ist Hype gespannt äh ja ja Hype ne Hype ist schon so oh Gott dieses Spiel wird das beste der Welt so ungefähr Taubi danke für dein Follow würde ich fast schon also Hype geht schon eher in die Richtung wir nehmen den einmal aus der Kirche raus die sollen hier in der Taverne bitte einmal arbeiten für uns zu alt für Hypes erwartet nichts mehr von neuen Spielen ich muss sagen bei mir war es zwei also ich war tatsächlich auch in dem Spiel nicht gehypt ich hab mich sehr gefreut auf das Spiel aber nicht gehypt dadurch dass mein dass ich enttäuscht wurde in letzter Zeit äh durch verschiedene Spiele äh vor allem Paradox-seitig City Skyline 2 nenne ich ja mal so als Beispiel vielen Dank für den Hype-Turner der im Hintergrund läuft äh City Skyline 2 nenne ich als Beispiel äh Star Trek Infinite das das mich auch enttäuscht hat das sind so Dinge die dann dafür gesorgt haben dass ich selber nicht gehypt war aber trotzdem war ich sehr gespannt darauf den ganzen Ansatz hier zu sehen und ich bin bislang sehr positiv überrascht von dem ganzen Spiel hier also ähm wirklich wirklich sehr sehr gespannt und ich glaube man kann auch sagen Folge nur dem Ranger-Hype sehe ich nämlich gerade im Chat ich glaube man kann sagen dass wir uns als Community sowieso im Regelfall recht wenig um Hypes scheren ähm das ist ja eine der Besonderheiten bei uns also für alle für all jene die äh die zum Beispiel das erste Mal hier sind klar wir gucken uns neue Releases an klar wir gucken uns neue Spiele an weil ich das einfach als meine Aufgabe sehe euch zu informieren ist das Spiel was für mich oder nicht aber wir spielen auch Spiele abseits vom Hype oder ähnliches also das ist für uns wichtig dass wir einfach Spiele auch haben die gut zu spielen sind auch wenn wir da mal die ein oder andere Gurke dabei haben ja wenn der Tor ist absolut welcher High High Five Hypes sind aber auch schnell wieder vorbei dann das nächste Spiel kommt nächste Woche kommen direkt schon wieder mehrere Spiele nächste Woche kommen direkt schon wieder mehrere Spiele und ich denke mir einfach nur am Gotteswillen Chaos Queenie Dankeschön für die 100 Bits vielen lieben Dank Dankeschön auch also normalerweise für diese Woche waren auch wieder neue Spiele geplant eieieieieiei also irgendwie geht es über leichte Vorfreude nicht raus ich glaube das ist auch ganz gut Vorfreude ist auch ganz gut bei dem Spiel ja willst du einen neuen Total War DLC reinschauen eher nicht Total War hat mich komplett abgeschreckt im Moment sind das hier Steine ne das sind Büsche die Wette-Effekte sind nice ja auf jeden Fall so okay ich hoffe dass sie sich jetzt gleich mal umküppel Entschuldigung das sitzt manchmal noch ein bisschen tiefer als ich gedacht hätte der Finger weg dafür bin ich dann da dass wir da dass wir da gemeinsam reingucken können so okay kurz am Ende kommt was für JRPG Fans bei dem Spiel habe ich nah an dem Hype weil die spirituellen Vorgänger zum selben Macher so gut waren Gönnung Tee mit Schuss und Honig ich habe genug Tee jetzt in letzter Zeit und Medikamente genug das wird der letzte Ausklingen des Ganzen jetzt haben wir neun Leute jetzt will ich aber mal kurz das ist halt so der Punkt ähm bei dem würde ich mir gerne eine Liste wünschen also dieses Quality of Life Feature wünschen wie wie die Gebäude gerade verteilt sind weil jetzt sehen wir wir haben neun zugewiesene Familien wir wissen aber gar nicht für was die zugewiesen sind das heißt wir schalten entweder alle Hofstätten durch oder wir gucken uns insgesamt mal an wo hier was ist also zum Beispiel Kirche da haben wir eine Person dann Speicher zweite Person Gerber dritte Person Stall vierte Person fünfte Person Segelgrube sechste Brennholz und dann die anderen drei bei Stein, Beeren und beim äh beim Jagdstand und mal dran Dankeschön für die fünf Verschenken sagst du mal bitte den salutierenden Ranger in den Chat rein vielen vielen lieben Dank Dankeschön Kettenbrecher wunderschönen guten Tag hab ich mir gestern dein C&C Video angesehen war schon putzig wie du dich da gefreut hast ja ist ja schön so schön mal wieder in alte Spiele zu schauen spielst du noch was anderes am Wochenende und nur Männerlords komplett dieses Wochenende werden wir nur Männerlords spielen morgen werden wir Männerlords spielen Sonntag und am Montag weil einfach ähm ich will ja in letzter Zeit auch mal wieder Spiele länger spielen beispielsweise Farthest Frontier und dieses Spiel hat auch wirklich mich begeistert und ich glaube euch auch begeistern wird ist das Preview aus Marketing gedacht für das Spiel weil es offiziell erst in zwei Wochen rauskommt ja aber das ist immer so mit Previews Previews sind immer ein Marketing Vehikel denkt immer dran wir Content Creator sind nur ein Marketing Vehikel für die Gaming Industrie ähm das müsst ihr müsst ihr euch müsst ihr euch immer drüber äh bewusst sein natürlich gibt es dann auch Content Creator wie mich die versuchen objektiv an das Ganze ranzugehen und Objektivität sehr sehr groß schreiben aber selbst wenn ich äh negativ über irgendwas berichte dann ist es auch nur Marketing Vehikel so wie sieht es mit den zwei Giveaways aus ja das eine haben wir ja gerade erst gemacht also ein bisschen ein bisschen unterwegs kostenlose Werbung im Regelfall ja genauso wie manche Publisher auch sagen warum soll ich die denn bezahlen jetzt spielen sie ja sowieso mal doof gefragt wenn sich Wege eh austrampeln wozu dann überhaupt welche bauen weil die Wege sich erst austrampeln wenn wir die gebaut haben sonst laufen die über Grünfläche drüber eines der Gründe wieso ich kein Going mehr spiele Katastrophe wie lange es dauert bis Leute kommen äh das geht schon recht schnell also das dauert jetzt gerade mehr in meinem anderen Spiel da ist es wirklich schnell gegangen also da könnt ihr euch drauf verlassen das geht ein bisschen fixer das hat jetzt hier drin nur ein bisschen länger gedauert weil wir so weit weggebaut haben von unserer Anfangsposition also ich hab hier drüben hab ich in dem Bereich hab ich hier angefangen ja das hier war mein Startprovinz in einem anderen Spieldurchgang da hab ich schon sehr sehr viele Leute apropos sehr sehr viele Leute wir machen hier einmal kurz speichern oh Gott nochmal let's play so bevor ihr irgendwas abschmiert ne ich kann euch ja mal ganz kurz zeigen soll ich euch einmal ganz kurz zeigen wie also wir gehen danach wieder ins Spiel zurück ja wir spielen dann weiter wollt ihr einmal kurz sehen wie es aussieht wenn man ein größeres Dorf hat oder sollen wir das eher später angucken du wählen müsstest Männerlords oder Phasus Frontier Männerlords Männerlords ansehen okay dann springen wir einmal ganz kurz rüber danach machen wir aber hier weiter das geht jetzt nur eine Minute oder so ich lade das einmal kurz wir haben das Let's Play gespeichert ich gehe dann einmal kurz hier drauf und laden Bash vielen lieben Dank für deinen Sub im vierten Monat wunderschönen guten Tag hallo kurzer Sneak Peek wie das Ganze aussehen wird die Kamera fliegt dann immer so rein und so sieht dann ein Spiel aus wenn es später weiter ist die 34 Familien liegen daran dass das hier passiert ist so sieht es aus wenn hinterher ein riesengroßer Kampf passieren wird und dann haben wir so ein große eine große Region hinterher die sich hier hinten noch weiter erstreckt Poseidus das freut mich sehr Dankeschön so und hier unten haben wir nämlich unser Herrenhaus nur mal so dazu ich kann euch nochmal einen kurzen anderen Spielstand zeigen das ist der Test da seht ihr dann wie viele Familien wir dann ungefähr haben können hast du die Leichen versklavt dafür brauchen wir jetzt eine Leichengruppe das ist derselbe die selbe Stadt zu einem anderen Zeitpunkt des Ganzen ungefähr zwei Stunden vorher da seht ihr wir haben 50 Familien 155 Bevölkerung nach 5 Jahren also 5 Jahre im Spiel kann man 155 Bevölkerung haben jetzt gehen wir wieder zu unserem Hauptspiel zurück zu dem Let's Play wie viel Spielzeit steckt in dem Save das letzte mit dem Gefecht waren 12 Stunden ungefähr und das hier ist jetzt unser Spiel hier sind wir schon im Jahr 3 also wir sind hier wirklich langsamer unterwegs das äh ja genau so könnt ihr euch das vorstellen nur damit ich euch das einmal kurz zeigen konnte Chaos Queen so habe ich das nicht verstanden so habe ich das auch nicht verstanden das war einfach jetzt nur damit ich euch einmal zeigen konnte das liegt dann eher an mir in dem Fall was glaubst du was Männerlords so gut macht vielen Dank für Halbzeitstufe 4 der hier durchlief so gut und so heiß erwartet macht es etwas besonders gut oder ist es einfach sehr guter Mix aus allem es ist eine sehr gute Mix aus allem es denkt die Dinge zu Ende und es hat eine wunderbare Grafik die ich so im Aufbauspiel noch nie gesehen habe und eine wunderschöne Idee Realismus mit Spielspaß zu verknüpfen für die Nahrungsversorgung Meinung zum Spiel Ranger ist es gut habe gerade jetzt eingeschaltet für mich ist das Spiel gut für mich ist das Spiel bislang wirklich gut positiv hervorgerufen ja es macht Spaß wenn ihr Aufbau mögt dann ist das hier wirklich ein Spiel mit dem ihr sehr viel Zeit verbringen könnt wir lassen jetzt die Zeit mal weiterlaufen worauf wir achten müssen da müsst ihr mich bitte auch nochmal dran erinnern wenn wir uns dem Frühling lernen dann sagt mir mal bitte Bescheid dann müssen wir nämlich hier Bauern zuweisen Landwirte wir haben ein neues Banditenlager bekommen das heißt das andere Banditenlager wurde zerstört ach das Banditenlager Ionen wurde zerstört das kommt nämlich auch immer vor dass die KI oder die Söldner durch ein Banditenlager durchlaufen und das dann einfach komplett wegmeucheln jetzt haben wir hier ein Banditenlager ist bei uns in der Nähe das können wir uns als nächstes schnappen aber das machen wir bevor die Räuber kommen wenn ihr eine Armee aushebt müsst ihr auch darauf achten wann ihr das macht im Winter ist es zum Beispiel besser eine Armee auszuheben dabei sind die allerdings wenn sie dann übers Feld laufen erschöpfter weil halt viel Schnee liegt wenn wir das allerdings im Frühling machen und gerade die Ernte den Ackerflügen und ähnliches und dann ziehen wir alle Männer raus dann haben wir wahrscheinlich ein Problem mit den Ressourcen über das Jahr kann es drei Felder wirtschaften wie auch Phasus Frontier ja wir haben jetzt hier eine Fruchtwechselreihenfolge von vier verschiedenen Sachen bereitgestellt die dann auch meistens so durchlaufen apropos das können wir einfach mal wieder umändern weil hier wurde sowieso noch nichts angepackt und können dann auch noch andere Felder hier dazu packen nur dass wir aus dem Bauernhaus dann sogar alle Felder bewirtschaften können oh Martina hast einen wunderschönen guten Abend hallo und ich aufkaufe einen wunderschönen guten Tag auch an dich kann man das beeinflussen also bei großer Armut gleich mehr Banditen ja je mehr die öffentliche Ordnung ins Hintertreffen gerät desto häufiger können Familien bei dir abhauen und sich dann tatsächlich Banditen anschließen das geht auch und Köchilein einen wunderschönen guten Tag wir werden jetzt hier erstmal wieder jemanden zupacken die Kirche die soll bemannt werden ich kann euch nicht sagen warum die Kirche bemannt ist also ich weiß nicht was da als positive Vorteil hervorkommt das das hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen ähm Alpha Noob falls du da bist ich könnte nochmal drei Namen gebrauchen das wäre nochmal super ne sechs Namen sogar sechs Namen wenn du wenn du da nochmal welche hast eh noch mehr Namen acht Namen Entschuldigung Zufriedenheit dies normalerweise wird die standardmäßig auch dadurch erhöht Dark Rage okay Dark Rage bam haben wir so viele Namen ist so okay ist ein wunderschönen guten Tag das ist schon zwei Namen Pascal und Ranger reicht dir das nicht ne so viele neue Leute ist ordentlich dazugekommen ja ob ich wohl reinkomme ich denke schon ich denke schon also 30 sind jetzt noch gerade wenig das kriegen wir noch besser hin wir wollen nochmal hier gucken wir haben jetzt nämlich alles gesammelt das heißt wir holen die hier hinten einmal vom Stein weg so einmal weg und jetzt muss eine der wichtigsten Fragen geklärt werden ich warte nochmal kurz bis bis Alpha Noob hier was schreibt danach muss eine der wichtigsten Fragen für uns geklärt werden und dann könnt ihr euch schon mal Gedanken drum machen wenn ihr euch das Geländer anguckt und zwar wo soll unser Herrenhaus hin hat er doch schon gemacht ich hab nur einen Namen gesehen Dark Age der hab ich tatsächlich nicht gesehen auf den Hügel hier oben ins Feld den hohen höchsten Punkt des Landes hier oben hin ok ok so Jonathan 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 Swenson so haben muss einmal zurück damit ich das hier so machen kann Angelus Angelus Super Dankeschön dass du es nochmal reinkopierst Angelus Delvo haben wir auch dann einmal Darkour und Ojo Atrafeles Darkour Ojo Schurz Dankeschön für deinen Follower fast richtig jetzt mach mich hier nicht fertig mehr geht da nicht wir können Jonathan Jonathan ja du heißt jetzt Jonathan Swenson mehr geht nämlich nicht von der Satzbegrenzung her na gut ok so und dann brauche ich noch einmal zwei weitere Namen die drei weiteren Namen lieber Alpha Noob das wäre super ok China ist jetzt du weißt auch genau wie du mich ärgern kannst Punkzucker einen wunderschönen guten Tag hallo schwache Leistung ist so ist so Zugucker beinimmt ok dann Zugucker arbeite Zugucker so Sekunde ich komme auf Skates in Kirchen auf jeden Fall komme aus Gelsenkirchen auf jeden Fall also gebürtig der 19.4. um 19.09 Release von dem Spiel Zugucker gibst du bitte noch drei Namen ja 26.4. ist auf jeden Fall vom Song Rangers Alfred der berühmte Song Rangers Alfred so wir müssen jetzt gleich auch nochmal gucken dass wir hier ein paar mehr zugewiesen bekommen wir haben den Speicher hier oben voll wir packen das Lagerhaus hier auch nochmal voll dankeschön Zugucker wir müssen jetzt gleich glaube ich auch nochmal ein neues Gebäude bauen so dann haben wir einmal Lütti so packen wir auch dazu und dann haben wir einmal Bloodwin zack haben wir alles drin sehr schön sind die neuen Familien schon in der Miliz ja die werden automatisch aufgefüllt dazu bis sie dann neue Waffen dann dazu bekommen haben auf einer Skala von 1 bis 7 hat man nur da hat es ein Förster ja hier da ist das Forsthaus da ist er Elbato einen wunderschönen guten Tag er hat einen Förster ist sogar erster statt der zweite so wir können das Ganze hier nochmal beschleunigen und ein bisschen schneller vonstatten gehen lassen ähm damit die hier auch ordentlich ihr Ding voll plöten Ressourcen von Baditen in der Nähe gestohlen ja dankeschön dafür dankeschön dafür da freue ich mich aber sehr drüber Brennstoff ist jetzt gerade auch wieder furchtbar furchtbar schlecht ich bin nur noch ein IT-Profi mhm die Taverne haben wir dann erstmal nur gebaut aber Bier haben wir auf jeden Fall noch nicht das heißt wir können jetzt auch nochmal gleich weiterschauen dass wir noch mehr Häuser hier bauen werden und zwar bauen wir dann nochmal ein Haus hier direkt einmal daneben da werden wir das so bauen die sollen ja nicht direkt zur Kirche gucken die bauen wir dann hier hin hm zwei Felder ich habe eigentlich gerne eine Verbesserung hinten dran aber wir können halt nicht überall eine Verbesserung dran packen so könnten wir halt eine Verbesserung dran packen ach komm ja dann haben die halt einen guten Platz dann dürfen sie halt trotzdem da hin bauen so vorräte für den Winter Maverick da bist du ja wieder guck mal Maverick der speichert leider nicht die Namen von den Ochsen okay dann guck kannst du doch wieder weggucken Mary Dankeschön für deinen Sub im zweiten Monat im wichtigen zweiten Monat der Bindungsmonat vielen lieben Dank okay ihr seht hier hoppala kommen wir jetzt auf jeden Fall noch mehr Marktchenne Lebensmittelstand Brennholzstand Bekleidungsstand Lebensmittelstand Marktplatz wenn wir das haben dann holen sich die Leute hier hinterher was zum Beispiel hier und wenn das passiert ist dann können wir hier oben drauf klicken Verbesserung auf Stufe 4 dafür brauchen wir 4 Holz die haben wir die können wir dann einsetzen die 4 Holz werden abgezogen und das hier wird zu Stufe 2 selbiges gilt hier drüben auch da machen wir Stufe 2 hin und dann haben wir jetzt gleich die nächste Stufe nämlich mittleres Dorf erreicht und Olli Leipzig Dankeschön auch an dich für deinen Sub im wichtigen zweiten Monat vielen lieben Dank dafür sehr sehr lieb von dir so das wird dann hier hingebaut und dann haben wir auch dort wieder etwas mehr erfüllt für uns sehr sehr schön genauso wollen wir das hier haben und Konsti vielen lieben Dank für die elf verschenken was ist denn heute los mit euch ihr macht mich komplett fertig ey ohne Scheiß konsti viel lieben Dank das ist auch wichtig ich finde das ist auch wichtig egal wie groß man wird man muss irgendwie immer diese Demut auch nochmal haben ja immer diese diese Demut nochmal haben klar am Samstag am Sonntag da erreichen wir dann auch mal tausend Leute aber aber trotzdem kriege ich jedes Mal Gänsehaut wenn es wenn das der Fall ist ne und ach unfassbar du hast verdient dass die ab und zu mal nett zu dir sind ja alter ey Garwein Dankeschön für die fünf verschenkten Subs Heiliger ey was ist denn jetzt los Heiligax vielen lieben Dank für die fünf verschenkten Subs Dankeschön und Shakuru auch an dich Dankeschön für die 220 Bits oh du Deal out nochmal 10 verschenkte Subs eieieiei vielen lieben Dank auch dafür und Phoenix Dankeschön für den Sub auch nochmal er scheppert ich bin gleich 1969 Kaiser Dankeschön für dein Follow und Wujmi Dankeschön für die fünf verschenkten Subs nochmal ey alter Mann an Zocken ich grüße dich hallo vielen 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 lieben Dank für eure Unterstützung Dankeschön Master Chief Dankeschön für deinen Sub im 13. Monat vielen Dank für die gute Unterhaltung vielen lieben Dank an euch für eure Unterstützung wie geht's dir eigentlich wird's mit der Gesundheit langsam besser heute geht's mir echt gut heute geht's mir echt gut ich hab noch ein bisschen Husten im Hals aber mir geht's deutlich besser und ich freu mich deswegen sehr auf das Wochenende endlich mal wieder ein bisschen gesund verdient Ranger noch ein Mindestlohn diesen Monat durch euch durch euch kann ich den Job hier gut ausfüllen und das macht mich das macht mich auch glücklich wo ist denn der Hype Train es gab vorhin schon Hype Train deswegen ist der nicht da Killer 9 Dankeschön für nochmal für die 5 verschenkten Subs und Garwein nochmal 5 verschenkte Subs oben drauf ey vielen lieben Dank an euch Dankeschön das ist schon ein paar Tage älter ich hab mich einfach daran gewöhnt alter Mann am Zocken ich hab mich einfach da mittlerweile äh mittlerweile hab ich da ein Euglein für bekommen warum reichen denn die Brennstoffvorräte nur 2 Monate wird das Regal eigentlich noch richtig aufgehangen vielen Dank für eure krasse Unterstützung ihr Lieben ja wichtig ist wichtig ist mir wichtig ist mir dass auch das für euch ist für mich wird das niemals selbstverständlich sein und das möchte ich auch wirklich permanent hervorheben und das kann man auch nicht häufig genug hervorheben ich arbeite für euch Punkt ist halt einfach so ich arbeite dafür dass ihr Spaß habt dass ihr unterhalten seid und das ist für mich das wichtigste ja und ich will niemals niemals auch wenn das viele schon gesagt haben irgend so ein abgehobener Typ werden der komplett die Bodenhaftung verliert oder ähnliches weil ihm ein paar Leute zugucken ich will einfach immer einer von euch sein das hab ich vorhin im Chat gelesen das fand ich eigentlich mega cool ich will einer von euch sein ich will einfach ein Zocker bleiben ist halt einfach so und Sir Olaf Dankeschön für deinen Sub sehr sehr lieb von dir Holzmanagement ist für mich immer schwierig Holzmanagement geht eigentlich in dem Spiel wir haben hier also Holz kriegen wir immer schnell rein Bauholz ist jetzt gerade ein Problem weil wir das Holzfällerlager die ganze Zeit außen hat One of Us One of Us Einer von uns Einer von uns No Dan ich grüße dich Hallo sollst du auch endlich spielen kann ich verstehen zwei Wochen noch das macht die Erdung aus Gelsenkirchen da weiß man wie es anders aussehen kann oh ja ich glaub schon ich glaub schon ähm wie lange dauert das denn jetzt noch bis die hier die Sachen hingebracht haben ach ja klar das dauert natürlich noch ewig weil das Holzfällerlager hier oben war ja gar nicht bestückt als Schalke Fan bleibt man halt geerdet ich glaube das hat auch viel damit zu tun ich werd dich nie vergessen ein Lied von den Amigos das ist leider nicht meine Musik das einzige was ich so in dem Bereich kenne wir sagen Dankeschön 40 Jahre die Flippers das ist so das einzige was ich da kenne das heißt irgendwann will ich mal einen Song machen bei dem ich sage ich sage Dankeschön 40 Jahre der Ranger das erste Mal ein Schoko drin Hilfe Lotus Blüüge hab ich dich nee komm ich zu schlecht bist du bleibst stabil so sieht's aus so sieht's aus wenn man also über 100 Jahre alt werden schluck und weg jetzt gleich haben wir hier das Gebäude auf Stufe 2 fertig ich lasse das jetzt mal weiter vorgespult wir haben jetzt übrigens ach guck mal wir haben eine neue Familie dazu bekommen das ist wichtig für uns die werden wir nämlich zum Forsthaus dazu packen so jetzt will ich auf jeden Fall das Stufe 2 Haus nochmal fertig bauen das heißt ich lasse das nochmal beschleunigt damit die hier hingehen und das nochmal zu Ende bauen werden bitte baut ihr das noch zu Ende eben da scholl grüß dich hallo ja 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 so okay so sieht ein Stufe 2 Haus aus das ist der Unterschied das ist der Unterschied ähm so sieht's aus wenn's ein Stufe 1 Haus ist so ist es ein Stufe 2 Haus also höheres Dach mehr mit den Schindeln oben drauf und ähnliches das ist äh Stufe 2 so sieht das aus vom Leben zu Fachwerkhaus genau genau für Stufe 2 brauchen wir dann auch wirklich nur Holz wenn wir jetzt auf Stufe 3 gehen dann brauchen wir auch wirklich Lehm äh beziehungsweise Dachziegel dazu ne ist ne tolle Grafik absolut absolut jetzt ist die Frage wo bauen wir uns wo bauen wir uns unsere ähm wo bauen wir unser unser äh Herrenhaus hin mach dafür mal kurz Pause wo wollen wir unser Herrenhaus hinbauen hier unten oder hier drüben vielleicht neben den neben den Weg Hügel neben Forsthaus das brennt hier übrigens nicht dass einfach das Vorkommen dann Burger King gehen wir noch auf den Berg auf einen kleinen Hügel wir könnten es halt hier hin bauen ne also ich könnte hier zur Holzindustrie bauen dann hätten wir das hätten wir das hier oben das würde gehen Flüsse gibt es ja nicht wir könnten es hier hin bauen ich baue es hier hin und ich werde hier Holzwerkstätten werde ich oben äh platzieren dann haben wir nämlich hier dieses diese Anhöhe die wir dann runter gucken können wir sind aber auch gleichzeitig hier oben auf der Anhöhe wir werden die Straße nutzen heißt das Forsthaus wenigstens Forsthaus Falkenau da selbst verfreile ich nicht dann setzen wir uns das hier hin so okay wenn wir uns das Herrenhaus setzen kommen wir in den Castle Planner rein äh must be the reason why I'm king of my castle must be the reason okay Holzfrech danke schön für deinen Zapfen im wichtigen zweiten Monat und bis lieber danke schön für deinen Follow hier drin können wir uns dann modular unsere Burg aufbauen und zwar in der Form dass wir hier zum Beispiel sehen wie unsere Mauern und unsere Tore aussehen oder wir sehen zum Beispiel dass wir einen Außenturm bauen können um unsere Garnison um 10 Personen zu erhöhen oder einen Garnisonsturm um unsere äh ach so ne ich war jetzt gerade ich dachte gerade es ist ein Neue hier drin äh Garnisonsturm mit dem wir unsere Leibgarde erhöhen können oder ein Steueramt mit dem wir dann Steuern hinterher erhöhen können wir wollen natürlich erstmal das hier zum Schluss noch bauen ihr seht dann einmal den Kreis drumrum in diesem Kreis könnt ihr alles bauen was ihr möchtet hoppala jetzt ist das beim Speichern wieder rübergehangen meine Frau in den Tee reingetan ich hab gar keinen Tee heute Steueramt klingt gut äh ich glaube ich hab mich jetzt gerade verlaufen wo sind wir denn hier da so äh ich überlege gerade ob wir vielleicht sogar hier dran gehen und dann hier ja ich glaube ich werde das ein bisschen verschieben ich werde mich hier hoch platzieren ähm das können wir dann einfach so bewegen und können das dann hier hinpacken so ein Gruß aus Kreis schöne Grüße nach Kreis zurück da hab ich den Großteil meiner Jugend verbracht da hab ich den Großteil meiner Jugend verbracht so okay das heißt wir werden jetzt hier einmal unseren äh unsere Mauer nach oben bauen ähm sag mal ist denn egal sag mal und können dann jetzt hier zum Beispiel auch mit der ähm mit der Beugung nein 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 mit der Beugung so ein bisschen rüber gehen und ihr seht hier das was Farthest Frontier nicht hinbekommen hat wir können Wege bauen ja tatsächlich kein Scheiß kein Scheiß wir können Wege bauen bevor wir jetzt hier weiterbauen werden wir einmal eine Straße bauen und diese Straße können wir nämlich von hier aus hier runterziehen so bis zu unserem Haus hin die setzen wir dann da dran bist du vom beim Kanisterspielen vom Stuhl abgeworfen wurdest ja kann durchaus mal passieren so dann gehen wir hier nochmal hoch und dann bauen wir uns hier nach oben meine werten Damen und Herren einmal hier rüber einmal hier entlang und jetzt passiert nämlich was cooles jetzt haben wir hier vor uns den Weg und jetzt guck mal wenn wir den über den Weg drüber ziehen dann kommt da automatisch ein kleines Torhaus hin ist das nicht schön das ist mega ohne Mist das ist richtig richtig mega ist das Heirenhaus das einzige was modular gebaut wird momentan ja momentan ja so dann wollen wir nochmal hier ein bisschen runter gehen und dann werden wir von hier aus werden wir viereckig bauen die Hausnummer nicht sonst findet der Pizzabote das Haus nicht ja klar so und Altone dankeschön für deinen Follow jetzt überlege ich gerade ob ich das wirklich so lassen möchte wo sind die Galgenpranger und Steckprang ja ich glaube ich würde das gerne so bauen wobei warte mal wir bauen nochmal hier ein bisschen runter warum keinen Rundenzaun weiß ich nicht finde ich irgendwie nicht so cool aber wir könnten rein theoretisch die Ecken rund machen das Runde muss ins Eckige und Spiel dauert 90 Minuten so Mosri dankeschön für deinen Sub im vierten Monat dankeschön stört mich noch ja der ist tatsächlich immer den kann ich leider nicht wegbekommen ja das passt so das reicht so sieht eher aus wie ein Waldorfbock ohne Ecken hallo die ist schön die sieht ja wohl super aus hier war Phoenix Haus dankeschön für deinen Sub im zwanzigsten fortlaufenden Monat vielen vielen lieben Dank dafür so das Problem ist wir können das jetzt hier schließen weil da bringt uns nämlich überhaupt nichts wir reißen das einmal komplett nochmal ab weil wir waren gerade im Umbaumenü das heißt wir müssten eigentlich hier hingehen so da werden wir dann anfangen das hier hin zu setzen so und jetzt fangen wir nämlich an das hier mal richtig aufzubauen jetzt fangen wir erstmal richtig an mit dem Aufbauen jetzt fangen wir erstmal richtig an jetzt können wir hier uns so ein kleines aber feines kleines viereckiges Dörfchen aufbauen die wird ja nicht groß ich meine da sind ja auch nur wir drin jetzt sind wir Graf ja ne doch weniger Baron sind wir glaube ich von unserer Herrschaftstellung her so und dann haben wir jetzt hier unser kleines Viereck aufgebaut sieht ein bisschen so aus als wären wir unseren unseren Garten hier hingesetzt was ist denn das für eine Mauer drumherum was ist denn mit der Mauer los ja okay äh Burkhardt und Wunderschö willkommen zurück König Hagen grüß dich äh Twitch keine Benachrichtigung oh das ist in letzter Zeit immer mal wieder ein Fehler wir brauchen dafür aber den 56 davon so das ist auf jeden Fall besser sieht aber aus als hätten wir den örtlichen Schreibergartenverein hier drin gegründet naja wir bauen das mal als höchste aus wichtig ist dass wir dieses Herrenhaus jetzt gleich gut hier gesetzt bekommen oh Gott mir juckt mein mir juckt mein Hals da muss man sich so ein bisschen am Ohr kratzen dann geht das richtig gut da sieht der Zaun so aus naja der passt doch noch der passt doch noch für Steine muss man wohl erst Herzog werden das sei denn Komplott gegen den König zu starten ich bin froh dass es hier drin keinen Rollenspielansatz gibt ich muss ganz ehrlich sagen so gern ich Strategiespiele mag ein Trend der mich ein bisschen abschreckt ist dass gefühlt in jedem Strategiespiel mittlerweile Rollenspiel drin stecken muss ich bin zwar ich bin Rollenspiel Fan und ich bin ein Strategie Fan aber ich möchte nicht unbedingt eine Mischung immer aus beiden haben da muss ich ja bei aller Ehre auch so gerne so gern ich Crusader Kings spielen muss nicht jedes Strategiespiel in Crusader Kings werden ich hoffe das ist nachvollziehbar was ich damit meine hier seht ihr jetzt übrigens wie wir das erste Regionsvermögen dazu bekommen finde ich super ja es ist auch also es ist auch eine schöne Idee wenn es ein Crusader Kings zum Beispiel ist oder so also wenn es passt aber es muss nicht jedes Spiel zwangsläufig einen Rollenspielansatz haben Rollenspielansatz würde wieder sehr viel getrunken werden nun weil der Stream zwischendurch weg ah Burkhard ah Burkhard wenn der Stream nicht abgestürzt wäre dann wären wir jetzt bei 1000 Leuten und so sind wir bei 20 ist typisch wie immer ne der Stream ist zwischendrin abgerissen da weh war ich wieder viel zu schnell Ressourcen vom Bardiken gestohlen in 75 Tagen kommen die Leute 10.10 Mods eingeschlossen dann wären wir 1020 genau Schach kommt auch ohne Rollplay aus ja du bist ja der König eigentlich also ist auch Rollplay in gewisser Art und Weise Rasenmähen oder so nur ne Idee Landwirtschaftssimulator Jumparound Element halten ja klar die Strategiespiele ja der Deutsche Orden ist aus Ungarn rausgeflogen weil sie gegen den Willen des Königs Steinburgen gebaut haben statt der erlaubten Holzburgen ach echt? äh das kann einfach mal F5 drücken wenn bei dir da irgendwas ist wenn du vor mit Rollenspiel so okay also jetzt hier oben unsere Holzburgen wird als erstes aufgebaut ich hoffe dass also das hier muss wirklich die absolut höchste Priorität von allem haben das ist das Große und dann werden wir jetzt das Ganze nochmal beschleunigen dass wir da ein bisschen hinterher kommen wir haben jetzt gerade wenig Essen Beeren sind wenige da wir haben jetzt übrigens 75% Zufriedenheit das heißt es werden jetzt zwei Familien immer bei uns einziehen naja es hat auch vermehrt in letzter Zeit hat Twitch da irgendwie auch ein Problem weil das Problem ist also bei mir bei manchen manche sehen mich synchron manche haben auf einmal Synchronitätsprobleme das ist total seltsam der Großteil sieht mich synchron aber nicht alle das ist mega seltsam ich weiß nicht was da mit dem Encoder los ist aber ich hoffe es ist nicht zu stören für dich lang geht der Stream heute? ja so lange wie wir Lust haben würde ich mal sagen heute vorbei heute noch einen guten Abend hallo gibt es hier wenig Steuer oder alles umsonst? es ist eher im Sinne des Dorfwohls steuern so ab letztem Leck seit einigen Tagen ja das ist wild das ist wild wir werden hier auch nochmal ein wenig mehr hinbauen da werden wir aber auch mal wieder ausdünnen vier Häuser setzen wir uns da hin bauen das heißt wir machen einmal alles um den Marktplatz rum und dann werden wir nach hinten raus weiter dass man das Spiel durch hat nee 24 Stunden streamen nicht wir sind morgen früh um 9 Uhr werden wir natürlich wieder live sein solange der Router will ja das trifft es glaube ich ganz gut mir macht das Spiel halt einfach unfassbar Spaß ich hoffe das merkt ihr mir macht es richtig richtig Spaß dieses Ding das ist so gut einfach ja ich glaube das kann auch ein paar Router liegen manchmal Heiligaxx macht's gut ciao bis morgen früh bis morgen früh 23 nein ihr wisst doch sowas kann ich nicht Leute die 12 Stunden Streams machen sind Menschen ohne Content Ideen die nicht genug Entertainment in die verfügbare Zeit packen können kleiner Seitenhie manche wissen jetzt warum oder wissen gegen wen weißt du was kosten wir nee leider nicht der Preis ist noch geheim momentan größtenteils positiv hier ist ein kleiner Tutorial seid ihr bei Edo? nee naja ähm ja mit wem mit wem bin ich am besten mit wem bin ich am besten in der Strategie Szene oder mit wem bin ich am besten in der Twitch Szene dann wisst ihr gegen wen das ist gegen andere würde ich nicht schießen dafür kenne ich alle anderen zu zu wenig leider so okay jetzt haben wir die bekommen das ist schon mal sehr gut das bedeutet haben wir die jetzt? ja haben wir geil okay Leute jetzt kommt ne Besonderheit Steinwallen macht Steinwallen 12 Stunden Streams und Sasken Dankeschön für deinen Zapp sehr sehr lieb von dir vermutet immer zwischen 30 und 40 Euro ich kann euch auf jeden Fall sagen ich werde einen Rabatt von Gamesplanet bekommen und der soll wohl um die 25% liegen ich kann euch noch nichts genaues sagen noch keinen Rabattcode geben oder ähnliches ja aber ähm jetzt kommt ne weitere Sache und zwar hab ich euch ja gesagt es gibt drei Arten von Armeen die Milizen die Söldner und unsere Garde sobald wir das Herrenhaus etabliert haben kommt die Garde hinzu beziehungsweise unser Gefolge dieses Gefolge ist nicht einfach nur irgendeine Armee das hier sind nicht einfach nur irgendwelche Leute die wir hervorrufen das hier ist quasi unsere professionelle Armee die bei uns auch im Dorf untergekommen ist und nicht für uns arbeitet das hier sind so diese Ritter die wir uns selber vorstellen das hier ist unsere standardmäßige super duper tolle Hardcore Armee wenn ihr es denn so möchtet die Besten der Besten der Besten der Besten die Besten der Besten der Besten Sir und was jetzt noch besser ist wisst ihr was ihr mit eurer Garde machen könnt im Gegensatz zu allen anderen Armeen Customization alles selber einstellen und zwar habt ihr hier drin die Möglichkeit fünf verschiedene also fünf Stück haben wir insgesamt können wir zwölf Stück dazu packen wir haben aber die Möglichkeit das noch weiter zu erhöhen ich denke dass wir das auch auf 36 erhöhen können ich habe schon 24 gehabt und diese 24 also durch den Turm durch die Turmerweiterung und hier könnt ihr dann eure Armee verbessern erstmal gibt es hier die Möglichkeit hier drin könnt ihr Armeen rekrutieren für 50 Gold diese 50 Gold gehen aber von eurem Privatbesitz ab also das ist eure Privatarmee dann in dem Moment wir gehen nochmal zurück hier hin eure Gefolge anpassen ihr könnt hier drin aber auch Beamten anwerben die bei euch in der Stadt sind die können dann die können dann auch bei euch dienen und dann gibt es hier drunter Fähigkeiten die sind leider noch nicht drin da ist das alles noch in Arbeit aber das gibt es hier schon da kann ich mich einmal ausblenden ihr seht hier gibt es verschiedene Rangstufen verschiedene Erfahrungen die die hinterher sammeln können leider noch nicht drin leider noch nicht drin aber soll es hinterher auch noch geben hier unten seht ihr übrigens wie viel Geld ihr insgesamt momentan habt der Hype spielt schlechthin ja aber ich habe ja gar keinen Hype gehabt aber umso länger ich das Spiel ja dann haben wir hier drüben die Möglichkeit Rüstung zu verbessern durch Import oder Lokal zu kaufen und wir haben hier zum Beispiel auch die Möglichkeit die zu benennen ja das hier ist zum Beispiel da ist der Zugucker die haben es jetzt hier hier nehme ich jetzt einfach mal ausnahmsweise die Mods ja dann haben wir hier Rain Man dann haben wir hier äh Dream Killer dann haben wir Alpha Noob und dann haben wir Avari so das hier sind dann hat ja super funktioniert bei einem äh Rain Man Bam Dream Killer Bam Alpha Noob Bam Avari so jetzt geht es hier sehr schön okay so ähm und jetzt geht es noch weiter und zwar die Waffen die haben die jetzt erstmal so die haben die jetzt erstmal standardmäßig Luigi dankeschön für dein Follow hier unten können wir dann sagen wie die Körperpanzerung von denen aussehen soll soll es jetzt so sein soll es ein Kettenhemd sein soll es vielleicht das hier lieber sein das hier so ein Waffenrock da gibt es diese vier Auswahlmöglichkeiten momentan und wenn ihr beispielsweise sagt okay das hier gefällt mir könnt ihr dann sogar sagen das soll mal blau sein und das hier soll das andere so ein bisschen bisschen gelb sein ja und da gibt es noch eine dritte Farbe keine Ahnung was die macht muss ich ehrlicherweise gestehen und ihr könnt hier drüber auch definieren wie die Waffe aussehen soll soll das so eine Waffe sein das hat dann keinen das ist nur optisch wie soll die Waffe von denen aussehen wie martialisch möchtet ihr das denn hinterher gerne haben bei denen wir nehmen zum Beispiel mal diese Waffe hier und ihr könnt dann auch definieren wie soll der Helm aussehen soll der so sein wollt ihr so ein Ding haben was für einen von den drei Helmen wollt ihr fertig könnt ihr hier machen das ist die Möglichkeit die ihr hier drin geben könnt und das Ganze können wir zum Beispiel auch hier dann verbessern die Einheitmodelle haben sich ein bisschen angepasst das ist ja cool der ist ein bisschen größer den können wir dann auch zum Beispiel wieder sagen und dann gelb noch dazu und hier du kriegst dann weiß und der kriegt dann auch dieselbe Waffe weil das hier wird nämlich unsere Standardarmee die hier wird uniformiert weil das ist nämlich eine besondere Armee für uns das heißt die werden auch relativ identisch aussehen dann haben wir hier drüben zum Beispiel jemand mit einem Schild den können wir dann ein großes Schild in die Hand geben wenn wir möchten und den können wir dann auch zum Beispiel sagen der soll kein Waffenrock wobei doch der kann Waffenrock tragen der hier soll ein Kettenhemd tragen und auch da nehmen wir dann wieder blau und dann nehmen wir noch gelb dazu dann wird der Gürtel nämlich gelb und so ein weiß so und dasselbe machen wir beim Schild blau gelb und von mir aus weiß und dann bekommt er auch einen neuen Helm dazu hoppala ähm oder eine neue Waffe können wir den auch geben zum Beispiel ein Schwert wenn wir sagen das passt besser zu dem und dann geben wir dem Helm zum Beispiel den hier und dann ist das unser Ritterkämpfer dann können wir auch nochmal hier weiter gehen auch da können wir wieder sagen blau gelb da kann es übrigens den Bug geben dass sich das nicht anpasst nicht verwundern lassen darüber ich weiß nicht wofür man den Farbstoff hinterher braucht ob der dafür wahrscheinlich hinterher genutzt wird kann durchaus sein aber auch die hier werden wir dann wieder uniformierter lassen in dem Bereich Schild ihr seht auch die Schilde die haben auch einen kleinen Unterschied dann zueinander und da können wir dann auch Exidon Dankeschön für dein Follow können wir dann auch nochmal schauen dass wir denen zum Beispiel eine Axt geben könnten wir wollen oder so einen Hammer die kriegen auch nochmal ein Schwert und dann haben wir hier nochmal einen auch da werden wir wieder blau und gelb machen die sollen also weil normalerweise sind die ja nicht uniformiert zur damaligen Zeit gewesen aber dadurch dass es meine Profi Armee ist lassen wir die in dem Fall hier uniformiert und natürlich einen großen Schild ist ja wohl ganz klar und Perücke sollen sie die gleichen drauf haben so sehr gut und die empörte Robbe Dankeschön für dein Zapp im 12. Monat vielen lieben Dank vielen lieben Dank König Hagen viel Spaß beim Zocken kann man das Design speichern das kannst du glaube ich nicht speichern soweit ich es gesehen habe aber das geht hier hat der Text eine Bedeutung oder nur Flavor zum Beispiel liebt Sauberkeit das hier das ist glaube ich nur momentan ein Flavor Text der kann aber auch nochmal hinterher anders sein er ist cool Dankeschön für dein Follow und dadurch haben wir jetzt unsere Armee definiert wie diese hinterher aussehen wird und wenn wir die jetzt ins Felde rufen ja übrigens vielleicht einmal kurz das erkennt man bei denen hier so schlecht diese Modelle müsst ihr mal ganz genau achten diese Modelle sehen aus wie Heinrich von Kingdom Come Deliverance die hier vorne leider nicht die ersten beiden aber wenn ihr hier einen Schnäuzer noch dazu denkt oder hier ja es gibt Modelle bei denen sieht man es noch ein bisschen krasser ist das erste Mal live du bist ein sehr sympathischer Typ wirklich toller Content Exidon vielen lieben Dank für die lieben Worte herzlich willkommen wunderschönen guten Tag hier hallo wo ist denn der Sound hin ach da ich glaube standardisierte Uniforme im Rittertum gab es schon vorher also soweit man das standardisiert nennen möchte so und wir machen schließen und Rico vielen lieben Dank für den verschenkten Sub sehr sehr lieb schließen und jetzt können wir zum Beispiel sagen wir wollen dann unsere Armee ausrufen und bringen die dann hier hin die machen sich dann jetzt auf den Weg einmal rein schnappen sich alles und kommen jetzt wieder raus der hat sich Entwickler aber mal richtig was kosten lassen die kenne ich nicht Air Studios was macht die denn so besonders wo sind die anderen jetzt gerade hin können sich jetzt gerade alle irgendwie so jetzt nochmal da haben wir sie und jetzt seht ihr zum Beispiel hier zack da haben wir jetzt unsere professionalisierte Armee alle haben so ein klein wenig andere Klamotten ein paar andere Helme die Waffen sind relativ identisch zueinander ja das ist es bei uns will ich nur nochmal erwähnen dass ich besser als Beamte geeignet bin zu spät spätmittelalter gar nicht mal unüblich vor allem deutsche Städte hatten sich im Vorfeld dazu verabredet dass beispielsweise alle Büchsenschützen einen roten Überrock tragen mussten um erkennbar zu sein ach guck mal an sehr interessant Dankeschön Hautskal so natürlich ein sechster Mod wäre dann in dem Moment Helzmarsch aber leider haben wir nur fünf Plätze hier gerade übrig also macht euch bereit das ist dann halt so okay liebe Leute jetzt wollen wir mal weitermachen was fehlt uns denn hier oben Brennstoff und Nahrung wir brauchen also auf jeden Fall mehr Nahrung was jetzt Phase wird im März beginnt hier beginnt der nächste Punkt das heißt wir werden jetzt hier einmal schon mal die Leute in unsere in unseren Bereich hier reinpacken Fruchtwechsel ist das nächste was wir uns um was wir uns kümmern werden also Weizen und ähnliches und wir lassen das jetzt noch ein bisschen schneller laufen in 53 Tagen kommt die feindliche Armee machen wir mal laut an sich bei den Soldaten machen wir wenn wir jetzt gleich den Kampf hatten nicht dass wir jetzt irgendwie was verduddeln dadurch oder so das wäre nämlich richtig blöd wenn wir das mal hinbekommen würden Hofstätte Zufriedenheit sorgt für Verlust diese Hofstätte sorgt für Verlust in der Zufriedenheit? wie diese Hofstätte sorgt für Verlust in der Zufriedenheit? ach die hat hier die hat wenig die hat keinen Brennstoff bekommen okay kein Knallstoff Zündstoff Brennholzstand ja Brennholzstand wird sich hier noch dazu packen ne können wir nachhören bei Roaxila eine der größten Aufnahmeräume in UK da impliziert aber dass Musiker aus London ist und teurer geht es eigentlich nicht im Soundtrack-Bereich ah cool danke schön für die Hintergrundinformation interessant interessant das wird 100 Horse wahrscheinlich gemacht haben dann in dem Moment wir brauchen also noch mehr Brenn aber wir haben genug Brennholz das muss halt nur da runter transportiert werden und dafür müsste eigentlich jetzt ein Lager die hier müssten eigentlich agieren die müssen hier ein Warenlager haben und da müssen die hier natürlich Bölkstoff müssen die hier natürlich auch noch dementsprechend runter gehen und guck mal hier sieht man wieder den Unterschied das hier ist auch ein Stufe 2 Haus also Stufe 2 Haus hat dann wirklich diese ich nenne sie mal Schindel jetzt ähm leihenhaft oben auf dem Dach drauf während das hier Lehmhütten sind so Hackepeter mit Knoblauchbrötchen und Bavaria Blue hm lass es dir schmecken Kornak lass es dir schmecken hört sich sehr lecker an und entspann dich schön zurück gelehnt so okay wir haben jetzt unsere Familien alle zugewiesen aber jetzt merkt ihr je größer das Ganze wird desto schwieriger ist die Übersicht hier drin zu halten ich lasse das Ganze jetzt nochmal vorspulen wo ich folge Windstream sieben Leute Männer Lords ja naja ist ja klar ne also dass ich da natürlich das auch streamen werde das ist ja klar weil ich bin ja auf Strategie fokussierter Content Creator ne deswegen ist die Chance auf dem Keyshow vorbei ne wir haben noch zwei Giveaways die heute stattfinden werden aber äh der Abend ist ja noch jung ne so stelle ich mir frühes Mittelalter vor und du hast dich gleich für den besten Streamer entschieden ne gab es in der Frühphase von Männer Lords mal ein Crowfunding weil sonst war es definitiv Hode Tors mit der Musikfinanzierung soweit ich weiß nicht also ich glaube das war alles aus eigenem Antrieb heraus die Nahrung geht zur Neige jetzt gerade haben wir das Problem der Beeren und Gemüse äh Wildtiere da oben das Problem das können wir einmal rausnehmen wenn wir uns da jetzt gleich Moment das ist das erste Mal dass ein Haus bei mir kaputt gegangen ist ich weiß jetzt nicht wodurch das passiert ist ich glaube Männer Lords ist halt echt most anticipated äh es ist nicht nur ein Glaube es ist das meist gewünschte Spiel auf Steam 2 Millionen Wunschlisten momentan Outlaws Wolf danke schön für dein Follow muss noch arbeiten oh Gott drück dir die Daumen ich drück dir die Daumen wir müssen auf jeden Fall auch noch für uns die äh Landwirtschaft erhöhen beziehungsweise das hier da wir brauchen noch eine Windmühle die müssen wir uns noch hier hinsetzen können wir uns zum Beispiel drüben hinpacken bei der Windmühle ist es übrigens ähm Lüphos macht's gut schön dass er da gewesen ist bei der Windmühle ist es übrigens wichtig wie viel drumrum gebaut ist je leerer das um den herum ist desto effizienter ist das bei 100% hier auf einer offenen Fläche ist es natürlich deutlich besser der riecht da einen wunderschönen guten Tag und dann haben wir halt den Gemeinschaftsofen den können wir uns zum Beispiel hier oben hinpacken und dann können die da dran ein bisschen den Brutzler von Wiesenhof machen und keine Ahnung was er da machen können hier wo setzen wir uns hier denn hin am besten ja theoretisch würde als hier passen und dann würden wir uns auf jeden Fall einen Platz wegnehmen wobei dann machen wir das folgendermaßen wir bauen uns einmal den Weg hier lang oh den machen wir auch relativ gerade und dann setzen wir uns den Gemeinschaftsofen hier hin so denkt dran der Gemeinschaftsofen ist nicht so effizient wie ein wie eine Bäckerei irgendwo dran aber wir haben halt leider noch kein Geld deswegen können wir uns noch keine Bäckerei irgendwo reinzimmern die sind auch gut bestückt für ein Stufe 3 Haus bräuchten wir jetzt eine Taverne noch was wir jetzt noch machen werden ist wir werden hier nochmal Upgrades durchführen 1 und 2 bei den jeweiligen Gebäuden bei dem Gemüse dabei ist damit die beiden Familien auch noch helfen können Funny Red Eye grüß dich kannst du auch patrouillieren lassen nee das können wir nicht ich weiß nicht ob das später gehen wird aber momentan nicht wenn Ranger von gerade redet meint der Krumm nein wie viele Leute sind uns verhungert gar keine die verhungern auch nicht so schnell ich weiß gar nicht ob die insgesamt verhungern können würde ich auch dazu erwähnen wir haben jetzt übrigens zwei Punkte hier oben die wir nutzen können für das aufbauen und ich bin ehrlich gesagt schon fast dafür dass wir die Schafsucht mit dazu nehmen dass die sich vermehren sind ja Hunger gewohnt so so sieht's nämlich aus so sieht's nämlich aus wir werden auf jeden Fall das hier machen wir gehen auf die Schafsucht und wir gehen auf den Speerenflug damit wir das hier verbessern können und hier hätten wir zum Beispiel auch Bewässerung reduziert den von Dürren verursachten Schaden es kann nämlich auch zu Dürren kommen Schafsucht yeah zwischen Punkten ist eine Kurve Waclon einen wunderschönen guten Tag hallo ich grüße dich bin ich dick ich bin nur einfach zu sehen na gut und zur Not gibt's humanoiden Snake äh Snake Steak die Nahrung wird echt knapp ich weiß nicht warum das hier oben eingebrochen ist das Haus das ist das ist richtig blöd das hier ist jetzt nicht so schlimm aber warum ist dieses Haus eingebrochen wieder aufbauen ja auf jeden Fall das hat mich ja jetzt komplett überrascht die Pest war's ich hoffe mal nicht ist da was passiert heute ist der Preview äh das Preview Embargo gefallen für Mana Lords deswegen ich weiß wir haben keine freien Arbeiterfamilien oh ja die Plünderer die greifen eigentlich nicht an von sich heraus wir können einmal die aus der Segelgrube rausnehmen und rauslösen so zu lange leer stand bei dem Haus auch eigentlich das nicht eigentlich hatten wir da ja jemanden zugewiesen weil es leer stand echt wir können natürlich auch in den Lock hier nochmal reingehen und gucken da irgendwas steht Nahrung geht zur Neige Nahrung geht zur Neige naja steht tatsächlich nix im Fliege grüß dich wunderschönen guten Abend heute kommt man nicht an Mana Lords vorbei ne heute streamt das jeder heute streamt das nicht nur jeder aus der Strategiebubble sondern heute streamt es ist wirklich jeder aber ist ja schön wenn dieses Spiel ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt bei mir habt ihr noch die Möglichkeit zwei Keys für Mana Lords hinterher zu gewinnen wir werden noch zwei Giveaways machen für Mana Lords so dass ihr am Release Tag selber hier auch loslegen könnt 102 weltweit wie viele Zuschauer sind denn insgesamt momentan in Mana Lords unterwegs das würde mich jetzt auch mal interessieren ok das mit dem müssen wir uns wirklich nochmal überlegen Meg Forb einen wunderschönen Tag vielen lieben Dank für dein Follow 62.000 Zuschauer auf Twitch ja jetzt ist die nächste Frage warum sind die 62.000 Zuschauer nicht bei mir so jetzt kommen die Fragen hier auf gut vielleicht spielen wir nicht in Englisch das ist natürlich einer der Gründe aber warum sind die 2.000 nicht hier äh die 60.000 Gronkh ist online damit ah Gronkh ist online na gut na gut ok äh ja wenn Gronkh damit online ist dann äh dann ist das ja dann kann das durchaus schon mal passieren ja auch immer dieser Gronkh ist ja so ok Gesetze verfügbar ne Sajimuris das haben wir nicht mehr das haben wir nicht mehr bekommen aber das war klar je weiter also wenn man einmal einen Abbruch hat und nach hinten rutscht dann passiert das das ist ganz normal so ok wer ist online aber spielt Assassin's Creed was es gab eine Pause ne es gab einen Stream Abbruch so ok das heißt wir haben die Windmühle die dann als nächstes von uns gebaut werden und wo wir dann unsere vier äh Bauholz noch dran packen werden wobei wir brauchen da jetzt uns gar nicht so zu hetzen weil das Feld muss erst noch äh also das dauert jetzt noch ein paar Monate so ich werde mir nochmal was zu trinken einschütten eigentlich genießt wahrscheinlich genießt kein Tag diesen äh kein Mensch diesen Tag mehr als Erfinder von Männerlords äh äh ja ich glaube aufgrund dessen dass halt so viel positive positiver Zuspruch auch ist ich glaube es gibt aber noch einen Tag den er noch mehr genießen wird und zwar der 26. April wenn dieses Spiel in den Verkauf kommt und wahrscheinlich eine unfassbare Menge dessen das Spiel kaufen werden ich glaube ich glaube da wird er sich nochmal ein bisschen besser fühlen hinterher ähm wenn dann die Arbeit sich so richtig auszahlt so richtig belohnt macht weil alle runterladen so okay ähm dann kannst du nicht einen weiteren Ochsen anschaffen wir haben zwei Ochsen eigentlich also da müssen wir uns äh gar keine Danken drum machen äh wir haben zwei Ochsen hier Endres und Ott ich finde die Musik genial ja verdient Freunde sich dann ja und über den Games Planet liegen wahrscheinlich mit 25% Rabatt genau verdient hat das genau auf jeden Fall äh brauchst du für einen schweren Flug auch einen Ochsen ja aber dafür müssen wir hinterher erstmal ähm das äh hier dafür müssen wir dann erstmal die Flugstelle hinzupacken dann den Ochsen und dann brauchen wir 20 Gold weil ein Ochse 20 Gold von der Regionsvermögen kostet ja da geht viel Geld verloren ja nicht ganz weil die haben ja einen Deal dafür also Hooded Horse hat den Deal dafür ähm und da wird das ja anteilig auch weiter gezahlt dann ein weiteres Familienmitglied schließt sich einer niedergelassenen Familie an aber wir haben jetzt auch eine neue Familie dazu bekommen die können wir dann auch gut für uns benutzen die wird dann hier auf jeden Fall angefangen ich will eigentlich nee das passt schon so das passt schon so was wir auch noch machen müssen ist hier oben jetzt gleich mal eine Abbaugrube zu bauen und zwar eine Abbaugrube die wir hier draufsetzen werden und zwar für unser Eisen die setzen wir uns dann hier hin und die wird jetzt richtig lange brauchen um da vernünftig hin transportieren zu können aber das machen wir uns trotzdem das setzen wir uns trotzdem hier hin und jetzt seht ihr hier schon da wird zum Beispiel dann so eine kleine Grube ausgehoben und hier in die Richtung wird ein kleiner Stollen hingepackt so wir haben jetzt nicht genügend Vorräte die Nahrung ist wirklich das Problem gewesen weil uns das hier oben komplett außen vor gegangen ist das hier haben wir auf der höchsten Priorität ja das heißt wir werden als nächstes die Windmühle werden wir auf sehr hoch packen und dann werden wir den Gemeinschaftsofen auf hoch packen genau dann haben wir nämlich schon mal diese Produktion sichergestellt für uns wir müssen allerdings hinterher noch jemanden in die Windmühle reinpacken und ich glaube beim Gemeinschaftsofen da muss man glaube ich auch noch eine Person reinpacken die das Ganze dann hier betreibt so gibt es bei dir eine YouTube-Folge wie die mit Game Pass, Ubisoft Plus und so weiter Geld regenerieren dass für den Entwickler lukrativ ist Erklärung nee aber ich könnte mir das ich könnte mich da mal einlesen und mit ein paar Entwicklern sprechen und auch hoher den Ports sprechen dass ich da mal ein Video zu machen kann ja ja das habe ich auch gesehen dass Kopelios Geschichtsfenster Maurice gequatscht haben Dr. Hakepeter wunderschönen guten Tag Hallo und Ranger wie ist es? Gut Gut Ohne dass ich gehypt war hat es mich positiv überrascht waren die waren die Lager in dem Game Pass geteilt und hab zu viel Medieval Dynasty die letzten Wochen gezockt und alles aus der Demo vergessen ja du hast hier einen Speicher für die Nahrung und du hast hier ein Lagerhaus für alles andere also das gibt es hier drin auch noch bin gespannt auf die Kingdom Come Deliverance Enhüllung am Donnerstag ich habe gestern ein Presse Event gehabt von Warhorse und was es ist das werde ich euch nächste Woche Donnerstag sagen was ist mit dem Herrenhaus ist das auch auf die Höchste eingestellt die Mauer fehlt ja noch wir haben die Mauer noch nicht gebaut das Herrenhaus haben wir gebaut der Rest ist momentan im Burgenplaner drin weil uns nämlich Ressourcen dafür noch fehlen dann müssen wir auf Commit drücken erst dann fangen die an hier drin zu bauen mach ich gerne mal Chaos Queenie mach ich gerne mal vielleicht kann man nur eine Podcast Folge auszumachen aber es gibt sowieso die Planung aber da gehen wir morgen mal drauf ein da müssen wir nicht heute drauf eingehen und Stefan L.D. Dankeschön für dein Follow es gibt sowieso die Planung dass ich dem nächsten dritten YouTube Kanal aufmachen werde der Hauptkanal der wird von Houndskull vom Cutter bespielt der dann dort die Streams in einem in knackigen 30 Minuten Video zusammenpacken wird damit ihr neue Spiele schnell sehen könnt ohne euch einen ganzen Stream anzugucken der Anker Kanal der quasi als Let's Play Kanal dient Morian wunderschönen guten Abend und der dritte Kanal auf den ich Meinungsvideos beziehungsweise Essayvideos dann auch zusammenpacken werde Essayvideos passen mehr dazu als Meinungsvideos in denen ich dann zum Beispiel solche Sachen machen werde wie zum Beispiel Paradox steht vor dem Scheideweg und dann 10 Minuten Video dazu oder wie funktioniert das Publisher-System 10 Minuten Video dazu also dass ich die Expertise die ich auch so als Gaming-Journalist dann sammeln konnte sei es jetzt als Content Creator oder sei es jetzt bei der GameStar oder ähnliches dass ich das dann alles auch in Videos hinterher zusammenpacken kann Bleibt immer bei den ganzen Videos aber das ist ja das Schöne jeder kriegt ja dann etwas für sich jeder kriegt ja dann etwas für sich Ranger abgehoben warum dat denn? Essensvideos genau da werde ich nur essen in diesen Videos Rutum programmiert damit er nicht so viel zum Schneiden hat genau genau aber die Aufnahme ist ja davon unbetroffen ich nehme ja nochmal separat auf Star Trek ist Paradox hat Star Trek Infinite eingestammt ja so das heißt da sind wir jetzt auch unterwegs da werden wir die können jetzt hier drin erstmal bleiben wir können ja auch einen Kräutergarten übrigens ansetzen die Kräuter werden dann dafür genutzt um uns zu heilen ASMR genau Currybrüste und vierter Kanal mit den besten Gesangseinlagen 50 Einwohner Glückwunsch ja jetzt haben wir uns nämlich schnell nach oben gebracht also ihr seht man kann hier ganz schnell nach oben kommen wenn man es passend hat ähm Vegetables Vegetables wow Vegetables jihau passend zum Regal wow nun das muss ich mir hier nicht anhören ich gehe einfach in den Stummlörk in 17 Tagen werden wir übrigens angegriffen in 17 Tagen werden wir angegriffen man kann ganz schnell nach oben kommen wenn man sich nur anstrengt ist so okay wann Ranger 21.000 Zuschauer wann das war keine Ernstgemeinte bevor mir jetzt einer sagt aber Onkel ist schon so lange dabei das war ein Scherz hier oben wird uns angezeigt der Arbeitsbereich ist leer das ist nicht so schlimm weil die Bärenbüsche wachsen jetzt gleich wieder nach können wir leider aber auch nicht wegklicken HotTube streng mich halt noch nicht an wo Scholz genau ich glaube Gronk streamen grundsätzlich länger als ich ich glaube ja Ressourcen von Baditen in der Nähe gestohlen jetzt haben die uns auch nur das eine Fleisch gestohlen was wir haben jetzt haben wir gar keine Nahrung mehr gut jetzt gleich haben wir es oh die greifen jetzt gleich an sie kommen feindliche Einheit gesichtet Goldcarber dankeschön für dein Follow wo spawnen die auf der anderen Seite der Karte hier seht ihr die Armee die kommt Briganten zwei halbe Brigantenzüge kommen hier auf uns zu aber so muss das sein dankeschön vielen lieben Dank da kommen sie an also wenn die auf jeden Fall zu uns hingekommen sind dann sind die komplett ausgelaugt und jetzt kommt eine kleine Sache es gibt natürlich Kampfstats und ähnliches auch im Spiel und wir wollen die bei uns in der Region besiegen weil wir da nämlich einen Bonus bekommen die sind eingefroren bis sie da sind vielleicht aber jetzt gleich wird jetzt erstmal wieder Herbst nee Herbst Frühling wann wird es wieder richtig Sommer Sommer wie es früher einmal war mit Sonnenschein von Juli bis September ja mehr eines anderen Herrschers wurde gesichtet No effing way jetzt hat der andere Herrscher hat die jetzt auf sich getriggert gibt es eine Max Größe weiß ich nicht habe ich noch nicht erreicht also du kannst wirklich sehr große Armeen aufbauen ich glaube du kannst insgesamt fünf hiervon haben oder sechs ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz ganz ehrlich zu sein so ja dann sehen wir halt den Kampf erst wenn wir Maditenlager angreifen aber den Kampf werden wir uns auf jeden Fall angucken so den Kampf werden wir uns angucken im Wald kriegt man übrigens einen Nachteil auf die Effizienz Malus ist da gerade vorbeigelaufen aus dem Busch heraus Zeichert grüß dich hallo die hätten sich keine beschissenere Position auszuholen können Entschuldigung für die Hornfall aber das musste jetzt mal sein hier an der Stelle da cool ey weiß ich Chris hallo trainieren gibt es momentan leider nicht aber hinterher wahrscheinlich und ihr seht hier zum Beispiel dass die Einheit nicht einfach so sterben sondern dass die auch wirklich erstmal abwartend gegeneinander sind und gucken wann die ihre beste Möglichkeit bekommen keiner ist von uns wir gucken einfach nur den Kampf gerade zu sie sterben sie warten erstmal ab genau da liegt einer da ist noch einer auf dem Boden also jetzt mal ganz ehrlich wie lange bleiben die liegen das weiß ich leider nicht die haben die moral zerstört von denen sag mir mal die briganten haben gewonnen was was ist das denn so Bogenbeschuss kommt wir gehen jetzt mal hier hin jetzt kommen die Pfeile ihr seht die kommen angeflogen einheitlich in den leistenbereich reinbekommen die briganten waren 3 zu 1 zu überlegen die haben ja die haben ja Bogenschützen dabei gehabt Bosti grüßt dich hallo also jetzt mal ganz ehrlich der Kampf von der Aufmachung her sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als Total War ich glaube das kann man dazu sagen ja egal die kloppen sich jetzt da drum da müssen wir jetzt nicht zugucken wie den Bogenschützen hinterher rennen into eine Leiste ja so muss ich in neuen Mods umgucken alle tot das war nicht unsere Armee wir haben nur zu geguckt wir waren einfach nur jemand der zugeschaut hat so Atmosphäre kenne ich gar nicht das ist was Neues muss man ja leider sagen so hier wird übrigens das Feld gerade bestellt die fangen jetzt an hier alles mit ihrer Hake rum zu wurschteln die brauchen natürlich länger deswegen sollten wir schnell den den Flug dafür hinterher holen hier oben wachsen jetzt gleich neue Bären auf jeden Fall das heißt die werden jetzt auch jetzt sich noch bereitstellen können und werden ein paar Bärenbüsche sammeln können und wir machen uns dann auf den Weg um ja nee komm hier haben wir jetzt zum Beispiel ein zweites wahrnehmen zum Beispiel auch wenn sie nicht zugewiesen sind oder ähnliches so die arbeiten hier dann bei der Windmühle können wir jetzt auch noch eine Person reinpacken wir packen jetzt schon rein damit wir da überhaupt nicht in Gefahr laufen dass irgendwas bei uns außen vor gehen äh außen vorbeigehen könnte so wir werden auch einmal das Upgrade durchführen dass hier einmal der Flug gebaut wird durch ein Holz das wir noch zusätzlich dazu bewirtschaften genauso schlachten wie ein Total War werden eher weniger oder seltener sein hier dann haben wir da noch den Gemeinschaftsofen hier oben haben wir glaube ich auch noch nichts gebaut die Abbaugrube auch noch damit wir dann hinterher damit für uns schon niederholen können wir besser aussehen als in Total War wir gucken jetzt gleich mal wenn ich selber hier den Kampf durchführen kann es wird ja hoffentlich nicht mehr so lange dauern ein paar Bedürfnisse sind nicht erfüllt das geht natürlich dann runter und jetzt seht ihr hier den Punkt ach guck mal die haben gewonnen die haben gewonnen ok jetzt seht ihr hier der Herrscher möchte etwas anderes beanspruchen nämlich Goldhof das ist hier wenn wir sagen Goldhof wollen wir nicht haben dass die das bekommen dann können wir einen Krieg erklären diesen Krieg können wir auf dem Schlachtfeld hier ausführen dann kommt eine riesige Armee des anderen das bedeutet ihr müsst euch dann darauf vorbereiten vor allem weil die Söldner dazu holen und ihr müsst dann auf das Schlachtfeld im gegnerischen Territorium antreten da bekommt er dann Bonisse auf seine Zufriedenheit und ähnliches auch das im Hinterkopf behalten dann gibt es hier drin die Möglichkeit Kings Favor zu benutzen das soll in Zukunft dazukommen und dann wir können noch verhandeln aber auch das kommt erst in Zukunft dazu Goldhof wird beansprucht da steht mein Schreibtisch holt ihn sofort zurück ok Wahnsinn was der Entwickler da produziert hat ja auf jeden Fall auf jeden Fall wann war denn das letzte Giveaway was wir gemacht haben nur damit ich das einmal kurz nochmal auf dem Schirm habe Migranten haben dich überrannt oder sind die anderen Soldaten so viel stärker äh ne mich haben die nicht überrannt die haben den anderen bestellt vor zwei Stunden na komm wisst ihr was wir machen jetzt das nächste Giveaway wir machen jetzt das nächste Giveaway äh wir machen jetzt das nächste Giveaway so lass mich dafür einmal kurz in meinen Bot reingehen und jetzt könnt ihr einfach irgendwas schreiben worauf ihr Lust habt irgendwas wenn ihr ein Key für Manor Lords gewinnen wollt ist jetzt eure Möglichkeit diesen zu gewinnen ihr bekommt den Key allerdings erst zum Release ja das heißt ihr könnt jetzt auch noch nicht spielen in zwei Wochen bekommt ihr dann allerdings die Möglichkeit wie das alles vonstatten geht das werden euch die Moderatoren sagen jetzt gerade einfach irgendwas in den Chat reinschreiben und ihr könnt gewinnen 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 so okay meine werte Damen und Herren ich lass das jetzt mal ein bisschen durchlaufen in der Zeit ich guck mal hier so rum ja was ist denn hier Phase was passiert denn hier gerade was haben wir denn hier was haben wir denn da was haben wir denn überall Gummi Ranger hüpft hier und dort und überall so dann haben die letzte Möglichkeit zu gewinnen also das heißt die letzte jetzt gleich das zweite giveaway von drei am heutigen Abend das zweite giveaway ist vorbei in drei zwei eins roll it isamehl wolltest du nicht weg sein herzlichen glückwunsch du hast gewonnen einen wunderschönen guten tag hallo eins ja eins würde ich mal sagen gz du hast gewonnen eins eins was eins key ja herzlichen glückwunsch einen der moderatoren bitte anschreiben dass sie die mit dem schwert vorne mit dem grünen schwert und dann werden sie dir sagen was du dafür tun musst damit du den key dann bekommst pünktlich zum release ich glaube jetzt ist er gerade ohnmächtig geworden weil jetzt kommt nämlich nichts nach der eins jetzt ist einfach sein glück kann er gerade nicht fassen ist einfach vom stuhl gefallen da kommt ranger hype super schön super schön das freut mich doch zu hören genau ja und du wirst dann jetzt einfach warte mal kurz ich werde mal kurz hier was bei youtube eben nachsehen in der zeit du wirst dann einen key bekommen so lass mich einmal kurz schauen ich will einmal eben hier bei ranger das hier drunter packen unter das video das video läuft aber auch ganz gut dafür dass es vor zwei stunden erst rausgekommen ist kann man das kann man das aber durchaus anbieten muss ich sagen ja 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 doch 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 sehr schön sehr schön ok yo es wird auf jeden fall noch ein weiteres give away geben ok vielen lieben dank dankeschön der nightbot hat schon wieder meinen namen falsch geschrieben lucky shot aber ich hätte dir so gegönnen sag mal ehrlich also immer dasselbe ich flagge ich flagge wie du du flaggst soll mir einen arzt rufen was ist los herzlichen glückwunsch dazu ich glaube du freust dich das freut mich zu hören das freut mich zu hören das freut mich zu hören so und falls ihr neu hier sein solltet und strategie spiele mögt lasst sehr gerne ein follow da ranger area steht für strategie spiele 90% aller fälle spielen wir alles von aviaufbau bis set wie zerstörung haben zum beispiel auch jeden sonntag unseren hashtag aufbau sonntag hier bekommt ihr previews geboten hier bekommt ihr insider informationen geboten hier bekommt ihr journalistische hintergrund geboten und vor allem eine ganze Menge an humor ja wir gehen nicht zum lachen in den keller das ist das wichtigste also sehr gerne ein follow hier lassen falls ihr neu hier sein solltet ja flaggen ist bei uns was anderes was ist denn flaggen humor vor zwei stunden rausgekommen ja wie vor zwei stunden rausgekommen die soldaten mit der lord ansicht anschauen wäre cool die sind noch die armee kommt noch der geht nee gar nicht wahr der hat den ja besiegt der keller geht zum lachen zu uns genau und router vom ranger persönlich zerstört jetzt aber wirklich fies hier dann wollen wir mal unsere armee kurz hier hin holen also das sieht jetzt nicht anders aus wenn wir da wenn wir die lord ansicht zu uns holen hoppala falsch hier drauf so und jetzt können wir ist die Musik gerade lauter geworden ist die denn so laut so ich inspiziere jetzt meine Truppen sei es euch gegönnt Black Panther vielen lieben Dank für deinen Sub im zehnten Monat wunderschönen guten Abend hallo ich hoffe dir geht's gut hallöchen wunderschön aber wir können durch die durchlaufen naja das ist ja nicht so schlimm irgendwas irgendwas blockt hier was blockt denn hier haarschnitt rasur genau erstmal gucken wie ist die hier bei Haar und Bart erlass wird der eingehalten ja ich bin ganz zufrieden ich bin ganz zufrieden ist in Ordnung ist in Ordnung könnte besser sein aber könnte auch schlechter sein ja das ist aber nicht viel doch in dem Spiel sind 5 Pappnasen in der als Elitearmee schon wirklich sehr gut also sie können sich da schon äh Entschuldigung sehr gut positionieren so ähm was wir jetzt noch machen werden beziehungsweise was worauf wir uns konzentrieren sollten ist Streuobst Streuobst hat nämlich die Besonderheit beziehungsweise der Apfelgarten hat die Besonderheit 3 Jahre lang muss so ein Apfelbaum erstmal wachsen bevor er dann hinterher auch die 100%ige Kapazität erreicht von dem was wir dann davon haben wollen also das braucht schon eine ganze Menge und vor allem kostet der 50 ne ist ja auch nochmal was macht die Mods nicht sauer? doch wie lange ist der Spielstand alt? der Spielstand ist ungefähr 4,5 Stunden ist der jetzt alt dann lass es 4 Stunden 20 sein äh wir sind am Anfang ein bisschen langsamer gestartet aber jetzt kommen wir doch schon ein Stückchen rein jetzt kommen wir langsam rein in das Ganze was wir auf jeden Fall noch brauchen ist noch mehr wir brauchen noch mehr Beeren wir brauchen noch mehr Fleisch wir brauchen noch mehr Gemüse wir brauchen noch mehr Brot noch mehr Eier Äpfel ja ihr wisst es ähm dann rühst ich auf die WC-Maske nehmen 3 Jahre ist für den Obstbaum nicht lang ja da komme ich natürlich wieder als Stadtjunge an und sage ich habe keine Ahnung wie lange das dauert aber was das Schöne immerhin ist wir können eine Schmiede bauen hey außer hier weil da ist es zu klein wir könnten hier oben eine Schmiede hinbauen ähm manche Gebäude brauchen nämlich einen Upgrade und zwar alle weiteren Gebäude alle die Gebäude hier am Anfang brauchen nur Stufe 1 Haus alle weiteren Gebäude die Stufe 2 Häuser ähm beziehungsweise alle weiteren Verbesserungen brauchen Stufe 2 Haus das heißt zum Beispiel die Schmiede oder auch die Rüstungsschmiede Pfeilwerkstatt und so weiter und so weiter die brauchen alle das hier wir brauchen Schreiner Brauerei wird noch ein bisschen dauern mein Gott mein Gott ist der Hals noch angegriffen so hier würde ich gerne die Schmiede reinbauen die wäre dann auch groß genug und dann könnten wir nochmal schauen dass wir hier zum Beispiel die Holzwerkstatt reinsetzen dafür müssen wir die beiden aber upgraden und damit wir die hier upgraden können brauchen wir Lebensmittel und Brennstoff ja und das wollen sie jetzt im Moment nicht machen keine Ahnung wieso aber ja sie wollen es halt nicht machen naja was machen die denn die sind Jäger Helmut Kohl wunderschönen guten Tag ich bin entzückt ich bin auch entzückt dass du da bist wie toll der hat ja jetzt ein richtiges Dach der hat jetzt ein richtiges Dach ja genau der hat jetzt ein richtiges Dach ich glaube wenn man Jäger ist dann wird man das hier oben nicht richtig hinbekommen deswegen nehme ich die mal kurz von den Jagdgründen hier weg weil die Jagdgründe bringen uns sowieso im Moment nichts die sind nämlich bei 5 von 20 und die sollen ja bei 6 aufhören zu jagen so wir werden stattdessen hier die Beeren sammeln eine Einheit eine Einheit eine Familie eine Einheit Familie werden wir auch noch nach oben schicken um noch ein paar mehr Beeren zu sammeln äh nicht zu verwechseln mit der Berit die Berit müssen wir natürlich auch noch irgendwo finden Berit hallo ja Berit kommst du bitte ja genau wir wollen dich einmal sammeln ähm insgesamt muss halt die Familie immer irgendwo was zur Verfügung haben damit sie sich ja auch noch mal bereit machen kann okay wie sieht's aus bislang sehr bescheiden da ist ja nicht sehr viel passiert hier in der Zeit wir machen mal hier höchste Priorität dann lassen wir das nochmal beschleunigen in dem Moment arbeiten die jetzt nicht während wir das Upgrade durchführen das wusste ich tatsächlich auch noch nicht war das nicht Barrett Berit komm ich von die Regale du Arsch ja genau so ungefähr da kommt dann auch jetzt der Ochse der das Ganze hier verbessern soll mit dem Flug das ist Flug und Segen zugleich versteht ihr ja ähm und jetzt haben wir hier zum Beispiel die Möglichkeit ein paar Diepenlager wurden entdeckt die machen jetzt weiter also ihr könnt euch auf jeden Fall merken ähm ihr könnt euch auf jeden Fall merken ein Upgrade lässt die dann hier nicht mehr weiter arbeiten das ist natürlich doof wir wollen aber einen eigenen Ochsen haben Viehhüter zu reisen könnten wir jetzt auch noch machen erweitert Viehhüter zu reisen jetzt bin ich mal gespannt ob einer von denen hier oben dafür genutzt wird aber wahrscheinlich nicht oder Viehhüter zu weisen was macht denn jetzt der Viehhüter also ich hab den Flug selber noch nicht benutzt ne ähm das heißt das ist auch was Neues für mich brauchst du neue Einwohner neue Häuser ich hab immer neue Häuser bislang gehabt weil ich das aus anderen Aufbauspielen so kenne deswegen kann ich es dir gar nicht zu 100% beantworten es gibt aber auch die Möglichkeit Obdachlosigkeit also würde es mich wundern wenn es nicht so wäre jetzt gleich haben wir 75 das heißt wir bekommen wieder 2 Familien dazu jetzt sind Viehhüter zugewiesen Toad of Fieldworks Num also hier sollte eine Nummer stehen steht allerdings leider nicht Endres Endres flügt den Acker das heißt das ist doch einer von denen aber ist ja auch gar nicht so schlimm eigentlich weil Endres wird ja dann nur zum Flügen benutzt also das heißt er wird ja nur im Frühjahr hier dran gepackt was passiert mit dem Tod auf dem Schlachtfeld die spawnen die einfach wenn die in einer anderen Region sind dann die spawnen die bislang einfach wenn die in deiner Region sind dann darfst du in eine schöne Leichengrube ausbuddeln sonst bleiben die nämlich da liegen die ganze Zeit so sowas wie Hammer und Sichel diese Flug und Segen ja Gott ich dachte meine Witze wären furchtbar sieht so aus wie gemalt so schön ja 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 kann man nicht häufig genug sagen finde ich Neufamilie ist eingezogen wir brauchen unbedingt mehr Essen Endres ist der heutige Andreas ach guck mal das wusste ich gar nicht die Windmühle finde ich nur etwas klein aber vielleicht sah die ja damals so aus das kann natürlich sein wenn man die Toten nicht anders verwerten hört auf die Toten essen zu wollen die Toten brauchen auch ihre Ruhe ähm wir haben 21 insgesamt haben wir aber 17 Familien das ist ein bisschen irritierend die Familien die ganz oben stehen sind die Familienanzahl von allen also wir haben 17 Stufe 1 Familien davon sind 3 Stufe 2 so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen aber du brauchst doch das Fleisch jetzt hört auf die Leute essen zu wollen wir werden hier auch nochmal ein Gemüse Ding hinbauen also wir werden hier überall Gemüse das hier wird alles Gemüse werden und der Rest wird dann was anderes werden so wobei ich da überlege ob wir vielleicht erstmal einen Handelsposten bauen möchten lass mich nochmal eben überlegen wir bauen wir bauen schon mal einen Handelsposten hier hin doch doch und zwar werden wir den Handelsposten hier hinsetzen also die Kamerasteuerung ist manchmal sehr schnell den setzen wir uns wirklich dahin dann können wir den Handelsposten hier hinpacken wir schauen jetzt nochmal hier oben drauf haben wir jetzt ja die Arbeit die Grube ist fertig das heißt wir können jetzt hier anfangen schon mal eine Person hinzupacken die dann anfängt hier alles drinnen einmal rumzuwurschteln die dann jetzt hier das Eisen rausholen wird für uns wir könnten natürlich jetzt auch hier nochmal jemanden hinpacken aber das ist jetzt auch keine Notwendigkeit für uns um ehrlich zu sein ähm bislang sollten wir glaube ich alles ganz gut umgesetzt haben hier sammeln schon die ja wir machen nochmal einen weiteren oder eine Streams mit Going Medieval und CK3 verdorben ich kann nichts dazu Entschuldigung dass du jetzt hier Menschen essen möchtest aber ich habe in Crusader Kings 3 noch keine Menschen gegessen doch nicht aber das kann sich ja noch ändern was nicht ist kann ja noch werden wusstet ihr dass ein anderes Wort für Menschenfleisch Langweinfleisch ist das ist absolut widerlich so okay ähm Gesetze verfügbar im Moment gibt es halt keine guten Gesetze für uns die Banditen klauen uns auch immer diese Ressourcen im Moment gibt es noch kein gutes Gesetz für uns weil es sind halt nur diese zwei Gesetze und die Gesetze sind halt entweder wilde Tiere aber die Feldfrüchte um 50% und wir wollen ja hier viel ernten oder strenges Fasten ist natürlich ein bisschen doof muss man ja auch so mal so sagen so hier haben wir den Ochsen der Ochse ist hier gerade am äh flügen am Barkern na guck mal wie schnell der ist ich weiß zwar nicht warum der also ich bin aber auch kein Landwirt ach guck mal das funktioniert auch so ist der Hype real ich würde sagen der Hype ist real ich würde sagen der Hype ist äh der Hype äh packt das ja also wirklich ohne Mist und ich war nicht gehypt im Vorfeld und ich würde sagen es erfüllt den Hype bei aller Kritik die ich im Vorfeld geäußert habe auch so anhand dessen welche Reaktion ihr habt äh wenn ihr das Spiel seht ähm würde ich sagen das erfüllt auf jeden Fall den Hype das hier ist endlich mal ein Aufbauspiel das wieder dem gerecht wird was es eigentlich sein möchte das kann ich jetzt hier so mit Brief und Siegel sagen vielen lieben Dank freut mich sehr zu hören freut mich sehr zu hören dann kann man gleich den Karneval mit einführen das senkt halt den Zufriedenheitswert auch noch so sehr und eigentlich wollen wir ja dass noch ein paar Leute halten wir haben hier jetzt hier Nahrung haben wir ja vieles dazu bekommen eigentlich müsste die Nahrung ja auch hier gelagert werden jetzt im Speicher dass sie vom Speicher aus hier was loslegen können wobei jetzt gerade hier gar nichts gespeichert wird das ist auch glaube ich noch mit dem Logistikweg das muss noch ein bisschen angepasst werden in manchen Bereichen würde ich fast schon sagen so die sind jetzt gleich hier fertig also ein Ochse hat auch noch nie was von GPS-Flügen gehört GPS-Flügen aber Deko ist gar nicht vorhanden bislang nicht nur ein Schrein ist bislang vorhanden der auch noch keinen Nutzen hat ich hoffe dass sich das dann ändern wird in nächster Zeit hat die jetzt gerade den Flug vor sich her geschoben so und Hamtydamty Dankeschön für deinen Follow sehr sehr lieb von dir wie viele Follows fehlen uns jetzt eigentlich noch bis 14.000 kann das mal einer kann einmal einer F5 drücken und mir sagen wie der aktuelle Stand ist das würde mich mal interessieren ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung zuschauen und selber spielen sie auch nochmal Unterschied ja grüß dich hallo 34 32 32 ok haben wir hier 32 tapfere Reckinnen und Recken die vielleicht interessiert sind an Strategiespielen und sich denken hey also so unsympathisch ist der gar nicht ich gucke hier eigentlich ganz gerne zu ich mag die Art von denen ich drücke mal auf Follow dann können die mich unterstützen bei Mission 14.000 Follower also 14.000 ist halt echt eine Hausnummer ne falls ihr wollt gerne auf Follow drauf drücken müsst ihr sowieso um gewinnen zu können bei dem Giveaway ja aber würde mich auf jeden Fall sehr freuen so wie zum Beispiel Altmenza Dankeschön Fingrek Dankeschön Warby Twitch Anatolios warst du nicht schon Follow Dragon Sheep Dankeschön für deinen Follow Tiberium danke wird aber schwer mit 10 Zuschauern ja gut das kann natürlich sein dann wieder Follow wenn du willst nein da wird mir der Anfollow in der Statistik angezeigt so hier haben wir jetzt den Handelspost der beste Streamer für Kannibalist genau vielen lieben Dank für die Follows Leute okay jetzt Altone Dankeschön für deinen Sub sehr sehr lieb Obeleos Dankeschön auch an dich für deinen Follow jetzt haben wir den Handelsposten hier der Handelsposten ist relativ speziell wieder funktioniert und zwar um Handel zu betreiben müssen wir uns Handelslizenzen kaufen über diese Handelslizenzen können wir dann hinterher Sachen verkaufen zum Beispiel in dem Fall Bretter oder Steine dafür müssen wir erstmal Vermögen ausgeben das geht dann in allen verschiedenen Kategorien hier drin das kann sich lohnen kann aber auch nach hinten losgehen ich würde jetzt zum Beispiel mal sagen wir würden uns jetzt hier in dem Fall eine Handelsroute einrichten Establish und würden hier auf Handel gehen und dort importieren exportieren oder unbegrenzter Handel das heißt wir setzen hier ein Limit rein und der würde sich anhand dieses Handels dann entweder importieren oder exportieren Cycorp Dankeschön für deinen Follow sehr lieb und Heini vielen lieben Dank für die 5 verschenkten Subs mein Lieber vielen vielen lieben Dank bei der Hausnummer 14.000 ist aber der Straßenplanung ordentlich was schief gelaufen Chichagi würde mich freuen so und in der Sägegrube sollten wir vielleicht auch mal Leute arbeiten lassen dann wäre das nämlich auch mal wieder dann würde sich das noch mehr lohnen für uns und damit können wir dann zum Beispiel auch hinterher Nahrung ausgleichen wenn wir zum Beispiel im Winter sind dann können wir darüber Nahrung kaufen und uns das auch nochmal ein bisschen leichter machen und Dragon Dankeschön auch an dich äh Dagon Dankeschön an dich für dein Follow so ah sehr schön okay ähm geerntet wird im Herbst also im Sommer werden die Feldfrüchte wachsen da können auch mögliche Dürreperioden kommen ich Düngperion ähm bei meinem Glück weiß ich dass im Sommer wahrscheinlich direkt die erste Dürreperiode kommt und uns komplett aus dem Leben hauen wird ähm hab ich eigentlich schon vorher wow trotzdem danke äh und im Herbst wird das dann hinterher geerntet gepflügt und dann folgt auch die Aussaat von Lutzpflanzen was damit gemeint ist weiß ich jetzt leider gar nicht so genau geh ins Bett bin seit 4 Uhr auf den Beinen sehe uns morgen früh Captain Ventress bis morgen früh und eine gute Nacht wünsche ich dir lass dich nicht vom Bettwanzen beißen oder von dem Bettranger mhm so ungefähr so okay ähm bislang reicht das alles aus also ein ein äh eine Nahrung pro Familie pro Monat das sind 36 sind eigentlich zwei Monate nur Nahrung aber trotzdem haben wir drei ähm weil es in den dritten Monat reingeht ja gut okay äh sollte aber dann ungefähr passen das heißt da müssen wir auch nochmal nachsteuern Bären immer noch 13 bretter zur verfügung fünf stück wollen wir behalten sagen wir mal einfach ey bleiben wir fünf sei nicht von Vorteil wenn man ein kleinere anlegt statt einem großen wegen der bearbeitungszeit das ist gar nicht so groß also in Gesamtrelationen betrachtet ist das gar nicht so groß aber wir brauchen das halt sehr lange ne erinnert mich irgendwie an Herr der Ringe also es muss halt genug bieten um dann hinterher die Leute äh hier zu füttern ich würde die schon größer anlegen als zum Beispiel im Farthest Frontier wer hat den Spaß durchzählen eins zwei ja jetzt geht's los hier so und lass mal ein bisschen weiterlaufen seht ihr schon seit längerem bei YouTube und durch das Preview musste ich mich heute hier mal anmelden ich guck dir sehr gerne zu bis auf deine Gesangseinlage wow okay aber trotzdem vielen lieben Dank sehr sehr lieb von dir vielen Dank vielmals wie genau bin auch erst seit drei Stunden online ja hoffentlich stürzt das morgen früh nicht ab 69 äh 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 ich weiß gar nicht ob wir hier eine Familie dafür reinpacken müssen muss ich ehrlicherweise gestehen ähm spiel sie gut aus bitte lass es kein Sandbox Game werden äh was meinst du denn mit Sandbox Game wir sind doch nur 10 ja stimmt was meinst du denn mit Sandbox Game so dann werden wir dir mal hier entpangen hält es was es verspricht bisher ja auf jeden Fall es hält definitiv was es verspricht bisher so sieht es übrigens aus wenn wir dann hier durch den engen Wald durchgehen ah schaut euch das mal an ohne Scheiß guckt euch das mal an wie schön es einfach aussieht wenn man hier so durch den Wald durchgeht da hat man wirklich das Gefühl wie manche Survival-Spiele bekommen die Grafik nicht so gut hierhin wie es zum Beispiel hier in dem Fall ist ist einfach herrlich die Nähe auch zu spüren diese schöne Grafik zu spüren muah äh magnifik magnifik ist glaube ich spanisch wunderschön wunderschön hey Mörb vielen lieben Dank ihr lieben Mörblinge einen wunderschönen guten Tag hallo vielen lieben Dank für den Raid ich grüße euch bei euch gab es auch Männer Lords einen wunderschönen guten Tag hallo mal bitte ein Shoutout für den lieben Mörb gerne vorbeischauen wenn ihr dort Strategiespiele sehen wollt vor allem auch Total War und seit neuesten Survival-Spiele samstags ich glaube du hast einen Survival-Samstag mittlerweile den Survival-Samstag gerne vorbeischauen und wir wurden angegriffen wie gefällt dir das Spiel Mörb jetzt bin ich gespannt was sagst du zu dem Spiel was sagst du zu dem Spiel einen wunderschönen guten Tag an euch alle Hamti Damti Dankeschön für deinen Sub und Neutron vielen lieben Dank für den verschenkten Sub sehr sehr lieb Saftschorle vielen Dank für dein Follow ich grüße euch wir sind natürlich auch unterwegs in Männer Lords wir bauen uns hier gerade gemütlich was auf gucken uns die ganzen Feinheiten die ganzen Einzelheiten an und genießen zwischendrin auch einfach mal wie schön das ganze Spiel hier aussehen kann weil man auch einfach mal Ruhe genießen muss vom ganzen Trubel den wir hier haben so Romana Dankeschön für deinen Sub im neunten Monat Dankeschön und Volkolinchen Hallo danke für deinen Sub im 13 Monat guten Abend und wie ist es sehr gut bislang morgen in der ND-Session vorbereiten und Dinge schneiden bis morgen was gut hat uns geil unfassbare Potenzial ich finde es mega gut weil ich hoffe und bange einfach dass das Potenzial auch ausgeschöpft wird ja ja sehe ich auch so also vieles ist angedeutet vieles vieles etabliert sich dann auch noch zum Beispiel weil wir ja hier in dem Bereich sind die ganzen Gesetze oder auch Produktionsketten es gibt ein paar Quality of Life Features die mir fehlen die Musik ist sehr laut gerade kann das sein zum Beispiel ich hätte gerne eine Liste in der ich alle Bewohnerinnen und Bewohner sehen könnte oder in denen ich alle Gebäude sehen könnte in denen ich die Produktion genau fein aufgeschlüsselt bekomme das sind solche Elemente aber insgesamt wenn dieses Spiel hier weiterverfolgt wird mit genau dem gleichen Elan mit dem die das jetzt rausgebracht haben dann sehe ich es sehr positiv und ich muss an dieser Stelle absolut betonen ich habe nie ich war nicht gehypt vom Spiel ich habe mich gefreut ich weiß nicht wie es dir geht Mörb aber ich habe mich gefreut auf das Spiel aber ich war nicht im Hype weil ich durch City Skylines 2 enttäuscht war das weißt du ja noch was da alles ja ja TastDevil Dankeschön für die 5 verschenkten Subs und Exodus Dankeschön für deinen für deinen Sub im 12. Monat Danke vielmals an euch lieben Dank ich liebe mich wunderschönen guten Tag und es ist noch Early Access ist noch Early Access zu oft enttäuscht ja das kann ich mir natürlich vorstellen aber jetzt kommt jetzt will ich jetzt will ich jetzt wenn wir Mörb schon als Profi hier haben als Total War Profi du weißt welche Frage kommen wird also ich finde es undankbar dass ich weiß gar nicht wer das war Content Creator hat das hier als den Total War Killer bezeichnet das finde ich undankbar das ist natürlich auch eine Sache die man gar nicht miteinander vergleichen sollte aber wie findest du die Kämpfe im Vergleich zu Total War einfach nur mal jetzt die Kämpfe an sich ohne jetzt irgendwas anderes findest du das ein guter Weg so ein Weg den vielleicht auch Total War einschlagen könnte oder was ist deine Meinung dazu nicht als Total War Killer ansehen ja das Spiel möchte auch gar kein Total War Killer sein weil das ist im Vorfeld glaube ich gesagt worden ganz wild solltet ihr nicht rangehen in diesem Bereich so jetzt kann ich das hier wieder ein bisschen höher machen hast du auch Ostriff gespielt ähnlich entspannt oder ja ich habe auch Ostriff gespielt und es ist ungefähr ähnlich entspannt Ostriff war auch ein wunderschönes Spiel gerade dieser Aufbau diese Idee des Aufbaus ist hier drin recht ähnlich bei Workers and Resources dürfen die Entwickler sich ja auch im AI richtig Zeit lassen das war auch im Vorfeld hier drin das kann ich euch intern aus Solid Hors sagen weil ich so mit denen gesprochen habe Ziel ist das Total War Herausforder wenn die Kämpfe größer werden das Gefechtsmovement ist überragend äh überraschend gleich wenn die Units bewegt Killer denke ich nicht aber es könnte ein Tor aufstoßen das schon lange offen sein sollte ja und ich finde manche Mechaniken sollten auch für so Medieval 3 zum Beispiel übernommen werden wenn es das mal geben könnte ja der Vergleich mit Total War würde ich hier drin auch nicht ziehen weil das möchten halt grundsätzlich andere Spiele sein aber das gab es im Vorfeld deswegen erwähne ich das nämlich einmal so weil bis zu Gamestar ist das hochgekommen dieser Vergleich ich weiß ich habe mir das Video nicht angeguckt weil ich das seltsam fand aber ich habe das nur mitbekommen wie das dann hochgeploppt ist bei Gamestar zum Beispiel und noch in anderen Bereichen aber das ist ein undankbarer Vergleich bei dem man halt auch wirklich da könnte da könnte nur der Entwickler von Manor Lords verlieren weil das ja ein Spielprinzip ist oder ein Prinzip ist das er ja gar nicht verfolgen möchte wisst ihr was freier Burgen zu bauen wir haben versucht unsere ganze Siedlung zu mauern das ging nicht das ist ja die gesamte Stadt als Burg du kannst drin nichts mehr machen ah ok ok so ok wie sieht es aus mit der Aussaat jawoll die schmeißen hier jetzt die Dinge weg Frank grüß dich ne es gibt einen gibt es auf jeden Fall noch einen gibt es auf jeden Fall noch den wir hier verlosen guckt euch das mal an schaut mal hinten in die Baumwipfel rein ich mache mal die Kamera kurz weg wunderbar ist der Hype gerechtfertigt das ist schwierig zu beantworten es kommt immer drauf an wofür man für sich selber den Hype definiert da schlage ich meistens vor schreibt mir am besten das was ihr erwartet vom Spiel dann kann ich euch das am besten sagen ich selber war nicht gehypt ich finde es allerdings ein sehr gutes Spiel und man kann die sehr unterschiedlich bauen definitiv Grafik könnte besser sein Trigger wird der nächste Heimatfilm gedreht ja Kingdom Come Delivery Kingdom Come Delivery Ach egal ihr wisst was ich meine KCD Entschuldigung ich war die ganze letzte Woche krank deswegen haben wir noch ein bisschen Husten drin bei mir schau mal hier kann man schön sehen wie unterschiedlich man eine Siedlung bauen kann das ist ganz anders als bei Mörb ja das ist auch sogar schon wieder anders als ich meine erste Siedlung gebaut habe die ich zwölf Stunden gebaut habe hier drin habe ich nämlich einen großen Marktplatz eingespannt damit ich hier es ist zumindest die Theorie damit ich hier eine riesengroße Stadt drumrum bauen kann ob das hinterher aufgeht weiß ich nicht hoffe dass man im Lord Modus bald auch in allen Gebäuden herumlaufen kann doch besser wäre wenn man im Lord Modus auch irgendwann nochmal reiten könnte oder so das wäre auch noch was oder diplomatische Gespräche dann mit anderen KIs auf der Karte führen könnte wenn dann die KIs irgendwann mal dazu kommen und jetzt stelle ich mal vor Multiplayer auf einmal und dann in dem Multiplayer könnte man dann zu dem anderen Spieler reiten mit seiner kleinen Garde die einem auf einmal folgt und dann ist man in diesem Burgsaal da ah ne jetzt fange ich an zu träumen jetzt wollen wir erstmal gucken dass der Early Access über die Bühne läuft und äh und das Spiel dann auch gut wird gibt es keinen MP ne bislang gibt es keinen Multiplayer ne aber die Voraussetzungen sind eigentlich gegeben ich will auch ein Multiplayer das wäre schon cool und dann hier drin richtig schön also stellt euch einfach mal vor diese Karte 50% vergrößert vielleicht sogar doppelt so groß vier Spieler jeder in einer Himmelsrichtung und dann trifft man sich hier jeden Freitag trifft man sich macht ne schöne Runde hier drin und diplomatische Beziehungen in den anderen Burgen ahhh Mörd mach's gut und einen schönen Feierabend wünsche ich dir hau rein vielen Dank nochmal für den Raid Dankeschön mit Pflasterstein statt Beton ne hier wird jetzt alles einfach nur kaputt getreten und ihr seht ja hier guckt mal den Marktplatz wie jetzt hier die Fläche komplett den Grünton verloren hat finde ich halt einfach super äh warum warum Arbeitsbereich ist leer warum ist der Arbeitsbereich leer also wir geben denen jetzt mal hier wieder den Auftrag hä ok die haben da anscheinend nichts rausgeholt Parkplätze unterbaut hat die KI auch eine Stadt ne soll aber kommen ist doch schon in den Einstellungen am Anfang drin von Ranger mhm Reinstunivraldes vergiften ganz viel Spaß auf der Arbeit eine ruhige Schicht Joe mach's gut schön dass du da gewesen bist hau rein ähm wir sind jetzt wieder bei 76% positiv das heißt wir werden jetzt gleich wieder zwei Personen dazu bekommen deren sind wieder viele dabei äh aber wir verkaufen im Moment wirklich noch kein der Handel ist für mich manchmal noch so ein ein Hexenwerk da bin ich ehrlich mit euch also den Handel verstehe ich noch nicht immer exportieren verkaufen bis der gewünschte Überschuss erreicht ist das ist doch sehr häufig regnet ja vertut euch nicht wir sind schon im Jahr 4 also das hält sich noch ich finde das das kommt wahrscheinlich nur äh das kommt wahrscheinlich nur rüber weil es dadurch dann dunkler im Bild wird ne ich glaube damit hat das hoppala damit hat das was zu tun wenn das aber hier mit dem Handel richtig funktioniert dann kann man daraus ordentlich Geld machen also ich habe damit ein paar hundert in der Regionsvermögen hinterher gemacht in dem anderen Spielstand ihr müsst halt nur dann schauen dass es irgendwann einmal verkauft wird wir müssen einmal gucken Entschuldigung der regnet es auch häufiger vorhin habe ich einmal gesehen dass es gar nicht so ist dass der deutsche Niederschlag gar nicht dem englischen Niederschlag in so viel nachstehen ist natürlich immer die Frage was wir da rechnen im Norden von Deutschland regnet es ja auch häufiger will auch spielen kann ich mir vorstellen wir alle Wege kleine Pfützen haben und sich da drin sogar unser Lord zum Beispiel spiegelt Emsland nicht England achso so wir müssen halt warten dass hier einer hinkommt und das ist zum Beispiel der blaue Punkt hier oben das sind die Handelspunkte wie diese Handelspunkte hinterher sind da wird es hinten ist noch Work in Progress das wird noch ein bisschen etablierter aber über diese Handelspunkte könnt ihr euch jetzt schon mal grob merken was ist denn das da vorne ist das ein Alpaka von diesen Handelspunkten aus kommen auf jeden Fall dann die Händler auf die Karte zum Beispiel die Viehhändler und ähnliches und werden sich dann hier in eure Richtung bewegen so dann kommen sie hier lang dann wird dieser Wegwert von ihnen genommen dann gehen sie einmal hoppala oh nein ich hasse diesen wie die Kamera springt das ist das eine der nervigsten Sachen noch wie die Kamera vorwärts springt und dann werden sie sich auf jeden Fall hierhin begeben sagt es einer vorhin zumindest hat Copilius das gesagt und es wäre als Berater für das Spiel dabei Copilius ist Berater historischer Berater für das Spiel ich weiß nicht ob es in Franken spielt die Häuser sollen fränkischen Stil haben aber die Bewohner und Bewohnerinnen hier die sprechen also britisches Englisch der der feinsten Sorte aber auch weil es in London im Tonstudio aufgenommen worden ist aber wenn der Entwickler einen Synchronsprecher braucht hey ich mach hier auch so einen Bauern weil ich stand für eine Gülle an meinem Fuß geil ist der Regen bitte das hat schon was weil da sitzt Tobi einen wunderschönen guten Abend hallo wie schön und das ist immer noch die erste Reihe die wir hier aufbauen an Häusern aber ihr seht auch wie schnell die sich hier füllen können so Gemeinschaftsruf da können wir auch noch mal hinterher jemanden zupacken wir brauchen doch irgendjemanden hier achso jetzt weiß ich wieder das war bei den bei den Brettern die wir da benötigt haben hier ist der Händler gerade so der kommt jetzt angeritten wir beschleunigen mal kurz die Zeit schauen dir mal zu ist aber kein Franke ja aber Deutsch reden ich würde da ja Hochdeutsch dann nutzen in dem Moment weil wenn ihr dann auf einmal mit Dialekt anfängt der Marktplatz ist von Festivals inspiriert ja Wacken lässt grüßen der kommt jetzt an jetzt bin ich mal gespannt also einmal im Monat kommt unser kleiner Händler hier runter I'm from Nürnberg 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 ah Nürnberg jetzt verstehe ich oh guck mal dann sieht man wie schön ist das denn dann kommen die hier um die Ecke und dann sehen die das Feld wow einfach nur wow ok und dann lassen wir das Ganze nochmal weiter beschleunigen bis der dann auch hier hingekommen ist hinterher und jetzt gucken wir uns an wie das dann aussehen wird so wir sind jetzt gerade im Pausenmenü so er kommt an kommt hier ran bim bam guten Tag Herr Nasenmann jetzt hat er uns das weggekauft da ist es 22 Gold haben wir bekommen Regionsvermögen ist gesichert wunderbar sie haben erfolgreich das nächste Level freigeschaltet wow wie haben sie das nur gemacht einen wunderschönen guten Tag wünsche ich allen so und dann wollen wir jetzt hier nochmal sagen Gemüsegarten nochmal hinbauen nochmal Gemüsegarten hier hinbauen und wir haben noch 21 übrig damit werden wir dann auf der anderen Seite werden wir Eier wir brauchen Eier werden wir dann anpflanzen die sind übrigens ein passives Einkommen das heißt da wird einfach automatisch die ganze Zeit Eier mit generiert aber ihr seht wir brauchen große Gemüsefelder dann hier Gemüse das ist bei uns eher Mangelware Gemüsegarten Reichtum incoming Gallisch Ne Gellisch Handel wir können natürlich schauen ob wir noch was anderes handeln wollen dass wir uns hier Ärger einhandeln versteht er wir brauchen auf jeden Fall noch Brennstoff und Lebensmittel wir könnten eigentlich nochmal jemanden zur Brennholzhütte packen weil je mehr Hütten wir haben desto besser können wir das dann hinterher auch verkaufen zum Beispiel mit dem Brennholzstand ihr seht ja das dauert alles ein bisschen länger eigentlich sollte die Logistik das hier auch übernehmen dass das Lagerhaus da runter geht und das Ganze wobei wir packen erstmal hier ein wenn wir da Plus drauf drücken ohne dass jemand ohne dass eine Familie übrig ist wird die nächste Familie einfach dort zugewiesen ich nehme den mal hier raus den packe ich noch mit dorthin und dann seht ihr die Familie betreibt hier auch einen Marktstand eine schöne Sache die ich euch noch gar nicht gezeigt habe wenn ihr auf den Marktplatz in eurer Region drückt gibt es ja diese Angebot und Nachfrage in der Mitte wenn ihr da drüber geht bekommt ihr eine farbliche Anzeige dessen wie gut ihr alles bei euch in der Region wirklich versorgt bekommt mit Bekleidung mit Nahrungsvielfalt oder auch mit Brennstoff an sich so dass ihr dann hier ganz locker flockig darüber alles beurteilen könnt finde ich persönlich sehr schön muss ich sagen für eine kleine Übersicht zumindest eine kleine rudimentäre Bekleidungsstand ist jetzt hier auch noch fertig den haben wir auch nochmal aufgebaut und jetzt seht ihr wie der Markt immer größer wird dadurch dass wir hier viele verschiedene Wege hingebracht haben so die sind immer noch an der Aussaat ach du Scheibenkleister deswegen kann man hier auch so viele Familien zuweisen ihr seht ja das allgemeine Lager hier von uns schon so bei 1200 grüner Halke Moin und vielen lieben Dank für deinen 23. Monat auf Stufe 2 vielen lieben Dank dafür sehr sehr lieb von dir dankeschön so allgemeines Lager ist voll und zwar bei der Sägegur aber das ist das das ist ein Bug eigentlich könnte man sagen das allgemeine Lager das ist das Holzlager das ein von ein Baum stand jo dann das hier ist aber auch sehr gut gefüllt mittlerweile muss man sagen äh das heißt eigentlich ne wir lassen es mal so Thundercover grüß dich gibt es schon ein frühes Fazit zum Spiel äh sehr schön sehr schön macht mir Spaß als Aufbaufan äh bislang äh bislang eine echte Empfehlung von mir als Referenz Father's Frontier ist für mich eines der besten Aufbauspiele bislang gewesen vielleicht könnt ihr dann damit noch ein bisschen was zusätzlich anfangen mit der Meinung so hier werden wir auch einen Bereich draus machen und den werden wir dann hier hinbauen zack sehr schön und wir werden natürlich auch anfangen hier hinter wobei nee nee so nicht ja wir gehen einfach hier ich will eigentlich wollte ich es nicht gerade machen aber dann gehen wir eher hier hinten nochmal rum damit wir da schon mal den Rest von unserem Dorf plagen können so okay dann können wir nämlich hier noch ein paar Häuser hinsetzen dracko dracko da wie lange wie lange wie lange die wie lange die dafür brauchen oder mit Gunst des Königs Gunst des Königs gibt es momentan noch nicht im Spiel deswegen dauert das halt ein bisschen länger ja okay so eine Schule gibt es nicht ne Schule nicht Bildung Bildung ist ketzerisch das braucht man nicht eine Sekunde mal eben noch mal eben was nachsehen in der Zeit vielleicht sofort wieder ready dann kann ich euch langsam an eurem Rohrläppchen knabbern wenn man so möchte hoppala heidewitzke Herr Kapitän so okay ich komme vom Essen und das erste das ich lese ist schiefes Regal ich weiß hier bin ich richtig wie viel Einfluss haben wir schon 250 das wird hier oben angezeigt die anderen beiden Sachen könnt ihr vergessen die ehrliche königliche Steuer oder auch Gunst des Königs das sind ebenfalls Sachen die brauchen wir nicht unbedingt das nächste was wir uns jetzt holen werden ist wenn wir einmal in den Burgplaner reingehen werden wir als nächstes ein Steueramt bauen das Steueramt das setzen wir uns hoppala die können wir entweder direkt einmal mit der Mauer verbinden das wollen wir jetzt hier in dem Fall aber nicht sondern wir werden die versuchen hiermit zu verbinden aber das ist ein bisschen bisschen buggy buggy äh lakawoni wenn man so möchte Wadadina Banda Fudu setzen wir mal hier hin so okay ähm den Garnisonsturm könnten wir dann hier hinten reinpacken wenn wir wollen weil da lassen wir uns auch noch ein bisschen Zeit würde ich fast schon sagen und Mauern die Außentürme die Außentürme die würden wir dann hoppala können wir die auswählen die können wir dann hier hinsetzen die greifen dann einfach diejenigen an die uns angreifen wollen Zulzul Sims ja klar dass das Finanzabit reinprogrammiert wurde ist kein deutscher Entwickler ne möchte ich nur mal an der Stelle angemerkt haben 36 Holzbretter brauchen wir also wird langsam eng auf dem Gelände ist aber wir brauchen aber nicht mehr so viel mehr Gebäude deswegen ist das eigentlich ein relativ gutes relativ gut dass wir das nur so haben wir werden das jetzt hier auf 36 stellen weil das ist die Anzahl an Holz die wir benötigen dafür wir haben jetzt übrigens 21 Regionsvermögen immer noch übrig wir gucken nochmal ob wir irgendwo was anderes freischalten können als Handelsroute leider noch nicht du benötigst einen repräsentativen Garten oder wir lassen die Bäume dazwischen ein repräsentativer Garten wir werden dort einfach ein paar Gesandte anbauen warum nicht warum nicht jetzt gleich sollten wieder zwei zwei Leute dazukommen wir müssen jetzt mal schauen also wenn die jetzt hier so lange brauchen um das hier alles zu sehen dann werden wir auf jeden Fall das ganze Feld nicht besamen können das heißt wir müssen hier auf jeden Fall auch nochmal mehr Familien zuweisen erste Familie werden wir also auf jeden Fall zum Bauernhaus dazu packen so das heißt wir wollen das jetzt hier auch nochmal erhöhen wohl muss man aber auch Steuern bezahlen in Italien glaube ich eher weniger deswegen haben sie ja dort die wie heißt das denn nochmal auf jeden Fall haben sie dort ein bewaffnetes Finanzamt ihr beschwert euch immer über das Finanzamt in Deutschland in Italien hat das Finanzamt eine Armee ich will es nur angemerkt haben ja mit Einsatzkräften die euer Haus stürmen oder euch totschießen Mafia nee nee das Finanzamt in Italien hat wirklich eine eigene Polizei ne tuschieß wie ist die Performance vom Spiel Guardia die Finanz ja genau ähm die Performance also ich habe keine Probleme aber ich habe halt auch wirklich den Monsterrechner von Case King hat die hiesige auch die nennt sich Zoll ja aber die gehört die Guardia die Finanz gehört halt dem Finanzamt und nicht dem Zoll das sind Motivatoren muss ich am wenigsten keine Steuern zahlen die bilden sich damit nicht selbst aus Siri direkt hier angehören haben die beschlagnahmen Jachten von Mafiabossen und sowas genau die haben eine richtige Armee das ist schon cool jetzt hat Siri die sich aktiviert ich glaube die werden mich bald finden wie definierst du Monsterrechner äh Risen 9 Risen 9 äh 490er ist da drin ich glaube 64 Gigabyte Arbeitsspeicher äh ja solche solche Sachen also die ist halt der ist halt wirklich komplett monströs aufgerüstet das ist ungerechnet ist das ungefähr 6000 Euro Rechner Lucky Shot vielen lieben Dank dass du da warst und ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht ich hoffe dir hat es Spaß gemacht heute 490 habe ich ich bin halt ein bisschen zurückgereist in der Zeit ja man muss auch mal ein bisschen hier ist immer noch der Ranger Alfred da drin also ich komme mit dem Bot nicht klar ich lösche Sachen raus und dann ist er auf einmal immer noch da und Mäusehuter was verbiegt sich denn bei den Gesetzen leider noch nicht viel die Gesetze sind im Moment noch ein bisschen Platzhalter mäßig es gibt im Moment nur zwei Gesetze und die haben immer einen Vor- und Nachteil in dem Fall zum Beispiel doppelt so schnelle Fortpflanzung bei den Tieren aber 50% weniger Feldfrüchteertrag oder strenges Fasten weniger Nahrungsverbrauch aber dafür auch geringere Zufriedenheit hier hinterher und die anderen sind eher Platzhalter jetzt gerade eben das heißt da kann man noch gar nicht so viel machen leider Gottes aber bislang ist die Performance super ich habe noch keinerlei Probleme damit gehabt ich hatte auch bislang noch keinen Absturz ich habe aber gehört es soll zu abstürzen führen wenn man Waffenlieferungen ausschaltet ob da was dran ist konnte ich bislang noch nicht verifizieren das habe ich da habe ich mir oder konnte ich noch nicht anschauen so okay dann werden wir jetzt hier in dem Fall werden wir jetzt ein paar Hühner hier in den Park sehr schön dreimal täglich mit dem Ölkännchen der Stromzähler nee also ich bezahle nicht sonderlich viel Strom also nicht mehr als sonst sagen wir mal so Hamster wir brauchen Hamster Stati Hamster was machst du hier ist das Spionage wie sieht es aktuell mit MP aus leider noch nicht leider noch nicht aber die Möglichkeiten dafür bestünden rein theoretisch Stromflatrate genau die haben mir einen Freundschaftspreis gemacht 3 Euro pro Kilowattstunde das in der Presseversion ein Bug sein soll das langweise ich nur von dem mit der mit der Waffenlieferung und es gibt manch es gab einmal den Bug dass ich meine die Individualisierung meiner Armee nicht die Farben genauer anpassen konnte das gab es auch spiele ein Förster ja hier drüben das ist das Forsthaus das ist das Forsthaus den Bug hat er doch schon behoben welchen Bug genau meint ihr sonst weiß ich gerade nicht welchen Bug ihr hier genau meint meint ihr einfach den Bug Kingham Palace wie der Map Reroll Ecke ich wollte gerade sagen hat der wirklich Map Reroll gemacht aber geht ja gar nicht mir gefällt das Spiel ja mir gefällt das Spiel also ich kann auch viel schwer mir drüber ich kann auch viel Positives darüber sagen ich verfalle jetzt hier nicht in Liebesschmüre aber das was positiv ist muss ich auch positiv hervorheben auf jeden Fall das sei hier definitiv gesagt Pilot Dankeschön für dein Follow sehr lieb von dir Ranger muss übrigens noch circa 40 Dorfbewohner benennen ja ich glaube das wird also ich komme ich glaube ein Bug bei einem Totengräber Steine gemopst hat und man deswegen Gebäude nicht aufwerten konnte das soll auch noch in der Presseversion sein achso ja absolut deswegen baue ich den Leichengräber nämlich nicht sonst hätte ich schon eine Leichengrube gebaut die Leichengrube die kann manchmal dazu führen dass der einfach Steine klaut warum auch immer meine nur begrenzten Steine Vorrat deswegen habe ich noch keine Leichengrube gebaut erst wenn wir die wirklich benötigen weil du warst der skeptische Teil die Skepsis hat sich aber echt bewahrheitet also ich muss sagen das Spiel so wie es jetzt hier draußen ist ist eine wirklich gute Version Christian Reuter Dankeschön für deinen Sub im 23. Monat ist eine wirklich sehr gute Version hält genau das ein was ich mir davon versprochen habe realistisches aufbauen die Gameplay Mechaniken komplett durch durchdenken und ähnliches ich denke das hier ist auf jeden Fall eine Demo sag ich schon Early Access mit dem man viele Stunden verbringen kann mit dem man auch ordentlich aufbauen kann bei dem man so seine 40-50 Stunden investieren kann es hat noch keinen unendlichen Wiederspielwert auch das muss ich natürlich nochmal dazu erwähnen weil natürlich auch die Mittel ein bisschen begrenzt sind es fällt aber nicht so auf weil der Aufbau langsamer ist des Spiels ja also wenn wir zum Beispiel jetzt darüber reden dass Gesetze noch nicht integriert sind dass noch nicht alle Gebäude zum Beispiel drin sind soweit ich sehen kann dass bestimmte Mechaniken noch füllen das ist natürlich auch ein Brüst das ist ja auch ein Early Access dass dann noch ein bisschen gefüllt werden muss aber wenn man das hier alles in Anbetracht dessen sieht dann ist es meiner Meinung nach ein gutes Spiel ja dann ist es meiner Meinung nach ein gutes Spiel aber Hamster du weißt doch ich bin ja auch ein bisschen älter und lebenserfahrener als Ecke das heißt ich hab nicht mehr diese jugendlichen euphorischen Sprünge in mir selber drin bei denen ich sage das Spiel hier hat mein Leben verändert wird es dem Hype gerecht? die Frage kann ich nie beantworten die Frage kann ich nie beantworten weil der Hype ist individuell ich ist also unter 21 kann sich manche eine Scheibe abschneiden ja so schön gesagt also bei wenn ihr wissen wollt ob es dem Hype gerecht wird dann sagt am besten was für euch den Hype ausgemacht hat dann kann ich da besser darauf antworten intellektuell zwar etwas begrenzt aber ich mag dich trotzdem erinnere mich an meine Ex-Freunde wow okay das habe ich nicht gesagt warum wir als nächstes Verbesserungen ziehen ich würde erstmal gerne diese Seite hier komplett mit Hühnern vollklopfen weil ein einziger Hühnerstall reicht leider noch nicht aus das ist ein ganz ganz kleines passives Einkommen ihr seht ja hier anhand der Anzahl die wir haben 68 Leute da reichen selbst die 5 4 Gemüsegärten noch gar nicht aus Alex Dankeschön für deinen Sub im vierten Monat so ich weiß auf jeden Fall Männerlords hat dem Entwickler Jainter sehr viel Unterstützung gegeben sehr viel Hilfe angeboten und auch vor allem die Zeit gelassen die sie dann brauchen sodass er dann sich über die Finanzierung kein Problem kein Gesang machen musste das habe ich ich habe ja ein gutes Verhältnis mit Hooded Horse mit den Leuten dort weil ich die auch sehr sympathisch finde und ja das kann ich auf jeden Fall sagen Hooded Horse ist für mich ein Publisher der im Moment sehr viel richtig macht von dem auch einige Publisher momentan einfach lernen können ich hoffe dass sie niemals eine Aktiengesellschaft werden ich wünsche ihnen allen Erfolg den sie haben möchten aber ich hoffe dass sie keine Aktiengesellschaft werden weil man kann auch sehr erfolgreich sein ohne Aktiengesellschaft die Erweiterungen sind nur für die Familien selber die werden auch insgesamt rausgehauen also du kannst dann dafür auch Gemüse anbieten auf dem Marktplatz die Problematik ist halt wir bekommen ja nur Obst und Gemüse darüber sonst könnten die kein Obst und Gemüse anbauen die anderen für mich hat der ausgemacht ein realistisches Aufbau im Mittelalter mit einer dynamischen Gestaltung wie bei Foundation einem funktionierenden Bedrohungslevel Kampfsystem würde ich zustimmen alles würde ich sagen jo passt Bedrohungslevel sehe ich im Moment hier noch ein bisschen weniger das kann man sich aber auch erhöhen aber Bedrohung und Herausforderung ist für mich noch nicht die Priorität hier drin es kann ein bisschen knackig sein wenn man Zartcore am Anfang startet aber ich glaube auch dort wenn man einen bestimmten Punkt überschritten hat ist die Herausforderung erstmal klein aber ansonsten ist es soweit Bestätigung ich glaube statistisch betrachtet ist das Spiel das meisten eben verändert hat russisch okay ja möglicherweise der Aktien Hooded Horse ist glaube ich noch keine Aktiengesellschaft nee ich glaube es ich weiß nicht zu 100% der Lego Moin es wird noch heute ein Spiel geben so okay dann wollen wir mal weiterschauen also hier soll jetzt erstmal alles wachsen hier seht ihr übrigens auch gerade wo man sich drin befindet also flügen dann einmal sehen dann einmal wachsen lassen und auch dann hinterher harvest die Ernte die können wir dann nochmal genauer angucken ich bin mal gespannt ob man das hier dann auf dem Feld auch sieht das kann ich euch jetzt noch gar nicht sagen ich selber konnte nämlich bislang die Landwirtschaft auch nur bedingt ausprobieren ihr habt es ja gesehen die anderen Territorien hier sind ja nicht so landwirtschaftlich gut außer das hier und das hier das heißt das ist auch das erste Mal für mich dass ich dass ich richtig Landwirtschaft hier nutzen kann ich bin sehr gespannt ich bin sehr sehr gespannt da drauf und was wir jetzt noch machen werden ist weitere Häuser zu bauen ihr seht wir haben 22 Wohnraum aber 21 Familien also nutzen und wir haben über 75% Zufriedenheit das wird also auch auf jeden Fall nochmal kommen wir werden also uns hier drüben hin bauen dorthin dann gehen wir einmal nach hier oben und dann wollen wir einmal nochmal hier hingehen und ihr seht wie schön sich das ganze Zeug hier anschmiegt einfach wunderschön wunderherrlich drei Gebäude wollen die jetzt hier bauen eins mit Verbesserung eins ohne Verbesserung eins mit Verbesserung machen wir zack bauen wir hier hin und dann setzen wir uns hier immer mehr ein Dorf rein jetzt sind natürlich die Gebäume dadurch weg die Gebäume die Bäume dadurch weg aber ist ja auch nicht so schlimm so Bedürfnisse nicht erfüllt ja mein Gott eine Taverne kommt später aber mit dem Lebensmittel sinkt die Zufriedenheit das mit den Lebensmitteln ist echt ein Problemchen oh Gott hallo Anadikus ich habe noch keine 22 Uhr ähm nichtsdestotrotz der äh oh wir haben die 36 Bretter wisst ihr was das bedeutet Tool Time naja äh ne Burgplaner zu öffnen und das hier zu kometen das können wir dann hier alles schön aufbauen so jetzt haben wir nämlich hier den Bau angegeben und das wird jetzt die höchste Priorität hier bei uns werden hoppala Entschuldigung halb hin oder her ich finde es supi dass in meinem Lieblingsgenre immer wieder was Tolles kommt und man beachte auch dass Command & Conquer momentan bei Steam echt gut läuft ich bin ja der Meinung dass Command & Conquer jetzt auch wahrscheinlich nochmal released oder einen neuen Frühling erleben wird weil Tempest Rising so gut angekommen ist und die EA jetzt so ein bisschen nochmal gucken möchte ist der Hype noch da und dann hauen sie nochmal ein Command & Conquer raus wahrscheinlich Free to Play ähm mit kosmetischen Details die sich dazugekauft werden können mit absolutem Fokus auf Multiplayer ein Call wann kommt das Game nochmal raus 26. April ist der Release des Spiels 26. April zum Release kann ich euch dann Games Planet Gutschein anbieten ähm beziehungsweise sobald der Preis feststeht der Preis steht ja noch nicht fest aber äh ja genau ihr werdet dann äh was bekommen so und darüber kümmern wir uns dann auf jeden Fall ihr seht jetzt hier Verwaltungsgebäude nicht genügend Verwaltungsgebäude minus 10 denn wenn wir nämlich umbauen äh dann wird nämlich das Gebäude hier ein bisschen deaktiviert da sieht man es auch noch Mobile bei C&C es gibt ja schon drei Mobile Spiele 70 Euro pro Mikro Translation bei EA ja gut das könnte natürlich auch sein was man sich vorbestellen kann ich darf jetzt jetzt lesen hallo bin richtig hyped auf das Game ich würde mittlerweile würde ich auch sagen nachdem ich es jetzt hier so lange spielen konnte bislang würde ich auch sagen könnt ihr auch sein also ich glaube ich würde eine vorsichtige Entwarnung geben ähm bei den Bedenken gegenüber des Hypes ich würde sagen die Leute die gehypt sind auf das Spiel werden im Großteil äh wahrscheinlich auch ihre Erfüllung hier drin bekommen ich meine ihr seht es ja hier ne ihr seht es ja hier Ochsenmarkt und die Ochsenknecht heißen die dann alle die den Ochsen führen äh hier Ochsenknecht Uwe gibt es noch was für das Endgame Endgame ist im Moment noch ein bisschen wenig da da braucht noch ein bisschen was hat das eigentlich für eine Engine die Unreal Engine 4 sollte es sein die Unreal Engine 4 sollte es sein ich habe hier noch einen Kaffee stehen ich weiß nicht ob ich den noch probieren möchte um ehrlich zu sein also es war ja sowieso ein Eiskaffee das ist ja jetzt nicht das Schlimme aber ja geht noch geht noch dadurch dass es ein Eiskaffee war das soll ja schon schief gehen Eiskaffee ist warm geworden ne ist noch ist noch einigermaßen drin der steht ja auch erst seit fast 6 Stunden da ne seit 6 Stunden steht er da ok ist ja nicht anders als auf der Arbeit früher da habe ich auch 6 Stunden Kaffee neben mir stehen gehabt und dachte mir oh Gott Gott sei Dank das Game noch nie gesehen was macht man denn da kurz du kannst das kurz erklären du baust ein Dorf auf im Mittelalter ich würde sagen so im 14. Jahrhundert als Laie das sich ein bisschen realistischer anmutet du baust hier drin musst du die Bedürfnisse erfüllen die Leute müssen am Marktplatz einkaufen du kannst hier drin Gebäude einzeichnen in denen die sich selber ihre Gebäude aufbauen und dann musst du dieses Dorf managen mit Geld mit Ressourcen mit Wachen dass du für Sicherheit sorgst und kannst dir dann darüber dein eigenes kleines Dorf deine eigene kleine mittelalterliche Stadt aufbauen und die dann als als Lord quasi beherrschen ja das ganze ist ein Aufbaustrategiespiel genau dann ein Schmelzkaffee der Skeletor grüß dich ja es ist jetzt ein Schmelzkaffee Schmalzkaffee mh leckerchen ok woher haben die Leute das Geld zum Einkaufen das ist durch den Regionsvermögen also ich weiß nicht wodurch die das Geld haben ganz ehrlich vielleicht mal die Tauschgeschäfte hast du schon mal eine Kampfsituation ja der Kampf ist meiner Meinung nach sehr cool Slywolf danke für dein Follow ein schönes Stück Butter im Kaffee boah boah Kaffee bekommen in die Katzen auskacken naja von dem habe ich auch mal gehört ja warum ist das Feld so hässlich hallo das ist nicht hässlich das soll jetzt gleich sollte da eigentlich was drauf wachsen das dauert halt nur alles länger das Spiel ist auf jeden Fall langsam und gemächlich ähm das müsst ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten die Erntezeit hat begonnen was sollen wir denn hier ernten Multiplayer gibt es nicht aber kann sein dass es natürlich irgendwann nachgereicht wird was sollen wir denn jetzt hier ernten also angeblich erntet der jetzt hier was wir sind noch nicht ganz fertig mit dem ja das müssen wir nochmal ändern also da müssen wir ein bisschen schneller werden da müssen wir nochmal eine neue Familie zuweisen haben wir ja Gott sei Dank schon da ist der erste Spielfehler ich weiß nicht ob das ein Spielfehler wirklich ist oder ob das ist weil wir halt erst 35% des Wachstums hinter uns gebracht haben ne und das Feld ist unwesentlich zu groß wir müssen mehr Familien dort einsetzen mehr Familien die hier arbeiten eine Familie ist halt wirklich zu wenig greife ich für das Feld komm im nächsten Update wäre ja auch nicht so schlimm Beeren haben wir auf jeden Fall auch noch wir haben den das hier alles gesetzt sehr gut und jetzt müssen wir nur nochmal kurz schauen hier oben das passt alles ja wie sieht es jetzt hier aus ich soll nicht wissen wann die richtig ernten sollen ja das ist natürlich auch eine Sache so wir lassen das jetzt hier mal oben mit den Brettern also wir lassen die jetzt noch ein paar mehr Bretter hier hinbekommen so dass wir uns dann mal das Dorf oder beziehungsweise den Bergfried insgesamt anschauen können wenn wir den jetzt hier zusammenbauen können das mit dem Daumen nach unten oben einfach ignorieren das ist immer wenn eine Nahrung angekommen ist Kinder zum Abendessen gibt es heute Dreck ja aber dafür mit sehr guten Mineralien und Nährstoffen da drin ja die Pflanzen essen das ja auch und jetzt baut sich drumherum so eine kleine Festung so ein kleines Zäunchen ein kleiner Bitterballen mit Senf der sich hier rumrum aufbaut rumrum lecker rumrum in den Kaffee bitte ich glaube das wussten die damals besser als jeder von uns trotz Abi das kann ich auf jeden Fall sagen ich habe Abi und ich habe überhaupt gar keinen Plan von Landwirtschaft wenn mich jetzt einer sagen würde hier pflanzen wir was an dann würde ich Bauklötzchen staunen und mir denken aber ich komme aus dem Ruhrgebiet hier gibt es keine Landwirtschaft doch gibt es auch aber für mich nicht erst mal den Lappenzaun weiß anmalen genau und dann da vorne noch ein Gartenzberg drauf bauen und sagen das hier ist mein Gebiet Uli wohnt hier mit dem Dreck können sich die Kinder zumindest mal satt essen Entwickler wollen ja auch Familien einführen also mit Stammbau und so oder Vanitenlager aber er meinte er sprenge den Rahmen ja ich glaube ein Stammbaum pro Familie würde es wirklich den Rahmen einigermaßen sprengen vor allem ist halt die Frage wie viel Zeit verbringt man wie viele Jahre verbringt man im Durchschnitt hier wir sind jetzt im Jahr vier müssen wir mal gucken so hier baut sich jetzt gerade alles auf ich lasse das jetzt mal beschleunigt wir werden jetzt gleich auch mal wenn wir eine Schmiede endlich mal bauen konnten das würde noch lang genug dauern wir kommen einfach nicht an eine Schmiede ran das kannst du dir nicht ausdenken Ranger kann nur Kohle an und abbauen so wir haben jetzt das Steueramt äh das Steueramt doch das Steueramt Steueramt heißt es ja haben wir jetzt gebaut jetzt gibt es eine neue Funktion die ihr freischaltet wenn ihr auf das Herrenhaus drauf klickt das sieht aber echt schön aus muss man sagen oder wir haben natürlich keine keinen Blick auf unsere Siedlung da unten aber das sieht schon schön aus schön dicht beieinander auf jeden Fall wenn ihr jetzt hier drauf klickt und dort dann den Reiter Steuern seht könnt ihr jetzt drauf klicken in Steuern der Reiter ihr macht nämlich ein paar besondere Sachen und zwar gibt es hier drin einmal die Grundsteuer die Grundsteuer lässt euch einen prozentualen Ansatz dessen was euer Dorf an Regionsvermögen erwirtschaftet umsetzen also als Beispiel euer Dorf macht im Monat 10 Regionsvermögen und ihr stellt hier 20 ein bekommt ihr 8 äh 2 in die Schatzkammer rein und 8 bekommen die ins Regionsvermögen so funktioniert die Prozentrechnung wunderbar Ranger je höher ihr allerdings geht mit der Grundsteuer desto unzufriedener werden eure Leute es gibt aber auch den Zehnt den Zehnt an die Kirche könnt ihr jetzt zum Beispiel auch festlegen das bedeutet überschüssige Nahrung wird im Gegenzug zu Einfluss verwandelt ihr gebt also den Zehnt Nahrung an die Kirche und bekommt dafür prozentual dann Einfluss mit dem ihr eine neue Region zusammenpacken könnt also das ist die Steuer die jetzt hier im Moment ermöglicht wird den Rest Handelssteuer Söldnersteuer und so habe ich noch nicht gesehen Söldnersteuer vielleicht wenn man Söldner holt habe ich noch nicht gemacht dann könnt ihr hier euch ein bisschen ausrüsten insgesamt so Arbeitsbereich ist leer das kann ich mir vorstellen dass der Arbeitsbereich leer ist kaum noch Leute die jetzt hier arbeiten das heißt wir nehmen die beiden mal weg die können jetzt irgendwas anderes in der Zeit machen denn von mir aus kann hier nur eine vierte Familie hin hat man Befestigung hat man Befestigung oder Verteidigungsanlagen nee du hast immer deine Armee dann dafür warum hat der Zehnt ein anderes Icon als der Einfluss warum der Zehnt ein anderes weil er Zehnt für die Kirche ist dadurch dann Einfluss generiert weil jedes zehnte Teil an die Kirche ging ja dann geht es von neunten auf den elften den Witz habe ich schon mal gemacht in Songs of Conquest so also hier will ich meine Schmiede das bleibt auch dabei hier will ich meine Schmiede reinpacken erst wenn das geht dann bin ich zufrieden dafür müssen wir die Bedürfnisse hier erfüllen ich lasse das noch mal kurz ein bisschen beschleunigen weil eigentlich sollten die hoffentlich jetzt gleich mal wieso kann man den Zehnt ändern der sollte festgelegt sein das weiß ich nicht vielleicht ist das einfach nur eine Gameplay Mechanik ist ja auch also der Entwickler hat ja noch mal betont Gameplay geht hinterher auch vor Authentizität in bestimmten Bereichen das ist auch noch mal so ein Punkt der sich hier durchdefiniert hat mehr Hühner ja dafür haben wir allerdings kein Geld momentan wir brauchen nur Brennstoff und wir brauchen noch eine weitere Sache die wir dann hinterher hier verkaufen können wir müssen mal schauen fangen die schon an hier drin was herzustellen wir haben auf jeden Fall 47 Mehl das heißt wir können jetzt hier anfangen Familien ein bisschen was Brot backen zu lassen so dann müssen wir noch mal insgesamt hier gucken was arbeiten die denn das sind die Bauern oh Gott okay okay gut wir werden jetzt wir werden jetzt auf jeden Fall in der Gemeinschaftsbäckerei ein bisschen Brot herstellen weil wir haben nämlich 58 Mehl das können wir nutzen um dann daraus wenigstens ein bisschen Brot herzustellen wir sind jetzt gerade bei 80 Zufriedenheit hier bauen wir gerade weitere Gebäude ihr seht wir sind 22 von 22 wir haben also gerade quasi unser Popcap auch wenn wir neue Bevölkerung dazu bekommen können und wir bauen uns jetzt hier aber auch die Gebäude dann fertig wobei das dauert jetzt ein kleines bisschen das kann jetzt ein bisschen länger dauern aber jetzt merkt ihr das ist jetzt so der Bereich da verlieren wir langsam die Übersicht wo sind jetzt welche Familien und was machen die jetzt genau dass man dann sagen könnte okay hier können wir zum Beispiel welche wegziehen ihr müsst euch das also im Hinterkopf merken Entschuldigung ihr müsst euch also im Hinterkopf merken wie lange könnte das noch wo dran dauern so den holen wir einmal Mr. Anonym Dankeschön für dein Follower sehr sehr lieb das heißt noch 17 Follower und wir haben 14.000 Follower geknackt Leute noch 17 Follower und wir haben 14.000 Follower auf diesem Kanal geknackt das ist krass das ist richtig krass Sanahani Dankeschön für deinen Follower sehr sehr lieb von dir danke so Gemeinschaftsofen dann haben wir da hinterher unser Brot minus ein Brot das passiert manchmal auch ich glaube das ist auch 16 ja ich glaube Moinsen grüß dich ich glaube das ist auch ein Bug hier in dem Spiel man kann manchmal Minusnahrung bekommen und ich bin ganz ehrlich ich weiß nicht was minus 2 Brot bedeutet ich habe keine Ahnung was das ist also ich Minusnahrung ergibt für mich gar keinen Sinn wurde eigentlich schon mal jemand aus dem Chat gebannt ja klar ja klar aber wenige ich sag mal eine Handvoll Leute wurde aus dem Chat gebannt vielleicht zwei Handvoll die sind bestellt und müssen noch gebacken werden ja das wäre vielleicht was stimmt jetzt wo du es sagst vielleicht ist es die Nahrung die gefordert wird verbrannte Leibe aber dann ist sie ja nicht Minus bedeutet Weight Watchers sind im Dorf ah Kalorien gezählt das kann ich dir nicht mehr sagen Raby das Skalator danke für dein Follow achso das negative Nahrung ein Bedarf nee Bedarf gibt es eigentlich nicht der hier drin angemeldet wird Liquid Snake grüß dich weißt du ob das Game rein für den Rechner erscheint oder ob er Entwickler irgendwann vielleicht auch auf die Konsole erweitern will das kommt auf den Publisher an ich denke aber jetzt der Early Access Release wird halt rein Konsole sein äh PC sein bei Full Release könnte das noch mal was anderes werden wie beispielsweise Against the Storm ist glaube ich auch für die Konsolen rausgekommen Poseidus das hat schon was zu bedeuten wir wollen das hier also es hat eigentlich keinen bestimmten Grund warum ich das hier entpacken möchte ich will einfach dass es schön aussieht das ist der einzige Grund wir könnten überall anders hätten wir nämlich schon das hier upgraden können und hätten da schon dann das Lager hinbauen können aber ich will das nicht ich will dass das hier drin ist ich will dass das hier die Schmiede wird weil ich das einfach schön für die Schmiede finde das ist so ein bisschen der Hintergrund dazu und hier seht ihr übrigens auch welche Kriegsausrüstung mit da drin ist so ich hoffe dass sie jetzt gleich sich einfach mal was nehmen immer diese Schönbauer ist so ne ist so die sind absolut nervig die Schönbauer man muss ja auf Min Max gehen damit sich das auch endlich mal lohnt hier verdammt nochmal vor allem warum worauf warten die denn jetzt gerade jetzt lasst es doch mal gut sein Mensch Kinas 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 ok so wir lassen das mal schleunige nochmal ein bisschen damit das hoffentlich nochmal fertig wird neue Söldnerkompanie verfügbar die brauchen wir nicht ich meine wir haben sowieso gar kein Geld dafür eine neue Familie ist eingezogen sehr schön das passt ja auch schon mal super hier hinten zum Beispiel da könnten wir nämlich auch nochmal was reinbauen aber ich glaube da sind doch da sind auch ein paar Personen da sind sogar die Händler die wohnen sogar direkt daneben die haben gar nichts ähm ich hoffe dass die jetzt bitte komm schon Lawman mach's gut und schön dass er da gewesen ist Alfred hat schon wieder Hunger Alfred hat immer Hunger das gehört dazu ähm weil dann haben wir nämlich hier auch eine schöne Position da sieht das mit der Schmiede auch gut aus weil das Gebäude ändert sich nämlich einmal komplett wenn wir nämlich hier drin eine Schmiede da draus machen Celine einen wunderschönen guten Tag hallo das ändert sich dann komplett und ich bin sehr froh wenn sich das hier einmal komplett ändert dafür müssen wir allerdings dann diesen anderen diesen andere äh Ressource hier hinbekommen und dafür müssen wir halt das eine Brot oder das die zwei Eier bekommen ich glaube Eier sind ein bisschen besser in der Produktion als die als das Gemüse weil es halt wirklich permanenten passiven Einkommen äh gibt unabhängig davon äh wie viel Entschuldigung wie viel eigentlich drumrum ist so wie viel Mehl haben wir Mehl haben wir 62 das ist hier noch alles drin hier haben wir nichts mehr drin gelagert und wir haben bei dem Gemeinschaftsofen da können wir jetzt eigentlich auch nochmal jemanden hinsetzen ja mach mal los kümmere dich da drum two Dinge sage ich mal dazu und wir setzen hier oben nochmal jemanden rein sehr schön Arbeitsbereich ist leer ja ja verstehe ich jetzt können wir euch eigentlich wobei euch brauche ich nicht daraus packen da können wir nochmal einen Kräutergarten hinterher dazu packen Soxulisara Summit Kingdom auch nochmal ja aber wahrscheinlich erst in äh ähm wahrscheinlich erst in zwei Wochen oder drei Wochen oder so weil vorher ist leider keine Zeit im Programm oh haben wir es ja es ist da es ist da eine wunderbare Sache sehr schön direkt einmal upgraden dann ist das nämlich fest dann können wir nämlich jetzt hier eine Schmiede reinsetzen für die Schmiede brauchen wir fünf Regionsvermögen die fünf Regionsvermögen haben wir ähm ihr könntet übrigens auch die Verbesserungen können hinterher auch geändert werden also die Möglichkeit besteht auch ob ihr das jetzt wollt oder nicht das ist jetzt eine andere Sache aber ihr könnt auch immer wieder die Verbesserungen in den jeweiligen Gebäuden dann ändern ihr müsst übrigens aufpassen manche Verbesserungen eurer Region manche Verbesserungen im Territorium führen dazu dass alle eure Menschen in diesem Territorium Handwerker werden und dann könnt ihr die nicht mehr zu anderen Aufgaben zuweisen weil Handwerker halt nicht zum Beispiel äh no euer Feld flügen können euer Feld beackern wir können auch hier noch mal jemanden hinsetzen das machen wir später das machen wir später brauchen wir jetzt muss man andere Regionen immer militärisch angliedern nö die kannst du auch einfach mit dem Einfluss hier oben holen dafür brauchst du halt tausend Einfluss das dauert also ein bisschen also Zeit vergehen lassen musst du da schon in dem Fall das ist eher sowas was du im Late Game machst weil jede Region jedes Territorium was du dir neu dazu holst ist quasi auch nochmal ein neues Dorf was du wieder von Grund auf aufbaust also es hat ein bisschen was von Against the Storm wenn man so möchte auch von No Dead Horse bei dem man sich dann immer wieder ein neues Feld aufbauen wird und jetzt hoffe ich mal dass das hier mit der höchsten Priorität jetzt gleich behandelt wird wobei wir halt auch keine andere Sache gerade eben bauen niedere Arbeiten soll der gemeine Pöbel verrichten ja gut das stimmt natürlich auch und jetzt fängt es hier schon mal an zu schneien so ein Sekündchen meine allerwertesten Damen und Herren muss ich mal eben kurz jetzt so so lange wie ich hier am Stream bin muss ich auch mal kurz auf mein Handy schauen vielleicht ob die ob die ne ob die Familie noch überhaupt anwesend ist die Familie hier noch äh noch lebt hoppala Entschuldigung Entschuldigung ne das war's nicht so okay so ähm weiter geht's weiter geht's also wir haben jetzt das hier gebaut ihr seht's ne da haben wir uns jetzt hier ordentlich mal was äh hingesetzt jetzt werden wir hier anfangen eine Schmiede reinzusetzen die Schmiede kostet uns 5 Holz die haben wir zur Verfügung und 5 Wealth und die brauchen wir auf jeden Fall auch die setzen wir uns dorthin und dann werden wir anfangen Schwere äh Spere Spere zu bauen stand gerade Lager voll allgemein ist Lager voll das ist hier oben die Segelgrube weil hier einfach das allgemeine Lager ist ein Baumstamm und dann ist das automatisch voll das ist das ist ein kleines bisschen problematisch dann hier äh irgendwo wurde jetzt gerade unser wo wurde denn die Familie jetzt eingesetzt man baut erst das Haus und entscheidet dann wofür es sein soll zu viel Dynamisch ab genau genau Schwere Spere Schwere Spere Schwere Spere und ähm sobald dann das Haus umgewandelt wurde ist das auch kein Wohnhaus mehr dann ist das ne Schmiede also dann ist das nicht mehr Hofstätte sondern wirklich ne Schmiede ihr seht's ja jetzt schon hier drüber dann ist jetzt gerade ne Schmiede geworden also einmal raus wir beschleunigen das Ganze nochmal wir schauen uns nämlich auch nochmal an wie jetzt die Bretter hier hingebracht werden und wir uns das dann nochmal genauer anschauen so 75% das ist weiterhin gut für uns jetzt sehen wir übrigens hier auch wir haben jetzt gleich ein Problem mit Obdachlosigkeit wir haben nämlich Gebäude gebaut äh Häuser gebaut aber ein Haus ist noch im Bau wo auch immer das ist äh was ist denn das irgendwo müsste noch ein Haus im Bau sein naja egal auf jeden Fall irgendwo könnte noch ein Haus im Bau sein ist jetzt hier nicht also von dem her irrelevant so und dann könnten wir eigentlich auch hier an die Straße drangehen und dann können wir uns hier noch ein paar mehr Wohnhäuser hinsetzen so einmal hier rüber einmal dorthin ziehen einmal hier hin und dann da drangehen und das Ganze werden wir dann einmal reduzieren auf diese zwei Häuser und das werden wir dann auch wieder bauen Werkstätten können manchmal verschiedene Arten haben da ist die Werkstatt ist sie fertig? ja sie ist fertig so und jetzt guckt mal hier jetzt haben wir hier eine Schmiede hier ist die Schmiede dran gebaut das hier ist das Haus davon äh die Familie Heinrich lässt grüßen aus Kingdom Come Deliverance das hier ist jetzt quasi unsere äh unsere Schmiedewerkstatt wenn ihr so möchtet in dieser Werkstatt da wird unsere unser Schmiedewerkzeug hergestellt und TWX danke schön für dein Zap in 5 Monaten vielen vielen lieben Dank dafür sehr sehr lieb von dir unsere gute alte Schmiede die sich jetzt hier zusammenwurschelt und wenn wir diese Schmiede ein bisschen effizienter sogar haben möchten dann könnten wir jetzt hier in dem Fall sogar sagen wir wollen den Wohnraum erweitern damit hier noch eine Familie drin arbeitet und auch hier drin könnten wir noch weiter die Familien erweitern ähm machen wir auch ganz ehrlich wir haben ja sowieso gerade ein bisschen Mangel an ähm an dem Ganzen und dann lassen wir uns das lieber bei den äh dann bauen wir das lieber bei den Gemüse rein weil wir dadurch das Ganze dann hier noch beackern können so wie schon länger sehen muss ich wieder äh Kingdom Come Deliverance äh anfangen kann ich mir gut vorstellen kann ich mir gut vorstellen lässt sich sicher leicht von der Palme wedeln das Spiel lässt ja um bei unserem Ton zu bleiben um bei unserem Synonym zu bleiben ja das lässt sich locker von der Palme wedeln ja okay naja ähm wir wollen dann nochmal kurz hier gucken weil dieses Haus das braucht ein bisschen länger aber das würde ich auch noch gerne upgraden weil hier würde ich gerne eine Schreinerei raus machen ähm ich hab ich hab doch nur zitiert alles gut hier und hier hinten könnten wir zum Beispiel einen Pfeilmacher draus machen wobei hier können wir eine Brauerei draus machen dafür brauchen wir aber Malz dafür brauchen wir noch mehr Familien und dafür brauchen wir noch so viel so viel mehr insgesamt naja er hat nur gezittert genau gut dass dem Ranger niemals weiter durchdenkt so sieht's aus Monkey Gaming vielen lieben Dank für dein Follow sehr sehr lieb von dir vielen vielen lieben Dank dafür ähm jetzt haben wir auch wieder genug Häuser hier zugebaut ähm manchmal finde ich's bedenklich dann erinnere ich mich wo ich bin und dann ist wieder gut so ähm sehr schön wir müssen auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Handel betreiben das heißt wir wollen bei dem Handel auch nochmal uns irgendwas dazu packen Stein zum Beispiel denn der Schmied hat einen Hammer und den hat er nicht ohne Grund denn er schlägt damit die Sperre rund wie's mit dem dritten Giveaway aussieht ja zum Ende hin zum Ende hin werden wir das dritte machen ähm so okay neue Söldnerkompanien sind verfügbar alles klar deine Armee die Armee ist eines anderen Herrschers wurde gesichtet hier sind schon wieder Söldner unterwegs der Platz in der Mitte sieht im Winter noch äh mehr nach einem Kreisliga-Hartplatz aus Action Jackson dankeschön für dein Follow sehr lieb dankeschön äh ja also der muss sich auch noch ein bisschen mehr füllen ne bevor der nicht mehr so leer aussieht aber ich glaub das wird wird noch mit der Zeit das wird noch mit der Zeit wir kommen hier gut voran und wir haben jetzt auch echt viel Nahrung dazu bekommen Brot haben wir viel dazu bekommen Eier haben wir viel dazu bekommen wenn wir jetzt äh Hofstettenstufe beziehungsweise ach wir brauchen Hofstettenstufe 2 hier warte mal Hofstettenstufe 2 1 von 5 doch sicher wir müssen jetzt nur auf Stufe 2 bringen weil dann können wir nämlich hier auf Obstgärten gehen Streuobst ja sicher machen wir als nächstes weil Streuobst bringt uns dann nach 3 Jahren auch nochmal was das können wir nochmal gut für uns gebrauchen äh lass mich nochmal kurz hier in diese Richtung schauen bei dem Handelsposten reingehen Handel äh das dauert alles zu lange das kriegen wir leider nicht mehr äh seit 3 Tagen Regen genauso aus ja guck mal dann haben wir ja realistisch gebaut äh so okay ähm die Schmiede wird ach so wir bauen ja so weitere Gebäude hier ich lass das jetzt mal hier noch weiter erhöhen hier werden wir dann alles voll mit Eiern machen also hier kommt dann Gemüse hin hier ist überall schon Gemüse hier kommen überall Eier hin und hier können wir dann zum Beispiel schauen dass wir hier eine Bäckerei reinpacken dass wir hier vielleicht hier werden wir die Brauerei reinmachen hier werden wir die Holzwerkstatt reinbauen für unsere Schilde und hier können wir dann andere Sachen hinterher noch dazu packen müssen wir dann nochmal genauer schauen schaut euch mal an wie schön das aussieht ich kann es nicht mehr fassen guckt euch das mal an lecke mich an meinen Armen lecke mich an meinen Armen also wirklich ganz ehrlich Ziegen Ziegen müssen wir noch machen stimmt ich komme mir vor wie im Winter im Baumholder auf Tropenübungsplatz Baumholder mir friert auch jetzt noch mir friert auch jetzt noch mein Kniegelenk ein meine Stiefel frieren mir auch jetzt noch am Boden ein wie schön das erste Mal in meinem Leben dass mir meine Stiefel am Boden festgefroren sind das war ein tolles Erlebnis Stiles wunderschönen guten Abend und danke schön für den 5. Monat so doch wir haben Eier hier vorne wir haben halt nur ein einziges tun aber das wir brauchen halt mehr Regionsvermögen Schnoppsal erreicht Neo-Wingern danke schön für den 22. Monat vielen vielen lieben Dank so sah also dieses Winter aus den wir nur noch aus den Geschichten kennen ich glaube ja Blacky Butler vielen lieben Dank für deinen Follower irgendwo bei Berlin ähm ich habe auf irgendwas ganz Spezielles hingearbeitet aber ich weiß nicht mehr auf was um ehrlich zu sein damit wegen der Kälte bin ich kleben geblieben ja das Arbeiten muss das ganze Dorf ernähren ja klar es ist keine Arbeiter die bauen das weiß ich das weiß ich ähm auf die Rente ja der Schulweg der Großeltern ich habe es vergessen ich habe es vergessen irgendwas Spezielles wollte ich jetzt hier in dem Fall machen naja war dann wahrscheinlich nicht so wichtig ähm Lehm und ähnliches also wir werden ja hinterher sowieso nochmal ein neues Dorf hier drüben bauen müssen zum Beispiel hier haben wir ein üppiges Bärenbüsche Vorkommen das wusste ich auch nicht dass es das gibt gibt es das auch für ja das gibt es auch für wilde Tiere was ist denn das hier für eine Königsregion die hatte ich aber bei mir nicht jetzt ich brauche noch ein üppiges Lehmvorkommen oh das hier drüben wir holen uns also als nächstes die Nusslohe das hier die Nusslohe die will ich gerne haben damit wir das machen können müssen wir aber jetzt gleich noch mehr Wohlstand generieren und damit wir mehr Wohlstand generieren relativ einfach zu erklären was wir dafür machen müssen wir müssen die alle auf Stufe 2 bringen das wird jetzt unser Hauptziel sein dass wir erstmal erreichen wollen alles auf Stufe 2 upgraden das ist das was ich machen wollte genau Verbesserung auf Stufe 2 Verbesserung auf Stufe 2 Verbesserung auf Stufe 2 Verbesserung auf Stufe 2 jetzt haben wir leider kein Bauholz mehr ähm aber wir können jetzt gerade mal alle hier rauspacken weil die interessieren jetzt gerade sowieso nicht und die 4 können dann jetzt alle was aufbauen die können dann loslegen in die Ecke gehen Fötestellung und leise schluchzen nur das ganze 300 Jahre später spielen wäre es üppige Damen zu der Zeit üppige Lehm vorkommen ich hab noch nie ein Haus aus üppigen Damen gebaut also gut kann natürlich sein aber naja andere Bautechnik würde ich sagen Arbeitsbereich ist leer ich weiß der ist grundsätzlich leer und das Schöne ist halt dadurch dass wir dann mehr Stufe 2 Gebäude bauen dann haben wir hier auch mehr Regionsvorkommen Darme genau aus die Därme Därme heißt das üppige Därme so in 4 Minuten ist 22 Uhr erst dann dürfen wir über üppige Därme weiterreden nur damit das hier einmal klar ist ja wir müssen auf jeden Fall das Försterhaus ja auch nochmal bestücken damit das hier fertig wird ja also der Wuselfaktor wird natürlich immer größer jetzt haben wir 83 Menschen ja wir sind jetzt im Jahr 5 hier im Ganzen so das heißt wir gucken uns das mal alles hier an da müssen wir ja auch nochmal weiterbauen da müssen wir noch weiterbauen die Schmiede macht hier gute Arbeit momentan übrigens wenn wir eine Schmiede definiert haben dann müssen wir folgendes tun wir müssen auf das Gebäude draufklicken und auf allgemein gehen und hier drin werden wir dann den Produktionsfokus definieren also wollen wir zum Beispiel Werkzeuge wollen wir Seitenwaffen wollen wir Speere oder wollen wir Stangenwaffen und je nachdem brauchen wir ganz unterschiedliche Arten und Weisen wir brauchen hier zum Beispiel Speere packen wir das hier hin jetzt haben wir das Problem wir haben ganz viel Eisenerz aber ich habe vergessen eine Schmiede zu bauen fällt mir gerade mal ein nicht eine Schmiede eine Gießerei ein Rennofen ich weiß nicht wohin der rennt aber den brauchen wir auf jeden Fall den Rennofen könnte man theoretisch hier oben hinbauen aber wisst ihr wo wir den Rennofen hinbauen genau wir packen den Rennofen hier neben aber dafür haben wir gerade nicht genug Waren aber den werden wir hier packen auf jeden Fall Ratspenster einen wunderschönen guten Tag hallo was ist der Unterschied zwischen Speeren und Stangenwaffen Speere sind diese einfachen Dinger wo der Holz vorne drauf ist und eine Stangenwaffe ist dann die wo dann wirklich diese Klinge oben dran ist mit der du stoßen und schlagen kannst es ist mehr als aussaat oh ja oh ja oh ja oh ja oh ja oh ja 3 4 so dann einmal den nehmen wir einmal weg dann kommt der hier nochmal dazu so ein Speer ist eine Stangenwaffe ja aber ich meine ja nur ich meine es ist aber im Spiel ist das so hallo im Spiel ist das so ich kann doch auch nichts dafür bau in der Nähe deines Herrenhauses den Ofen die Schmiede ne ist es noch dunkle Bade ne ist wirklich nur ein Dude entwickelt ja nur ein einziger Dude und halt ein paar freiwillige in Form von zum Beispiel historische Berater oder so der Speer ist auch eine Fernkampfwaffe ist darin Wohnhaus kaputt das erste von der rechten Seite ne das wird das wird gerade geupgradet der Dude ist ein Hero auf jeden Fall ich glaube das kann man auf jeden Fall so sagen ähm wir brauchen noch mehr Baumholz das Holzlager ist doch voll Milord wobei ja das wird ja hier angezeigt wir haben hier den Überschuss äh aktiviert und nicht das was insgesamt da ist wir lassen die Zeit nochmal beschleunigt und dann werden die jetzt haben wir natürlich das Problem jetzt sind wir hier ach jetzt muss das hier noch alles wachsen der ganze Flachs wir können das Feld abbrennen wir werden mal die frühzeitige Ernte erzwingen und dann werden wir nochmal Weizen dran bauen und Weizen holen und jetzt sollen sie hier erstmal den Flachs abernten der Flachs wächst halt über den Winter hinweg das heißt man könnte Weizen Flachs Weizen Flachs machen in der Reihenfolge das Blöde ist halt wenn man vier Reihenfolge hat kann man nur drei Sachen auswählen ihr habt immer Team ganzen kann man auch werfen aber Treffen ist schwieriger ihr seid mir welche ey wir tun nicht Gute wir haben jetzt gerade nur leider keinen mehr der bauen kann die anderen brauchen wir alle für unsere ja wir nehmen den mal hier raus der soll mal so lange was anderes machen muss man die Saat von Jahr zu Jahr wechseln wegen der Bodeneigenschaft oder ist das nicht drin doch das ist auch drin aber bislang haben wir da Glück gehabt eigentlich in dem Bereich könnten das jetzt gleich abernten und dann ja freue mich auf den 26. werde es mir holen das freut mich sehr zu hören wenn ihr also es freut mich sehr zu hören dass du ein schönes Spiel für dich finden konntest weil ich selber hab halt davon nichts außer du holst es hier bei Gamesplanet aber sehr schön dass du ein Spiel für dich entdecken konntest und wenn euch das Spiel gefällt könnt ihr gerne auf Wishlist drücken also auf Steam weil damit unterstützt sich auf jeden Fall den Entwickler und je mehr Leute das auf die Wunschliste gepackt haben wobei man muss halt sagen das Spiel ist halt jetzt schon das meistgewünschte Spiel auf Steam aber je mehr Leute das auf die Wunschliste gepackt haben desto größer ist die Wahrscheinlichkeit dass es auf der Steam Startseite erscheint hast du den Bauernhof Familien zugewiesen? ja wir haben wieder vier Familien in dem Bauernhaus zugewiesen so dass sie dann jetzt hier gerade die Ernte erzwingen das machen die jetzt gerade auch die erzwingen die Ernte und danach werden sie Weizen wieder anpacken ich glaube es hat zur Zeit eine Million Wish sogar doppelt so viele zwei Millionen zwei Millionen zwei Millionen Wunschlisteneinträge hat dieses Spiel wusste gar nicht dass diese Zahl überhaupt erreicht werden kann so okay jetzt haben wir zum Beispiel Regionsvermögen jetzt steigern wir das gerade dieses Regionsvermögen werden wir dann auch effektiv nutzen zum Beispiel um damit noch mehr Eier herzustellen ist das schon bekannt was das Spiel etwa kosten soll also ich kann ich kenne da auch keine Hintergrundinformationen oder so ich weiß es nicht wird das Leben das Spiel wird das Leben des Entwicklers stark ändern ja aber vor allem auch weil er halt da jetzt schon sieben Jahre dran sitzt Spiel ist sieben Jahre in der Entwicklung und ich finde das merkt man auch hier drin das merkt man auch das hat auf jeden Fall gute Attitüden bei 30 Millionen Spielen aber trotzdem ist das eine Leistung ein Fünfzehntel von allen auf ein Spiel aufmerksam zu machen mir würde kein anderes Spiel einfallen das so häufig Gewischliste tut oder vor allem von so einem kleinen also so ein Minigame Minigame in Anführungsstrichen wegen einem Entwickler und so einem kleiner Publisher vor allem wisst ihr was das auch machen wird das wird das Leben von Hooded Horse ändern und jetzt wird sich nämlich entscheiden was ist Hooded Horse für ein Publisher wenn die mit dem Spiel den richtigen Meilenstein setzen wird sich viel entscheiden müssen durch wird 27 kosten wenn ihr auf dem grauen Markt bei den Keysellern guckt dann geht nicht davon aus es steht noch gar kein Preis fest also es kann noch kein Preis geben weil kein Preis fest steht von Hooded Horse das ist ein Platzhalter man kann es schon kaufen ja auf dem grauen Markt es gibt noch keinen Preis von Hooded Horse Leute Hooded Horse hat noch gar keinen Preis definiert also wenn euch jemand sagt ihr könnt das Spiel hier schon kaufen dann macht das nicht so man kann vorbestellen ja auf irgendwelchen Seiten aber die sind nicht die arbeiten nicht offiziell zusammen Games Planet ist der ich glaube einer von zwei Shops in äh international äh in Europa die mit den Publishern zusammenarbeiten der Publisher selber hat noch keinen Preis definiert Aussage vom Publisher von gestern würde mich also wundern deswegen ähm vorsichtig bei sowas wenn jetzt schon Preis irgendwo steht solltet ihr da definitiv die Hände von lassen wenn vor wenn auf anderen Seiten ein Preis steht bevor der auf Steam steht ist das kein offizieller Preis weil der offizielle Preis wird bei einem Spiel das auf Steam ist wahrscheinlich genau in der Sekunde auf Steam released werden das kann ich euch sagen ich kann jetzt direkt die PA nochmal an wobei wahrscheinlich heute Abend hat er nicht mehr so viel Zeit aber da muss ich dieses Mal sagen da müsst ihr mir glauben bei der Aussage genau ja und ähm dann kann es sein dass ihr das geskämpft werdet ähm bestes Beispiel ist Paradox Interactive Paradox Interactive Paradox Interactive hat mal bei Victoria 3 bei dem Release alle Keys auf dem grauen Markt oder viele Keys auf dem grauen Markt removen lassen guck mal hier ist Flux jetzt ach das sieht ja cool aus da muss ich die widersprechen hatte heute mit Zeller 3999 gezeigt dass Zeller Seiten die es für 2739 anderen angibt Konsti der Publisher hat keinen Preis der Publisher hat noch kein Hode Thors hat noch keinen Preis definiert Hode Thors hat keinen es gibt keinen Preis das Spiel kann 2999 kosten bis 5999 der Publisher legt den Preis fest es gibt niemand anderen der den Preis festlegt und Hode Thors hat noch keinen Preis für dieses Spiel festgelegt deswegen das es ist nicht möglich die Menschen die das Spiel verkaufen haben keinen Preis für dieses Spiel gesagt oder die kennen keinen Preis für dieses Spiel ihr könnt maximal auf dem Platzhalter gekommen sein oder ähnliches das ist es halt es gibt keine keine andere Instanz als den Publisher der das sagen kann weil der halt das Produkt bringt die Manditen ja müssen wir uns gleich kommen hören drei Kisten Bier ohne Currywurst sehr schön sehr sehr schön ich kann euch ich kann euch sagen wie es ist ihr werdet jetzt einen Preishalter einen Platzhalterpreis gezahlt haben und diesen Platzhalterpreis der wird sich daran ermitteln der ermittelt sich ganz normal aus dem grauen Markt heraus grauer Markt beispielsweise ich kann euch direkt Seiten nennen MMOGA das ist eine der größten Seiten beispielsweise bei der beispielsweise vom Paradox unfassbar viele Keys rausgenommen worden sind der Hintergrund ist die orientieren sich an den ungefähren Preisspann die der Publisher im Vorfeld anhand von anderen Spielen bemessen hat die im meisten Fallen auch Treffen nehmen wir mal 39,99 Euro das ist bei Hode Thors relativ üblich dass das daraus genommen wird den Preis kann ich selber auch definieren anhand dessen wird ein Rabatt rausgezogen denen sich dann die jeweiligen Keys Seller weil das sind nur Vertriebsplattformen auf denen das zur Verfügung gestellt wird auf denen die Keys Seller sich dann draufpacken und für diesen Preis einen Key anbieten bei MMOGA beispielsweise ist es sogar noch so dass sich das darin variieren kann die Plattform haftet übrigens nicht dafür wenn Keys irgendwie zurückgezogen werden oder wenn Keys nicht funktionieren aber ihr könnt mal ganz lieb beim Support dann nachfragen daraufhin wird dann der Preis wird dann rauskommen ich sag mal so 95% von euch werden wahrscheinlich das Glück haben dass sie dann in dem Fall den Key bekommen werden das ist relativ normal ich würde sogar sagen 98% von euch werden die Möglichkeit haben und den Key davon bekommen ich möchte aber an der Stelle eine Sache hervorheben und das ist mir wirklich sehr 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 wichtig wenn ihr auf diesen grauen Marktseiten kauft die nicht offiziell mit Hode Thors kooperieren und das ist leider nur mal im Moment Games Planet und ich glaube noch ein anderer äh noch ein anderer Shop dann bekommt der liebe Slavik nichts davon und das ist vollkommen ernst gemeint der bekommt da nichts von weil die das Spiel nämlich nicht über Hode Thors holen und das hat er nicht verdient meiner Meinung nach das ist keine Falschaussage Mojax das ist keine Falschaussage das ist ganz genau so vielleicht können wir den Paradox Artikel mal verlinken und da werde ich dann auch weiter diese Aussage treffen natürlich ja klar ja klar freut mich dass du das Glück dann gehabt hast Mojax es ist auch im Game Pass ja oder bei Nvidia Reforce Games Planet den Rabatt können die ankündigen weil die von ihrem Profit aus den Rabatt machen bei Games Planet dann ist kein Glück wenn in 20 Jahren nichts passiert ist ja okay dann ist es halt kein Glück was ist wenn ich dir sage dass mir genau das passiert ist mehrmals oder zum Beispiel auch Freunden das genau passiert ist bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe mit dieser ganzen Thematik ja dann steht ja Aussage gegen Aussage dann ist meine Sache aber keine falsche Aussage ich würde bei dem Titel ganz vorsichtig sein da bin ich nämlich echt so ja Leute ähm so okay jetzt das Flaks werden wir auf jeden Fall mal wegpacken es wird auf Nvidia Geforce also ich gehe davon aus weil alle anderen Titel von Hooded Horse da sind ich konnte es noch nicht sehen aber alle anderen Titel von Hooded Horse sind da und soweit ich das weiß haben die dann wahrscheinlich einen Vertrag über all ihre Spiele du hast noch vielzeitige Ernte aktiv oh ja danke habe mal rausgenommen passt so danke schön für dein Follow ja auch nicht so viel ähm doch die bekommen die haben da einen Vertrag im Hintergrund also Hooded Horse mit Microsoft so okay wie lange brauchen wir noch für die Updates hier die Updates die Upgrades hier aber wir kommen auf jeden Fall ordentlich Regionsvermögen dazu upgraden können wir hier jetzt noch nichts weil dafür müssen wir erstmal das andere Upgrade durch haben und ich glaube dann der Hühnerstall ist ja soweit fertig ne so von Paint Bucket Games ans Herz legen das ist fast der Kickstarter durch was ist denn das neue Game von denen ich kenne Paint Bucket Games nicht den Brennofen den äh den den ähm können wir immer noch nicht bauen weil wir im Moment nur ein Bauholz haben ich weiß auch nicht was die hier oben machen ich glaube weil einfach die Kühe die ganze Zeit ausge also die Ochsen aus äh ausgereizt sind jetzt gerade haben wir nämlich glaube ich hier noch einen der das ganze Feldpark hat Through the Darkest of Times gemacht ah ok ja leider sind solche Spiele eher weniger was für mich The Darkest Files ah ok ich mag ich glaube ich kann dieses Spiel nicht so lange einfach aufgrund des Spielprinzips beim Erhissungsprozess rinnende Schlacke entsteht irgendwann hat das Rinnen zu Rennen umgeändert sowas vor der Rinnenofen ok so das heißt wir haben unseren Rennofen hier den werden wir aber trotzdem hier hinbauen bei nee nee den wollten wir hier hinbauen das machen wir auch auf jeden Fall mit dem Bauholz vielleicht packen wir hier noch jemanden dazu wir warten jetzt erstmal da drauf bis hier alles einmal fertig gebaut ist ganz ehrlich vorher macht es ja sowieso keinen Sinn wir hätten das natürlich auch alles jetzt hier dicht an dicht bauen können in dem Stadtbild so dass hier nur Häuser gestanden hätten und der jeweilige Eingang von denen müsst ihr selber dann entscheiden ob ihr hier eher größere Bereiche haben wollt oder um den Marktplatz herum dann eher dichte Wohngebäude zum Beispiel wie ihr das hier jeweils noch gestalten möchtet das ist euch komplett selbst überlassen wir bleiben aber trotzdem erstmal bei den Speeren die Bretter da haben wir ein paar 25 vielleicht sollten wir jetzt auch nochmal schauen äh Zellave einen wunderschönen guten Abend hallo das heißt dann die Daumen runter dass ein Bedürfnis nicht erfüllt ist und das ein bisschen auf die Zufriedenheit schlägt aber das macht bei uns noch nicht so einen großen Einfluss dass wir uns darauf konzentrieren müssen um ehrlich zu sein wir werden mal alles was unter 30 ist verkaufen äh alles was über 30 ist verkaufen und werden dann dadurch versuchen vielleicht wir könnten theoretisch ich weiß nicht ob ich Eisenerz verkaufen möchte Platzwart Bürgermeister Seherin Kräuterechse Werwolf gerade Werwolf gerade den brauchen wir noch auf jeden Fall ich überlege ob wir Eisenerz verkaufen sollen aber wahrscheinlich eher weniger ja jetzt haben wir natürlich Flax aber keine Wehberei dafür nichtsdestotrotz das geht ja nicht kaputt das können wir erstmal da drin lassen das ist ja auch nicht gebaut Vorräte haben Wetterschaden erledigen Brennholzhütte super Plexaraf Dankeschön für dein Follow Verkauf Steine Steine sind leider auch nur begrenzt also wir haben nur die Steine hier oben die 93 noch und wenn die Steine weg sind dann müssen wir erst ein neues Territorium nehmen oder wir müssen die halt wieder kaufen gibt es Nachteile für die Bevölkerung wenn man die Produktion an die Wohnhäuser baut nutze ja die ganze Map finde ich cool aber ich bin leider jemand der irgendwie immer alles aneinander baut weil es einfach aussieht auch wenn ich deine Variante cooler finde gibt es Nachteile für die Bevölkerung wenn man die Produktion an die Wohnhäuser baut du meinst wenn das hier hinten dran ist ja da muss immer eine Person sich drum kümmern also zumindest bei dem Gemüse nicht bei allen Sachen aber beim Gemüse auf jeden Fall wie Verschmutzung oder so Verschmutzung gibt es momentan noch nicht es hat zum Beispiel auch keinen Einfluss wenn du eine Gerberei irgendwo brauchst oder so die Wehrwürfe können gegen Baditen helfen jetzt nicht ein paar Innis auf Pagonia auf einmal abwandern wir siegen wir siegen Minensteinbrüche oder kann man da unbegrenzt abbauen die im ersten Moment versiegen die irgendwann ähm beispielsweise das hier sobald 1467 abgebaut ist oder das hier sobald 102 Leben abgebaut ist aber diese Sachen hier die üppigen Vorkommen die können wir hinterher zu unendlichen Ressourcen machen wenn wir in der Entwicklung weit genug kommen würden könnten wir eine Schachtmine reinpacken und würden dann damit ein unbegrenztes Vorkommen bekommen also das geht dann schon so okay perfekt Montravan mach's gut schön dass du da warst bis morgen hoffentlich Dennis Dankeschön für dein Follow sehr sehr lieb von dir ähm das heißt wenn wir das jetzt hier gemacht haben auf der Seite kommen wir irgendwie nicht hinterher ne wobei wir können hier auch noch Wohngebäude upgraden das machen wir auch noch weiter die zwei Bauholz nutzen wir jetzt auf jeden Fall nochmal vorher um Rennofen hier hinzubauen bevor wir es wirklich komplett vergessen so und dann lassen wir jetzt die anderen Familien erstmal hier weiter arbeiten das wird hier gerade alles ausgesät wir haben gerade Mai das zählt noch zu Frühling der Juni wird jetzt gleich aber der Sommer werden das heißt wir sind jetzt erstmal fertig wir haben jetzt 100% vom allen gesät ja jetzt bin ich aber gespannt wie das hier wachsen wird Ertrag bei 108 Tagen jetzt bin ich aber mal sehr gespannt kompletten Sommer über kann das jetzt wachsen hast du dich schon mit dem Obst Streuobst war das glaube ich beschäftigt äh was heißt beschäftigt wir haben es freigeschaltet ähm nee wir wollen es noch freischalten sobald wir das hinbekommen aber dann müssen wir es eh erst nochmal drei Jahre anbauen lassen drei Ingame Jahre also werden wir ungefähr ein Drittel des Spiels nochmal laufen lassen müssen bevor wir wieder 100% rausbekommen so warum kannst du schon spielen weil ich Content Creator bin und euch das dann vorstellen darf schon mal im Vorfeld am 26. April dürft ihr das dann auch spielen so okay ähm richtig super gemacht aber was schade ist dass es keine prozedural generierten Maps gibt ja aber das soll noch kommen also auf jeden Fall weitere Karten sollen kommen weil Rangirio sind gefüllt genau aber ich will noch nichts sehen äh da musst du die Augen zumachen und nur zuhören der Content Creator der Herzen würde ich sagen okay ähm warum brauchen die hier so lange wo sind die wo sind die Familien gerade wo bauen die hier gerade irgendwo müssen sie noch was machen hier kann ja wohl die wahr sein das hier müssen wir sogar noch auf Stufe 2 verbessern machen wir das auch nochmal zack einmal dahin also wir werden jetzt rundrum das Dorf hier erstmal alle auf Stufe 2 erhöhen was wir jetzt mal machen könnten ich glaube die Ochsen sind zu lahmarschig ich glaube auch dass wir glaube ich nochmal einen zweiten ich glaube auch dass ich glaube ich verstehe nicht warum ich hier noch eine zweite Familie reinpacken kann weil der Stall der Stall ist ja nur für zwei Tiere verfügbar ich glaube wir sollten nochmal wir sollten nochmal einen Ochsen holen great raab dankeschön für dein Follow wir sollten nochmal einen Ochsen holen anbinde balken wir packen hier nochmal anbinde balken rein leistungsfähige Ochsen aus Italien holen die haben mehr PS na klar auf jeden Fall machen wir Prost so ok ähm hier könnten wir was dran bauen da könnten wir Ziegen auch dran bauen hinterher ja wir holen uns auf jeden Fall nochmal welche dazu beide Ochsen zeitgleich bewegt werden können ne wir können auch so beide Ochsen zeitgleich bewegen also sie sind davon nicht abhängig weil wir müssen jetzt mal ein Ochse ist hier das verstehe ich halt nicht Julia schon dankeschön für dein Follow das verstehe ich halt nicht warum ist dieser Ochse jetzt hier warum ist dieser Ochse hier worauf wartet der denn worauf wartet ihr denn ihr Wahnsinnigen wollt ihr das nicht hier hinbringen das Bauholz ich glaube das ist gerade verbuggt um ehrlich zu sein wir machen mal folgendes ich nehme mal kurz die Familie weg und ich packe die Familie wieder dahin jetzt schauen wir mal ich glaube der hier Belrea was machst du da Totengräber wartet was packst du denn den Ochsen da an lässt du mal bitte den Ochsen in Ruhe jetzt wird es aber wild sag mal ich glaube der Ochse hängt im Zaun fest er melkt den Ochsen oh Gott hallo danke für dein Follow eine veterinärische Untersuchung bauen wir das mal hier hin so dann können wir uns damit nämlich nochmal ein bisschen schneller hier vorwärts spielen dann kommt das hier auf sehr hoch wir packen das jetzt einmal hier hin dann können wir uns nämlich auch zufrieden munter fröhlich froh munter und freundlich so tapfer und knäu hey guck weg lass mir meine Privatsphäre aha da sind sie wieder Ochsen können manchmal in Gebäuden stuck sein muss das Gebäude abreißen und neu platzieren damit er wieder frei ist das ist ja doof gut aber haben wir jetzt gemacht das heißt wir können jetzt hier wartet irgendwas der ist immer noch ach das ist doch jetzt das ist doch jetzt Käse was ist das jetzt für ein Unsinn der ist immer noch stuck auf beim 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 im 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 Bis zum nächsten Mal.